So, schönen guten Morgen. Wir haben schon 10.02 Uhr, wir sind zu spät. Wir beginnen heute mit einem, was sitzt im Baum und winkt? Ein Huhu. So, jetzt kann es nicht mehr schlechter werden, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Ich eröffne mal direkt offiziell die Versammlung wieder um 10.02 Uhr. Zwei, wir fangen gleich mal an mit einem Meinungsbild. Der junge Mann in der orangenen Jacke, der da vorne sitzt, der verkauft diese orangenen Wahlkampfjacken und möchte gerne einen kommerziellen Stand hier draußen aufbauen. Der Lothar hält da jetzt am Mikrofon eine Gegenrede und danach reden wir kurz darüber und stimmen darüber ab. So, jetzt geht's. Ja, ich weiß, der Shop mit den Piratenjacken ist sehr piratennah, aber es ist nach wie vor ein Privatunternehmer mit kommerziellem Hintergrund. Es ist die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Wir haben uns schon bei anderen Parteien lustig gemacht, die schöne Schilder haben, mit wer alles dort mit Ständen vertreten ist. Die Grünen haben da auch wunderbar eine Selektion gemacht, dass nur die, die den Grünen nahe sind, dort waren, aber trotzdem waren es kommerzielle Stände. Und es ist halt die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Ich bin dafür, dass wir die Grenze einfach bei Null ziehen. Okay, du hast natürlich ebenfalls die Chance, weil du ja schon hier bist, da was zu sagen. Also, erstmal guten Morgen und danke, dass ihr die Aufmerksamkeit schenkt. Ich bin eigentlich mit Lothar einer Meinung. Ich bin Basispirat seit 2011 und wollte auch gar nicht selber hier als Unternehmer stehen. Leider habe ich das Dilemma, dass ich der Einzige bin, der tatsächlich diese ganze Kollektion herstellt. Und ich bin auch leider der Einzige, der sie vertreiben und vermarkten möchte. Der P-Shop hat auf seinem Gästebucheintrag zugesagt, er würde auf Landesparteitag, Bundesparteitag die Möglichkeit bieten zum Anprobieren, zum Aussuchen des Modells, dass man das auch später bei ihm bestellen kann oder Kreisverbände, Ortsverbände. Das ist leider nicht passiert nach Bochum. Alle kennen mich an Bochum, da habe ich schon verkauft, obwohl ich nur Lieferant war, weil ich einfach auch Leidenschaft am Verkaufen habe. Aber ich habe in erster Linie eine Leidenschaft, das war ein super Wahlkampf hinlegen. In Niedersachsen haben die wirklich sich den Arsch aufgerissen. Da haben auch die Jacken natürlich nicht geholfen, aber es hat trotzdem eine wahnsinnig größere Wahrnehmung bei den Medien, bei jeder Fotoreportage, Fotostrecke nach sich gezogen. Ich würde es mir wünschen, wenn wir zur Bundestagswahl eben auch sehr viel Präsenz zeigen können. Leider, und deswegen bin ich wirklich echt auch traurig und sauer und ich verdiene nicht so viel daran, wenn ich 150 Euro Sprit ausgebe nach Rheinland-Pfalz, wo ich gestern war, fahre und auf den Rückweg hierher, für zwölf Teile. Aber mir geht es nur darum, zwölf Jacken in irgendwelchen Infoständen, ist auch schon mal wieder etwas mehr Visibilität nachher im Wahlkampf. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr da einfach mal eine Ausnahme für diese Sache macht und sagt, ja, aber wie gesagt, generell muss ich auch Lothar sagen, ich wünsche mir eigentlich keine fremden Geschäftsbetriebe und ich wünsche, ich würde auch eine offizielle Beauftragung bekommen. Nur kriege ich das leider nicht. Deswegen danke erstmal. Okay, Statement von mir gleich mal dazu. Also wir haben ja das auf dem Bundesparteitag und wir haben auf verschiedenen Landesparteitagen in anderen Bundesländern, haben wir das und aus meiner Sicht, oder haben wir das nicht, Lothar? Ich meine, bei wie vielen anderen Landesverbänden hast du das schon verkauft? Also mehrere Landesverbände. Gut, dann eröffne ich jetzt hier mal einfach die Rednerliste. Also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte dazu eine Frage, wie verrechnest du das denn? Machst du das einigermaßen transparent und spendest du vielleicht auch einen Teil an die Partei? Das war die erste Frage. Und dann hätte ich noch ein Statement. Sein Argument finde ich zumindest teilweise einleuchtend, weil er macht sich ja auch die Arbeit. Und irgendwo auf der anderen Seite, wenn er das jetzt hier draußen macht, dann erweckt das ja den Eindruck auch irgendwo, dass die Spenden in die Partei gehen. Also könnte das erwecken und deswegen müssen wir das auch dann an der Stelle irgendwo transparent machen, wie das verrechnet wird, damit auch den Leuten klar ist, was sie tun, wenn sie dort einkaufen. Also das wäre mir halt an der Stelle deswegen wichtig. Stell dich mal hinten an. Okay. Also ich habe grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Es ist piratennah, ja, aber es ist ein Geschäft. Geschäft, keine Frage. Man soll damit sein Geld auch verdienen können. Ich habe damit kein Problem. Die eigentliche Frage, die ich habe, ist, ich kenne das so, dass wenn man öffentliche Räumlichkeiten mietet und diese gewerblich nutzt, einen ganz anderen Preis zahlen muss, als wenn wir das als Partei normal tun. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt Gewerbe in irgendeiner Form anbieten können, in Anführungszeichen, beziehungsweise jemanden überhaupt hier haben dürfen, der Gewerbe anbietet. Das ist eigentlich meine Frage und ich weiß nicht, an wen ich die jetzt stellen soll. Das geht ja eigentlich eher dann an die Organisatoren. Lothar, wenn du in deinem Redebeitrag auf die Frage noch eingehen kannst, wäre nett. Auf die Frage kann ich leider nicht eingehen, weil ich in der Vertragsverhandlung hier nicht dabei war. Aber zu dem Statement beim Bundesparteitag war er, am Bundesparteitag hatte dieser Shop keine Genehmigung von Seiten des Vorstandes. Er hatte eine kurze Absprache mit dem P-Shop, dass er da keine Konkurrenz ist. Aber sobald klar war, dass dort ein kommerzieller Stand war, wurde er von Seiten des Bundesvorstandes geschlossen. Also zwei Dinge. Zum einen ist der P-Shop kein kommerzieller Shop, das weiß ich nicht. Das wundert mich jetzt gerade, dass da eine Unterscheidung gemacht wird. Und zum Zweiten, wie ich das sehe, das Problem, dass wir Piraten mit Shops auf Parteitagen haben, beziehungsweise bei anderen Parteien, ist hauptsächlich das, dass diese Shops die Parteitage sponsern. Da gehen ja teilweise immense Summen drüber, das sind ja irgendwelche sehr krummen und verfilzten Geschäfte. Und dagegen haben wir was. Wenn hier ein Shop steht, also ob es jetzt der P-Shop ist oder ob es jetzt dieser Shop ist, das ist mir eigentlich erst mal egal, solange eben keine Sponsorgelder da drin fließen. Das wäre also mein Bedenken. Und solange das nicht der Fall ist, hätte ich da eigentlich kein Problem mit. Also jetzt möchte ich Rede und Antwort stehen. Tatsache ist, ich spende pro Artikel 1 Euro, aber wahlkampfgebunden, weil das sind Wahlkampfjacken und das ist dann immer für den Landesverband mit dem Spendenzweck Wahlkampf. Ich habe hier für Loller noch nicht, weil das Loller war auch nur ein paar Teile. Das heißt also, ich hätte jetzt, wenn ich heute verkaufen darf, die Summe zusammengerechnet, wie ich das auch in Bayern getan habe oder jetzt in Rheinland-Pfalz machen werde. Das ist wahlkampfgebunden. Das heißt also, Niedersachsen hat das schon weit über 150 Euro von mir bekommen zum Wahlkampfzweck von den Verkaufserlösen der Jacken immer pro Artikel 1 Euro. Wegen der Genehmigung. Ich habe mit der Stadtverwaltung hier gesprochen, Frau Fleischhauer. Sie hat nichts dagegen, dass ein Parteinahverkaufsstand im Vorraum, Foyer, zum Beispiel Garderobe, betrieben wird. Sie meinte nur, wenn die Reinigungskosten bzw. Reinigungsaufwand da wäre, das sehen die dann nachher, dann würde nur der Landesverband 60 Euro Reinigungsgebühr bekommen, die ich aber gesagt habe, dass ich die übernehmen werde. Also das habe ich dem Vorstand auch vorher schon kommuniziert, weil mir geht es nicht darum, wie gesagt, jetzt ganz viel Geld zu verdienen, weil das verdienst du mit denen wirklich nicht, sondern mir geht es echt nur darum, dass wir eben wirklich viel Präsenz zeigen. Danke. Ja, ich glaube auch, wir sollten nicht pepsicher sein als der Papst. Was bei anderen Parteien abgeht, ist ja nicht, dass da was verkauft wird, sondern dass Firmen kommen, dort Sponsoring machen, Geld hinein investieren und mehr oder weniger ohne der Hand eine Bestechung stattfindet. Wenn der gute Mann hier was verkauft, dann geben wir ja Geld und kriegen einen Gegenwert. Und deswegen sollte man dann in dem Moment nicht sagen, dass das hier, wie soll ich sagen, Bestechung oder sowas sein könnte. Danke. Okay, dann war es das und wir machen Stimmen darüber jetzt mal ab. Wolltest du noch was dazu sagen, Markus? Ich finde es wichtig, wir haben seit Jahren auf Piratenparteitagen nie Vereine, Verbände, Stände, Unternehmen gehabt und ich finde, wir sollten dieses Prinzip auch beibehalten. Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer wäre denn dafür bzw. dagegen, dass der Shop sich hier mal gerade ein bisschen breit machen darf? Das ist stark positiv. Okay, der Markus möchte es ganz klar haben, wer ist denn dafür, dass er seine Jacken hier im äußeren Bereich verkaufen darf? Das ist klar positiv, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Damit gehen wir in der Tagesordnung weiter. Wir haben gestern drei Anträge. Oh, die Nicole möchte uns gern organisatorisch irgendetwas erzählen. So, ich habe noch ein paar Infos von gestern. Und zwar, wer Wein oder Roten Sacht verschüttet, möge den doch bitte umgehend aufwischen, weil der sonst Flecken auf dem Boden hinterlässt. Und ich habe noch eine kleine Information für den Herrn Brandhoff. Wo ist er denn? Du als Verantwortlicher hast einen noch fast glühenden Grill gestern in den Flur der Halle gestellt. Die Kohle hat heute Nacht weitergeglüht und ist auch auf dem Boden getropft. Der Hausmeister hat das Ganze mit einem Eimer Wasser gelöscht. Und wenn die Halle abgebrannt wäre, hättest du, glaube ich, ein mittelschweres Problem heute. Ich war gestern mit einem Herrn dort draußen, der mit mir den Grill überprüft hat. Und gemeinsam zum Ergebnis gekommen ist, dass dieser komplett kühl war. Darauf entschlossen wir uns, ihn nicht auf das Laminat zu stellen, sondern mit voller Absicht vorne auf die Fliesen, damit dort nichts passieren kann. Wer war denn der Herr? Bitte? Ja, das ist aber jetzt egal, weil du bist der Verantwortliche. Also ich würde dich bitten, dass so etwas zukünftig bitte zu unterlassen ist. Und ihr prüft, ob die Kohle völlig erkaltet ist. Am besten auskippen draußen. Danke. So, dann fangen wir jetzt, machen wir jetzt weiter im Programm. Wir haben gestern drei Anträge auf heute Morgen verschoben. Wir beginnen damit mit dem PA 112. Der ist vom Kevin. Ja, guten Morgen. Jetzt hatte ich mir voll den Witz ausgedacht mit dem Übergang von Brennen her zu dem Pyrotechnik-Ding, aber das ist ja jetzt nichtig irgendwie. Ja, vielen Dank, dass ihr die Anträge verschoben habt. Vielen Dank auch an den Peter von dem Antragsbüro, dass er mich hier heute noch abgeholt hat und so. In dem Antrag geht es darum, wir haben auf dem letzten Landesparteitag beschlossen, dass wir das Landesamt für Verfassungsschutz abschaffen wollen. Haben allerdings nicht geschrieben, was wir mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz machen sollen, sondern einfach nur festgelegt, dass wir die Kompetenzen eben mal genau dieses weitergeben. Das heißt, wir schaffen das Landesamt ab, behalten aber das Bundesamt für Verfassungsschutz weiterhin. Was bedeutet, dass wir erstmal die Kompetenzen zentralisieren und irgendwie eine große Behörde schaffen, was ich nicht für sinnvoll halte. Und das Problem weiterhin haben, dass wir uns nicht dazu positioniert haben, ob wir einen Inlandsgeheimdienst wie eben den Verfassungsschutz haben wollen. Ich denke, dass wir das nicht machen sollten. Wir stellen uns gegen Überwachung, gegen Kontrolle von Menschen und letztlich auch gegen die staatliche Bewertung ihrer politischen Aktivitäten, sage ich mal. Der Verfassungsschutz, unabhängig davon, wie schlecht er in den vergangenen Jahren, wie wir an dem NSU-Skandal sehen, gearbeitet hat, entspricht nicht unseren Grundsätzen. Und deswegen halte ich den für abschaffungswürdig und würde euch deswegen darum bitten, diesen Antrag abzulehnen, denn dann würden wir nicht nur die Abschaffung des Landesamts, sondern eben auch des Bundesamts für Verfassungsschutz fordern. Also ich, annehmen natürlich, Entschuldigung. Dann kommen wir zum Meinungspunkt. Ich meine annehmen natürlich. Pardon. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Das sieht aus, als wäre eine Zweidrittelmögliche Abstimmung drin. Und wir kommen zu den Redebeiträgen. Ich habe eine Frage. Das ist ja jetzt, also Abschaffung des Bundesamts für Verfassungsschutz ist ja, du hast gesagt, du willst das Bundesamt für Verfassungsschutz abschaffen. Also ganz kurz, in unserem bisherigen Programm steht, wir wollen das Landesamt abschaffen und die Kompetenzen ans Bundesamt abgeben. Das heißt, wir schaffen letztlich nur die Behörde ab, aber der Verfassungsschutz an sich bleibt. Und dieser Antrag hat die Absicht, sowohl das Landesamt als auch das Bundesamt abzuschaffen. Wir positionieren uns da erstmal, das liegt ja im Landtag jetzt nicht in unserem Aufgabenbereich. Wir können das über Bundesratsinitiativen oder so machen. Also hier hättet ihr die komplette Abschaffung des Landes- und Bundesamts für Verfassungsschutz. Wäre sowas nicht eigentlich eher im Bundesprogramm anzusiedeln? Also so als Frage? Wie gesagt, ich halte es für eine wichtige Positionierung, zu sagen, dass wir grundsätzlich diesen Verfassungsschutz abschaffen wollen, als zu sagen, wir wollen das Landesamt abschaffen und uns irgendwie darüber hinaus nicht wirklich zu positionieren. Und abgesehen davon weiß ich nicht, wann wir auf Bundesebene zu einem Beschluss dazu kommen. Und ich denke, dass wir das für die Landtagswahl und auch für die Bundestagswahl eigentlich definitiv festschreiben sollten, was wir da machen wollen. Wie eben schon gesagt wurde, haben wir auch auf Landesebene Gesetzgebung, also können wir auch Gesetzesinitiative auf Landesebene für Bundesgesetze starten. Deswegen finde ich immer wieder dieses Argument, gehört es nicht eher ins Bundesprogramm, finde ich an der Stelle, ja. Hast du noch abschließende? Ah, der Thumai rennt. Nehmt euch mal ein Beispiel am Thumai. Der bewegt sich immer schön schnell zum Mikrofon. Und ich war vor dir. Guten Morgen. Also es ist ja, man kann jetzt nicht sagen, wir haben das mal vergessen. Dieser Antrag, das Landesamt abzuschaffen und aufs Bundesamt zu verlagern, ist nicht grundsätzlich eine Aussprache gegen den Verfassungsschutz gewesen oder gegen die Institution des Verfassungsschutzes, sondern es war letzten Endes eine Sache auch, wo man sagt, wir brauchen nicht zusätzlich noch die Landesämter. Das heißt, du hast es gerade so dargestellt, wir haben das so ein bisschen vergessen, deswegen müssen wir jetzt ja auch noch quasi das Bundesamt gleich mit abschaffen. Das ist wahrscheinlich nicht allzu beliebt, ich halte aber den Verfassungsschutz für ein ganz wichtiges Organ in Deutschland, das wir brauchen. Es muss halt kontrolliert werden und es muss transparent kontrolliert werden. Ich würde eher den Auslandsgeheimdienst, den Bundesnachrichtendienst abschaffen als den Verfassungsschutz. Dass das nicht gelungen ist, ist glaube ich nicht systemimmanent. Es kann möglich sein, transparent den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Parlamentarisch, das wäre glaube ich eher das, was wir machen sollten. Deswegen würde ich mich dafür aussprechen, diesen Antrag nicht anzunehmen. Den Antrag, der jetzt hier vorgestellt ist von Kevin, der geht ja über den Antrag, den der Emanuel Schach mit mir beim letzten Mal eingereicht hatten. Wir hatten auch einen entsprechenden Antrag für den BPT, jetzt nicht beim letzten Neumarkt, sondern davor auch eingereicht. Der ist allerdings aus zeitlichen Gründen nicht mehr drangekommen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, was in dem anderen Antrag drinne stand, inwiefern wir jetzt diese Aufgaben von dem Verfassungsschutz dort auch nochmal reglementieren wollten. Nur sollte halt wirklich geguckt werden, inwiefern wir nicht hier über das Ziel hinausschießen im Sinne von bestimmter Argumente, wie jetzt der Fredo ja gesagt hatte, gibt es, die durchaus dafür sprechen. Allerdings gebe ich dir recht, die Funktion des Verfassungsschutzes ist in der Form, also die haben sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert, wie es funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dazu reicht zu sagen, also so grundsätzlich brauchen wir es nicht. Aber trotzdem finde ich den Punkt valide, nochmal hier im Plenum zumindest nochmal entweder zu diskutieren oder dagegen zu sagen oder für den Antrag zu stimmen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich habe noch eine Frage, warum wäre das denn eine gute Idee, das so zu machen, das Landesamt und Bundesamt für Verfassungsschutz abzuschaffen? Also ich stelle mich mal blöd. Also auch wenn das eben jetzt ein bisschen als Argument angeklungen ist, wollte ich jetzt nicht, dass das so verstanden wird, dass ich aufgrund dieser Unfähigkeiten des Verfassungsschutzes im Fall dieser NSU, Skandale oder allgemein rassistischer Gewalt, irgendwie den Verfassungsschutz abschaffen würde, weil ganz abgesehen davon kann man den natürlich reformieren und irgendwie sinnvoller gestalten, dass sowas nicht mehr passiert. Ich halte es nicht ganz für möglich, letztlich geheimdienstliche Arbeit transparent richtig zu gestalten. Es ist sehr schwierig, wenn man Menschen beobachten muss und irgendwie beobachten muss, was ob eine Gefahr von ihnen ausgeht und das irgendwie transparent aufbereiten soll, weil dann wissen die Leute wahrscheinlich, um was es da geht. Man kann es natürlich durch ein Kontrollgremium parlamentarisch machen, und das dann eben, sag ich mal, semiöffentlich oder was tagt. Ganz grundsätzlich halte ich es nicht für, mit unseren Grundsätzen und den Grundsätzen irgendwie einer demokratischen Gesellschaft, für vereinbar, dass es eine Behörde gibt, die eben Menschen aufgrund ihrer politischen Gesinnung und ihrer Ideologie letztlich sortiert in gefährlich und nicht gefährlich. Wenn es jetzt um sowas wie Straftaten geht, ist das für mich polizeiliche Arbeit und Strafverfolgung kann eben auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft machen. Also ich habe eine sehr, sehr lange Liste von dem, was mir am Verfassungsschutz nicht gefällt und ich finde es auch super, dass wir die einzelnen Ämter abschaffen und wir brauchen nur einen Verfassungsschutz und wir haben ja gesehen, was für ein Chaos dadurch entstanden ist jetzt bei den NSU-Sachen, dass wir diese ganzen Ämter hatten. Ich bin außerdem auch deiner Meinung, dass wir keine Gesinnungskontrolle brauchen und dass vieles von dem, was momentan der Verfassungsschutz macht, darauf hinausläuft. Trotzdem bin ich momentan nicht der Überzeugung, dass wir deswegen das Ganze einfach abschaffen sollten, sondern sollte gründlich reformiert werden. Also wenn es nach mir ginge, würde man die Leute, die jetzt da arbeiten, erstmal alle, was weiß ich, zu Postbeamten umschulen und neue Leute einstellen, weil da ist wenig zu machen. Also es müsste wirklich gründlich, gründlich reformiert werden. Aber grundsätzlich ein Amt, was eben Bestrebungen, unsere Verfassung auszuhebeln, auch überwacht, wenn noch keine Straftat erfolgt worden ist, halte ich erstmal für sinnvoll. Also jetzt einfach zu sagen, weil die so schlecht funktionieren, schaffen sie ja jetzt komplett ab. Lasst uns erstmal nur die Landesämter abschaffen und sehen, ob irgendwas da passiert. Wahrscheinlich passiert gar nichts. Und wenn das erstmal funktioniert hat, kann man gerne auch nochmal später darüber reden, auch gleich noch das Ganze abschaffen. Aber momentan würde ich es lieber in einer Reformierung versuchen. Also wäre ich gegen diesen Antrag. Ja, also ich bin auch dafür, dass wir den Antrag so ablehnen. Die Landesverfassungsschutzämter, das ist eine Sache, aber Bundesverfassungsschutz, da geht es darum, dass unsere Demokratie an einem bestimmten Punkt auch meiner Meinung nach wehrhaft sein muss. Also wir sollten schon die Ideen, die man mit dem nationalsozialistischen Vergangenheit, die Sachen, die da gelaufen sind, im Hinterkopf haben, dass man als Staat eine gewisse Wehrhaftigkeit braucht. Man darf sich nicht einfach von irgendwelchen Leuten vorführen lassen. Und da muss manchmal auch eine gewisse Form der verdeckten Arbeit möglich sein, die über das hinausgeht, was die normale Polizeiarbeit leisten kann. Also ich als Sohn eines Kripobeamten habe da so einiges mitbekommen. Und ich kann nur sagen, man muss den Leuten auch ein bisschen mehr mal vertrauen, dass das nicht nur alles böse Menschen sind, die uns hier irgendwie an den Kahn fahren wollen oder sowas. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Danke. Also ich finde es falsch, die Landesämter abzuschaffen und das Ganze dem Bundesamt zuzuschlagen, weil Polizei und Geheimdienste aus guten Gründen in Deutschland föderal aufgebaut sind. Ich habe eine Frage an dich, Kevin, und zwar möchtest du, dass die verdeckten Ermittlungen, die die Landesämter momentan machen, komplett eingestellt werden, auch im Kampf gegen rechts? Oder dass nur noch die Polizei im Fall von Straftaten aktiv wird? Also erstmal steht es der Polizei ja frei, verdeckte Ermittlungen zu machen. Andererseits würde ich sagen, dass wir das Geld, ganz allgemein gesagt, dass wir derzeit eben für diese Behörden ausgeben, viel leichter in, und auch wenn ich da jetzt natürlich ein großes Fass aufmache, erstmal in Bildung stecken können, aber auch in Projekte gegen rechts, die aus der Gesellschaft kommen, Projekte gegen Rassismus, Homophobie und so weiter, und in Programme für Aussteigerinnen und Aussteiger. Und ich denke, da ist das Geld besser aufgehoben, und die machen da deutlich bessere Arbeit, als es der Verfassungsschutz tut. Ja, angesichts der auch momentanen Diskussion und meiner grundsätzlichen Vorbehalte fällt mir das ein bisschen schwer, jetzt hier die Lanze für Verfassungsschutz zu brechen. Aber es ist einfach unwahr, zu sagen, dass er zum Beispiel ein Geheimdienst ist, der mit geheimdienstlichen Methoden ausschließlich arbeitet. Der Verfassungsschutz ist erstmal ein Nachrichtendienst, schöpft, ich glaube, 70, 80 Prozent seiner Informationen mindestens aus öffentlich zugänglichen Quellen. Und wofür du plädierst, ist eine weitere Aufbelegung des Polizeiapparates mit Mitteln, die wir der Polizei gar nicht zugestehen wollen. Das muss in der Behörde sein, das muss gut, gut überwacht werden. Es muss dann auch einen Austausch geben, wo das richtig und wichtig ist mit der Polizei. Aber auf jeden Fall müssen wir da eine eigene Behörde haben. Und nur zu sagen, weil das nicht funktioniert, schaffen wir sie ab. Bei dir ist es was Grundsätzliches, ich weiß es, aber ich habe auch das andere Argument schon gehört. Zu sagen, schaffen wir sie ab, das wäre halt sehr, sehr kritisch aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, wer sich damit mal beschäftigt hat, wer regelmäßig die Verfassungsschutzberichte liest. Da sind Erkenntnisse dabei, die so ich gar nicht von der Polizei zusammengetragen sehen möchte, sage ich mal jetzt vorsichtig. Und vielleicht sollte man sich nochmal sehr eingehend mit der Arbeit beschäftigen, vielleicht dann auch sagen, die Kompetenz, ja, da wird es kritisch. Aber vor allen Dingen fände ich es gut, nicht irgendwo dagegen zu sein, sondern positiv zu sagen, wie kann man das so transparent machen, dass es wieder parlamentarischer Kontrolle unterliegt. Und das ist auch so ein bisschen das Realistischere. Ich habe nichts dagegen, auch unrealistische Forderungen zu haben. Aber das Realistischere insofern, dass wir vielleicht da wirklich mitwirken können, das in eine Kontrolle zu bringen. Und während das mit dem Abschaffen wird meiner Ansicht nach auch eine sehr einsame Forderung bleiben von uns. Wenn ich ein neues Betriebssystem installiere und zu dem gehört ein Virenscanner, ich weiß von diesem Virenscanner, dass er nicht funktioniert, dann schmeiße ich ihn raus. So einfach ist die Sache für mich. Ich habe das dumme Gefühl, dass der Verfassungsschutz genau das nicht macht, was er tun soll und dafür Dinge tut, die er nicht tun soll. Von daher gehört dieses ganze Ding für mich einfach abgeschafft. Einmal das, was der Bern sagt. Und die Demokratie ist dann wehrhaft, wenn die Mehrheit der Bürger hinter der Demokratie steht. Und das schafft man durch die Möglichkeit, die Bürger an der Politik zu beteiligen. Ich habe auch gegen die Menschen, die beim Verfassungsschutz, bei der Polizei oder sonst wo in irgendwelchen staatlichen Organen und Behörden arbeiten, gegen die Menschen habe ich nichts. Und ich habe auch sehr viel Vertrauen zu diesen Menschen. Aber gegen die Organe oder die Organe müssen kontrolliert werden. Das ist nämlich Bestandteil von Demokratie. Und insofern glaube ich auch oder bin ich persönlich der Überzeugung, dass eben der Verfassungsschutz so, wie er ist, nicht funktioniert. Im Gegenteil, er bezahlt letzten Endes Leute, die ihnen Informationen liefern. Und weil er diese Leute bezahlt, ist es dann eben gar nicht mehr möglich, diese Organisationen zu verbieten, weil sie fast nur noch aus diesen Leuten bezahlten Leuten bestehen. Das kann irgendwie nicht so richtig sein. Und deswegen, wie der Bern schon sagte, Virenscanner entfernen, neu installieren. Die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Wer noch auf die Rednerliste möchte, bitte jetzt erkennbar zum Mikrofon gehen. Das macht keiner. Dann endet es bei Michael. Ja, schöne Metapher mit dem Virenscanner. Also meine ich ganz ernst. Allerdings werde ich den Virenscanner nicht einfach so abschaffen, also vom Rechner schmeißen, ohne mir zu überlegen, was ich besser tun kann gegen die Viren. Von daher würde ich diesen Antrag ablehnen und einen Antrag befürworten, der gleich eine Alternative zum aktuellen Verfassungsschutz beinhaltet. Weil nur abschaffen alleine und hoffen, dass sich dann irgendwas Besseres bildet, das hat sich auch vielfach nicht bewährt. Und ja, auf Polizei verlagern oder so möchte ich die Kompetenzen oder die manche Tätigkeiten, die der Verfassungsschutz jetzt macht, auch nicht. Ja, ich würde gerne nochmal daran anschließen, was Markus gesagt hat. Ich denke, es gibt gute Gründe, warum solche Aufgaben föderal strukturiert sind. Und ich bin skeptisch, dass es der richtige Weg ist, jetzt geheimdienstliche Aufgaben dann auf Bundesebene zu konzentrieren. Deswegen, denke ich, ist der Antrag, dass wir sagen, wir schaffen beide, auf beiden Ebenen den Verfassungsschutz ab. Durchaus mit der Möglichkeit, wir setzen was Neues auf, was dann gut überlegte und gut durchdachte Befugnisse bekommt und entsprechend transparent kontrollierbar ist, sollten wir uns für hinterher offen lassen. Aber ich denke, der Verfassungsschutz hat mit all dem, was im rechtsextremen Bereich jetzt gelaufen ist, das komplette Vertrauen verspielt und wir brauchen da wirklich einen gründlichen Neustart. Kevin, Abschlussworte. Ich würde gerne noch an den Punkt von Christian anknüpfen, dass keine Alternativen genannt werden würden. Ich denke, da sollten wir einfach mal in unser Programm schauen. Allein bei dem Punkt zur Extremismusklausel haben wir stehen, dass wir Projekte gegen Menschenfeindlichkeit jeglicher Art unterstützen wollen. Ich denke, das wäre schon mal eine ganz gute Alternative zum Verfassungsschutz und auch eine sicherlich produktive. Ansonsten ganz allgemein, was wir derzeit im Programm stehen haben, halte ich für nicht konsequent und nicht ausreichend. Ich denke, entweder wir gehen diesen Weg und machen es richtig oder wir überlegen uns, wie wir das Problem sonst lösen wollen. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der ist abgelehnt. So, bevor wir weitermachen, ich habe was vergessen. Die Isabel ist heute nicht da und der Karl-Heinzen muss heute ganz allein das Protokoll machen. Gibt es hier einen super jungen, motivierten Mensch, der sagt, hey, ich helfe jetzt dem Kalle? Wir nehmen auch ältere. Du kennst mich schlecht. Ich nehme auch unmotivierte Leute. Ich kann auch jemanden bestimmen. Na komm, also Leute, wir haben heute nicht mehr viel Anträge. Wir kommen relativ gut durch. Vielleicht will der Kalle auch geben wir mal aufs Töpfchen. Sonst macht der Kalle das alleine. Dann kriegt er aber nachher einen extra Applaus. Und jetzt auch einen. Außer meldet sich gerade der Michael und hilft ihm noch. Ich übergebe dann mal an Julia und Mike. So, guten Morgen. Dann machen wir weiter mit dem PA 103. Der Antrag ist von Julia Reda, Christoph Hampe und mir und basiert vom Text und von der Richtung letztlich auf der Arbeit der PG-Fanrechte. Das ist eine Projektgruppe auf Bundesebene, die eine Untergruppe wiederum, eine Arbeitsgruppe ist. Und ein Beschluss der jungen Piraten zu dem Thema. Es gibt weltweit eine Vielzahl von Fanszenen und Fangruppierungen, die sich im Kontext einer großen Subkultur im Bereich von Sportstadien entwickelt hat, sage ich mal. In Deutschland haben wir sehr viele Sportvereine, gerade im Bereich des Fußballs, in dessen Umfeld sich eine große Fanszene jeweils etabliert und organisiert, die bei den Spielen und auch drumherum die Mannschaften und die Teams unterstützt und die Vereine zum Teil auch sehr stark am Laufen hält. Wir haben das Glück, auch in Hessen sehr viele Fanszenen zu haben und Gruppierungen zu haben, die bunte Unterstützung und bunten Protest letztlich in Stadien jede Woche auf die Beine stellen. Leider sehen sich diese Gruppen von großen Kontrollen und Repressalien durch Polizei, Innenministerien und so weiter ausgesetzt und werden in der medialen Debatte leider immer nur als Gewalttäterinnen und Gewalttäter dargestellt und leider sehr wenig ihre schöne, lebendige Unterstützung und Kultur geschätzt, die eben auch sehr viele Chancen auch für junge Menschen birgt. Ich denke, wir sollten da einen anderen Weg gehen. Dieser Antrag spricht letztlich alle großen Themen aus diesem Bereich ab und positioniert und hat eine allgemeine Positionierung zum Ziel. Wir wollen keine Repressalien, wir wollen keine Kollektivstrafen gegen alle, wenn einzelne Leute Straftaten begehen. Stattdessen finden wir Fanszenen super, finden bunte und lebendige Fankultur gut, wollen die unterstützen und wollen die positiven Aspekte gerade auch im Bereich der Jugendarbeit fördern, unterstützen und vorantreiben und dafür eben auch mehr Freiraum im Stadion schaffen, was eben auch erstmal sowas wie Malräume angeht, aber auch Fan-Utensilien in den Kurven und sowas unterstützen und legalisieren letztlich, statt immer nur zu verbieten und einzuschränken. Okay, dann hätte ich jetzt gerne mal ein Meinungsbild. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Das sieht positiv aus. Gibt es Redebeiträge zu diesem Antrag? Ich habe eine Frage. Kannst du nochmal der Versammlung sagen, wo das Ganze schon diskutiert wurde und abgestimmt wurde? Ja, wir haben auf dem Hessen Campus, auf dem letzten, der leider parallel zu den Bestandsdatenauskunftsdemos war und deswegen nicht so groß war, trotzdem haben wir, denke ich, recht produktiv über diese Anträge diskutiert, auch den zweiten, der gleich folgt. Wir haben da einige Kritikpunkte bekommen, die wir leider nicht wirklich umsetzen konnten, was die Zeit angeht. Trotzdem, ich hoffe, dass das jetzt eurer Meinung entspricht, sind die Anträge doch eher positiv aufgenommen worden. Die Kritik, die da jetzt gefallen ist, da geht es hauptsächlich eigentlich eher um ein bisschen missverständliche Formulierungen. Die können wir gerne nochmal in einem neuen Antrag dann überarbeiten zum nächsten Parteitag. Da setze ich mir auch gerne den Hut auf. Ja, ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Ja, Fußballstadien werden aktuell von der Innenpolitik massiv genutzt, um Überwachungsmechanismen zu testen. Mittlerweile ist es so weit, dass bei Fußballstadien von Bundesligisten Zelte aufgebaut werden, wo einfach Leute reingeholt werden, die sich dann komplett entkleiden dürfen und sämtliche Körperöffnungen untersucht werden. So etwas gilt es absolut entgegenzutreten, weil das ist eine Art und Weise, wo einfach eine kleine Gruppe, oder das heißt eine kleine Gruppe ist es nicht, es sind Millionen Fußballfans zum Beispiel in Deutschland, wo die Repressalien ertragen müssen und Überwachungstests ertragen müssen, die dann auf die ganze Gesellschaft ausgeweitet werden sollen. Ich erinnere mich noch an die EM. Wo Indeck quasi getestet werden sollte, was im letzten Moment dann abgeblasen wurde. Fankulturen und Fanszenen, gerade im Fußballbereich, werden von der Innenpolitik in Europa massiv genutzt, um neue Überwachungstechniken auszuprobieren. Es werden Kollektivstrafen verhängt und wir als Piraten lehnen das ab. Und diese Gruppe muss dafür massiv geschützt werden. Und deswegen stimmt diesem Antrag bitte zu. Ich habe mal ein paar Fakten und Zahlen aus der Fußball-Bundesliga. In der Saison 2011-2012 hatten wir weit über 10 Millionen Zuschauer in den Stadien. Laut Polizei gibt es 16.000 Fans, die als gewaltbereit gelten. Und es gab 743 Verletzte. Das sind pro gewaltbereiten Fan 0,05. Was nicht der Fall ist, ist, dass diese Leute verletzt wurden durch Gewalt. Da ist mit drin, dass die Leute die Treppe runtergefallen sind. Wer schon mal bei der Eintracht im Stadion war, die Treppen sind recht steil. Da ist ebenfalls mit drin, wenn du bei schlechten Wettern der Pfütze ausrutschst und dir einen blauen Fleck am Arsch holst, dann zählst du als verletzt. Der Punkt ist, dass wir wirklich ganz, ganz wenig Leute haben, die überhaupt betroffen sind, aber die Rechte von weit über 10 Millionen Leuten einschränken. Das ist absolut unter aller Sau. Und ich bitte euch, diesem Antrag zuzustimmen. Eine Frage direkt an Kevin. Haben wir den Antrag und den Folgeantrag nicht schon im Bundesprogramm drin stehen? Den jetzigen, der Antrag, der jetzt hier beantragt ist, nicht. Wir haben einen Antrag, also dieser Antrag, wie gesagt, basiert eben auf dem Antrag, den wir auf Bundesebene beschlossen haben. Ich finde den ein bisschen schöner, da er eben auch Hessen Bezug hat, ein bisschen an manchen Stellen auf Punkte eingeht, die in dem Bundesbeschluss jetzt nicht drin sind, die aus dem Antrag der jungen Piraten, also dem Beschluss der jungen Piraten übernommen wurden. Der zweite Antrag zu Pyrotechnik, der ist komplett bis eben auf diesen Teil zur Piratenpartei Hessen, derselbe wie der Beschluss auf Bundesebene. Danke. Das ist meine Frage fast überflüssig. Aber das heißt, es gibt zu beiden Punkten schon einen Bundesbeschluss, wobei dieser gerade behandelte Antrag hier noch erweitert wurde, gegenüber dem, was im Bund bereits jetzt beschlossen wurde. Ja. Nehmen wir den Bereich Pyrotechnik. Da ist es so, dass eben Dinge verboten werden, weil, das ist so etwas ganz Typisches, weil man kein Vertrauen in Bürger hat. Ich halte es durchaus für möglich, dass Fankulturen sich selbst ein Stück weit regulieren. Das könnten sie auch jetzt, das tun sie aber nicht, weil sie es nicht einsehen, weil sie eben massiv Repressalien ausgesetzt sind. Übrigens wäre das ein schönes Beispiel, wie man ein soziales Problem auch technisch lösen könnte. Also wir sollten vielleicht noch zusätzlich einen Preis ausschreiben, wie man Pyrotechnik abbrennt, die nicht so heiß wird. Das zweite ist, worauf ich mal hinweisen will. Ich hatte eine Weile so eine Businesskarte. Das war auch schon nach 2006 im Waldstadion. Also schon ein volles Programm mit Scannern und allem drum und dran. Mit der Businesskarte fahrt ihr mit einem Auto in die Tiefgarage, fahrt mit dem Aufzug hoch und steht auf eurem Platz. Ich hätte da mit ganzen Sprengstoffgürteln reinlaufen können. Du bist kein einziges Mal kontrolliert worden. Es gibt da also auch eine ganz massive Zweiklassengesellschaft. Wenn du Kohle hast und wenn du dir das erlauben willst, dann kannst du da mitbringen und tun und lassen, was du willst. Gut, die gehen zu Recht davon aus, dass die jetzt nicht Pyro abbrennen. Aber das ist auch eine Sache, die eben so gar nicht geht. Und die würde man eben auch damit hinbekommen, dass man einfach den Druck von allen wegnimmt. Also bitte für den Antrag stimmen. Ja, ich kann dem Antrag leider nicht zustimmen. Ich werde mich deswegen auch enthalten. Das liegt hauptsächlich an dem Grund Kosten. Da werden Kosten für sportliche Regelveranstaltungen, die wirklich durch den Spielplan festgelegt sind, verglichen mit einer Demokratie. Eine Demokratie einer Demonstration zum Beispiel ist eine Demokratie. Und die Demokratie muss immer unterstützt werden. Wenn die Polizei denkt, dass sie da sein müsste, müsste sie da sein. Beim Fußball ist es halt eher so, dass man schon grob davon ausgehen kann, dass irgendwie kracht, was vielleicht auch schon wieder daran liegt, dass die Polizei da ist. Aber ich kann die Kosten da nicht vergleichen zwischen einer Demo, die spontan entstanden ist, aus welchem Grund auch immer, oder eine Regelsportveranstaltung. Und Vereine, die noch Gewinne machen dabei, und zwar richtig Gewinne, die sollen sich bitte an den Kosten beteiligen. Für eine bunte und lebendige Fankultur, das heißt, die Kräfte der Fans zu unterstützen, die mit ihrer Lebendigkeit und mit ihren alternativen Vorstellungen auch ein Gegenmodell zu den Profiklubs sind, die ja längst zu Kapitalgesellschaften degeneriert sind. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, die Fans zu stärken gegenüber der Einflussnahme rechter Kräfte. Ich denke, das sind zwei gute Gründe, diesem Antrag zuzustimmen. Die eine Sache, die ich sagen wollte, ich glaube, auf Bundesebene haben wir das ins Wahlprogramm geschrieben und nicht ins Programm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, das ist jetzt ein Programmantrag auf Landesebene. Das heißt, es wäre schon nochmal was anderes. Und wir können es auf Landesebene natürlich auch nochmal ganz anders angehen als auf Bund. Und ich finde es auch einfach deswegen wichtig, weil wenn diese ganze Pyrotechnik verboten wird, es kann man wieder nicht restlos kontrollieren. Es wird trotzdem reingeschmuggelt, es wird in der Menge gezündet. Es ist viel, viel gefährlicher, als wenn man es zulässt in begrenzten, sicheren Bereichen. Es ist genau dasselbe, warum wir auch unsere Drogenpolitik so bestimmt haben, wie wir es haben. Weil man es nicht restlos kontrollieren kann und weil es so einfach sicherer und besser für die Menschen ist. Der Punkt mit der populistischen Forderung nach Kostenübernahme durch die Vereine. Ist das so bereits im Bundesprogramm verabschiedet worden oder ist das in diesem Antrag neu hinzugekommen? Aus meiner Sicht handelt es sich dabei nicht nur um eine populistische Forderung. Also ich bin kein Fußballfan, ich kann den Rest von dem Antrag durchaus unterstützen. Aber ich sehe eigentlich nicht ein, also wir würden ja auch die Kosten für die Polizei deutlich senken, wenn wir eben weniger Überwachung machen würden. Nichtsdestotrotz ist es ein Multimillionen-Euro-Business, was da im Fußball läuft. Das ist gewinnorientierte Unternehmen und das hat überhaupt nichts mit Demonstrationen und so zu tun. Und von daher weiß ich nicht genau, warum das eben aus die Sicherung dieser Veranstaltung aus öffentlicher Hand geleistet werden muss. Also ich sehe das nicht als populistische Forderung und habe mit diesem Absatz meine Probleme. Ich werde trotzdem dafür stimmen, aber nochmal einfach noch die Frage an dich. Ist das jetzt ein neuer Punkt, der hinzugekommen ist oder haben wir den im Bundesprogramm schon stehen? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß, dass die Formulierung, wie sie auch dort steht, aus dem Beschluss der jungen Piraten übernommen wurde. Dazu vielleicht auch nochmal ganz allgemein. Ich denke, da wird ein Stück weit verkannt, dass der Weg zum Stadion eben das Problem ist und nicht das Verhalten der Polizei oder der Einsatz der Polizei auf dem Stadiongelände. Das sind private Sicherheitsunternehmen, die dort sind und eben nicht die Polizei, zumindest meistens. Wenn ich an einem Bahnhof aussteige und zum Stadion laufe, auch in einer größeren Gruppe, geht es um den Polizeieinsatz an genau dieser Stelle, die Polizeimaßnahmen an genau dieser Stelle. Und wir sollten nicht vergessen, dass auch im Stadion, also auch wenn das manche Fanszenen vielleicht nicht hören wollen, eben sehr viel Politik betrieben wird. Und eben die Forderung auch nach Freiraum im Stadion ist eben eine politische Forderung. Die Forderung nach Legalisierung von Pyrotechnik ist eine politische Forderung. Und so gesehen denke ich, ist der gemeinschaftliche Weg einer größeren Fangruppe zum Stadion durchaus mit einer Demonstration zu vergleichen. Ich finde zwar unter politischer Hinsicht diesen Vergleich schwierig, aber Sportveranstaltungen sind ein wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Kultur. Sportstätten werden deswegen von der öffentlichen Hand auch wesentlich mitfinanziert, weil sie genau das sind. Sie sind Orte eines wichtigen gesellschaftlich-kulturellen Prozesses. Das kann man durchaus auch aus öffentlichen Mitteln fördern beziehungsweise absichern. Also was die Polizei ja macht, man kann darüber diskutieren. Das würde ich auch vielleicht als Folgeantrag für einen kommenden LPT mal machen, dass man das noch differenziert, gerade wenn Vereine daran viel Gewinne machen. Aber finde ich jetzt hier nachrangig im Verhältnis zu dem Rest des Programmantrages. Von daher werde ich dem auch zustimmen. Ja, ich finde es auch ein bisschen doof, dass wir jetzt schon wieder auf diesem Kostenaspekt rumreiten. Nicht alle Vereine sind monster kommerziell. Wir haben zum Beispiel St. Pauli und andere Vereine, die eben auch über nicht viel Kohle verfügen. Ja, und wo wollen wir denn die Grenze ziehen? Weil im Eishockey-Spiel, wo zum Beispiel die Alliance dann auf das Publikum von der Dippemess treffen, wo auch Polizei ist, da bezahlt es der Steuerzahler und sonst die Vereine das doch Bullshit. Lasst uns doch einfach diesen Antrag annehmen. Danke. Die Kosten für die Polizeieinsätze sind gar nicht so hoch, wie hier mancher glaubt. Daher finde ich das Argument auch nicht zulässig. Und mir ist es allemals lieber, dass die öffentliche Hand ein paar Polizeieinsätze bezahlt, als dass ich mir den Arsch leuchten lassen muss. Die Polizeieinsätze ließen sich auch durch Ordnerauflagen reduzieren. Wie sie auch bei Demonstrationen notwendig sind. Also bei einer Demo ist der Veranstalter auch verpflichtet, Ordner zu stellen. Das heißt, die Stadionbetreiber können auch verpflichtet werden, entsprechend eigene Sicherheit, private Sicherheitskräfte zur Verfügung zu stellen. Das fände ich sehr, sehr sinnvoll, wenn das so gemacht wird, weil die dadurch auch den Großteil der Kosten tragen. Das ist auch genau das, was dieser Antrag nicht ausschließt. Deswegen nehmt diesen Antrag bitte an. Okay, hiermit ist die Redeliste geschlossen. Du darfst aber noch, ja. Ja, um den Jan zu ergänzen, das wird ja auch gemacht, es gibt schon Ordner. Das kann man natürlich dort mehr machen, wo auch Geld verdient wird. In der Aufzählung haben mir noch ein paar andere Sachen gefehlt. Kirchentage, große Musikveranstaltungen, die Liste, die Sie sich beliebig fortsetzen. Also bitte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht so ein Fußballfreund, nur dass da so ein paar Klubs kicken können. Darum geht es nicht. Es geht um ganz andere Werte und zwar genau solche, für die sich Piraten einsetzen. Alles klar, ein Abschussstatement? Ja, auch wenn ich vielleicht, das jetzt taktisch nicht so klug ist, würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt mit den Ordnerinnen und Ordnern eingehen. Erstmal würde ich davon wirklich Abstand halten auf einem Gebiet, das eben nicht das Stadiongelände oder eben das Gelände dieser Halle ist, privatisierte Sicherheitsunternehmen zu benutzen. Ich denke, das sollte schon die Polizei machen, da einfach dann die rechtliche Lage auch für Leute, die unter Umständen von Willkür oder Gewalt betroffen sind, da dann ein bisschen schwierig wird. Zu diesem Ordnungspersonalpunkt haben wir hier in diesem Antrag stehen, dass wir einmal eben auf menschenunwürdige Kontrollen durch dieses Personal verzichten wollen und dass wir sogar so weit gehen und da knüpfe ich an Jans Beitrag an, dass wir in Fankurven, gerade bei Auswärtsspielen, eigenes Personal, wenn sogar des Vereins, des Auswärtsvereins letztlich oder sogar der Gäste-Fanszene benutzen wollen. Das ist beispielsweise in Düsseldorf in der Heimkurve dort so, dass die Fanszene sich selbst ums Ordnungspersonal kümmert und so findet eben diese vorhin schon angesprochene Regulierung der Fanszene unter sich statt und ich denke, da kann man gemeinschaftlich den Leuten, also die Leute können gemeinschaftlich da sehr viel besser auf Probleme antworten, als es jetzt die Polizei machen sollte oder könnte. Nehmt den Antrag bitte an, ich denke, der passt sehr gut in unser Programm und auch wenn der schon im Bundesprogramm steht, sollten wir den auch im hessischen Landesprogramm zur Landtagswahl stehen haben. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der ist angenommen. Okay, damit sind wir mit diesem Block zu Ende und wir kommen zu den Dringlichkeitsanträgen. Ihr braucht einen Geo-Antrag auf Verlängerung des Blocks. Der ist nicht angekommen. Stefan? Jetzt muss ich mal nachgucken, ob wir dafür... Brauchen wir nicht? Genau, eine Begründung. Okay, wir haben in dem Block Inneres noch einen Antrag, der da kommt. Der hat ebenfalls mit Fanrechten und Pyrotechnik zu tun. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Das wird relativ schnell gehen. Deswegen würde ich gerne diesen Bereich Inneres noch verlängern, damit wir das noch schnell abarbeiten können. Okay, ja, ihr hebt schon die Kärtchen. Wer ist für oder gegen den Antrag? Alles klar dafür. Dann bitte den Nächsten. Ja, wie der Stefan schon gesagt hat, das Stichwort Pyrotechnik ist eben oft gefallen. Der Antrag, der hier vorliegt, ist ein Antrag, der genauso eben von der PG-Fanrechte erarbeitet wurde. Der wurde eins zu eins kopiert, bis auf eben Piratenpartei Hessen statt Piratenpartei Deutschland. Der wurde auch auf Bundesebene beschlossen. Es geht darum, dass in Fankurven Pyrotechnik häufig als Mittel zum Ausdruck von Emotionen oder zur Darstellung in Choreografien genutzt wird, obwohl es eben verboten ist. Begründet wird das meistens mit einer recht hohen Gefahr durch die Hitze der Pyrotechnik. Trotzdem wird es gemacht. Beispielsweise Bengalos, wie man das nennt, werden ins Stadion geschmuggelt letztlich, was eben zu diesen Einlasskontrollen irgendwie führt. werden zwischen den Leuten vermummt und geschützt gezündet, was dazu führt, dass eben eine viel höhere Gefahr entsteht, als wenn man die einfach kontrolliert abbrennen würde. In manchen anderen Ländern ist das Ganze erlaubt. Beispielsweise Österreich und glaube ich auch Norwegen hat das im Nachhinein sogar noch gemacht, nachdem es eben Verbote gab. Geht da den Weg, dass es wie bei Trommeln oder bei Megafonen das Ganze namengebunden beispielsweise ist. Das heißt, fünf Leute oder zehn Leute dürfen zu festgeschriebenen Zeitpunkten, beispielsweise am Anfang der ersten Halbzeit, am Anfang der zweiten Halbzeit im Fußball oder so, als Teil der Choreografie Pyrotechnik benutzen. In manchen anderen Stadien weltweit ist das sogar einfach so erlaubt. Ich denke, wir sollten da mehr Vertrauen in die Menschen setzen, dass sie das, wenn ihnen Vertrauen gegeben wird, auch verantwortungsbewusst einsetzen. Pyrotechnik gehört für viele einfach zum Ausdruck ihrer Emotionen im Stadion. Gibt ein schönes Bild. Wenn sowas irgendwie in der Champions League passiert, ist immer von südländischer Stimmung die Rede. In Deutschland wird das kriminalisiert und verpönt. Finde ich sehr schade. Wir sollten den Menschen, wie gesagt, Vertrauen geben, das Ganze legalisieren und schauen, was dann passiert. Vielen Dank. Dann bitte ich um ein Meinungsbild. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Das fällt positiv aus. Gibt es Redebeiträge zu diesem Antrag? Ja, ich kann den Antrag nur unterstützen, weil ich kenne es von der Galaxy. American Football gibt es ja leider nicht mehr oder auch von den Frankfurt Lions, Eishockey, wo das ja auch ein Teil des Einlaufs der Mannschaft jeweils gemacht ist und das ist einer der schönsten Momente, auch wenn man ins Stadion oder in die Halle halt geht. Und wenn wir es aus der Illegalität rausbekommen und halt legal machen, das ist das Beste, was wir tun können. Dann haben wir auch gleich etwas weniger Sicherheitsprobleme und auch keinen Grund zur Überwachung. Das ist genau das, wofür wir Piraten hier stehen und auch kämpfen. Und auf der anderen Seite, man hat gestern bei der Champions League Finale gesehen, hat selbst in London ist es geschafft worden, Pyrotechnik ins Stadion zu schmuggeln, obwohl die sicherlich viel geringere Standards haben, was die Überwachung von Menschen oder die Skrupel angeht. Und auch sogar gedroht haben, die Leute zu verhaften, die das machen. Das wurde trotzdem gemacht. Also lasst es uns legalisieren, dann haben wir das Problem nicht mehr. Danke. Gibt es weitere Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer ist für oder gegen den Antrag? Der Antrag ist angenommen. Ja, ich bin mir sicher. Dann beenden wir den Block und kommen zu einem Positionspapier. Chancengleichheit im Bildungssystem. Du hast das Wort. Okay, ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Deutschland ist das Land mit sehr schwierigen Chancen in der Bildungspolitik. Aufstiegschancen, wenn man einmal irgendwo einklassifiziert wird, dann macht man auch seinen Hauptschul- oder Realschulabschluss. Das betrifft besonders auch Menschen mit Migrationshintergrund. Dieses Positionspapier ist eine Kopie aus Berlin. Dort ist es abgestimmt worden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das annehmt. Einfach als Aussage, dass wir uns für Chancengleichheit im Bildungssystem einsetzen. Danke. Dann hätte ich gerne ein Meinungsbild. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Gibt es Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für oder gegen? Der Antrag ist angenommen. Danke. Dann kommt jetzt Positionspapier 02, Bekenntnis zur Schulpflicht. Den ziehe ich zurück. Möchte da jemand den Antrag übernehmen? Ja, ich übernehme den. Wir haben da schon x-mal eine Diskussion drumherum gehabt. Und ich finde es sinnvoll. Kannst du bitte auf die Bühne gehen? Dann gerne auch von hier. Ich übernehme den, denn wir hatten schon x-mal eine Diskussion drumherum. Der Antrag ist gut geschrieben. Der Antrag ist gut geschrieben. Damit würden wir uns klar zur Schulpflicht bekennen. Wir hatten da auch schon ein Meinungsbild, das könnte uns sehr helfen, gewisse Diskussionen zu vermeiden. Wir haben auch einen konkurrierenden Antrag, guckt euch die bitte beide an und sinngemäß konkurrieren. Ich weiß nicht, ob die konkurrierend abgestimmt werden und ich würde darum bitten, das jetzt abzustimmen. Vielen Dank. Ich finde das merkwürdig, dass gestern ein Abund… Achso. Ich hätte gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag, dafür oder dagegen. Der ist leicht positiv. Redebeiträge? Also ich finde das merkwürdig, dass die Rechtslage gestern ausreichend war und wir uns dann nicht dazu bekannt haben, diese ausreichende Rechtslage zu bestätigen und dass heute wieder die Rechtslage ausreichend ist und wir wieder diese Rechtslage bestätigen sollen und das jetzt auf einmal funktionieren soll. Da ist irgendwie so eine innere Inkonsistenz. Kannst du da nochmal drauf eingehen, ob man sich jetzt innerhalb der Piratenpartei dafür aussprechen darf, bestehende Rechtslagen zu bestätigen oder ob das ganz generell deiner Meinung nach Unsinn ist? Erstens handelt es sich hier um ein Positionspapier. Zweitens halte ich es in diesem Fall für sehr sinnvoll, wenn wir diese Sache hier abstimmen. Da wir zu diesem Thema bereits intensive Diskussionen hatten und haben und ich denke, dass es hilfreich ist, wenn wir eine Position, die von einem Parteitag abgestimmt wurde, haben zu diesem Thema. Ja, also Schulpflicht hat geschichtlich Sinn, nämlich da, wo man die Bauernkinder von den Äckern in die Schule geholt hat und aus den Bergwerken in die Schule geholt hat, damit man Kinderarbeit verhindert hat. Was wir brauchen, ist keine Schulpflicht, sondern eine Bildungspflicht. Und die sollte möglichst vielfältig sein. Applaus Schulpflicht selber gibt es, glaube ich, nur in ganz wenigen europäischen Staaten. Die haben alle mittlerweile Bildungspflicht, weil das einfach vielfältiger ist und sinnvoller. Und das kann man dann irgendwie piratisch ausgestalten. Ich bitte, den Antrag abzulehnen. Applaus Also es gab hier schon sehr viele Diskussionen. Das ist durchaus richtig. Ich finde es nicht, diese Diskussionen haben meinem Eindruck nach kein einheitliches Bild gebracht, da jetzt hinzugehen. Also diesen Antrag sehe ich ein bisschen eine Begründung, wenn es eine reine Diskussionsvermeidungsantrag ist. Das kam so ein bisschen rüber für mich, das finde ich jetzt nicht unbedingt richtig. Die andere Sache ist, es gibt überall, und wir haben ja gestern auch die Menschenrechte, es gibt diese Bildungspflicht, hinter der ich hier dahinter stehe. Die Sache Schulpflicht heißt ja, dass man an einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort einen gewissen Lerninhalt zu machen hat. Und das ist der Unterschied zwischen Bildungspflicht. Da geht es nur darum, dass man was lernt und die Sachen nachher kann und auch die Chancen hat, dass man es lernen kann. Schulpflicht ist Ort und Zeit und das finde ich, muss nicht unbedingt sein. Ich würde dafür sein, den Antrag abzulehnen. Sepp, warte mal kurz bitte. Soweit wir das hier überblickt haben, sind der 02b und 02c konkurrierend zu dem Zweier. Ja. Das bedeutet, wir haben einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Wir möchten bitte also die beiden Antragsteller bitten, ihre Anträge erst vorzustellen, bevor wir die allgemeine Diskussion zulassen. Bei konkurrierenden Anträgen müssen wir herausfiltern, welcher Antrag am Ende abgestimmt wird. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, Bastian Zapf für den 02b. Bitte einmal nach oben und vorstellen. Die Antragsteller bleiben bitte in der Nähe der Bühne, weil sie dann zu dritt oben auf der Bühne Rede und Antwort stehen werden. Also, wie man dem Antrag ansieht, bezieht er sich überhaupt nicht auf die Formulierung, ob es jetzt Schulpflicht heißt oder Bildungspflicht. Das Problem ist für mich persönlich oder in meinen Augen nicht etwa das Wort oder die Formulierung, sondern das Problem ist die Ausgestaltung. Diese ist bei den jetzt bestehenden Schulen ziemlich eintönig und dieses Problem muss angegangen werden. Wie das Wort dann, was man dafür verwendet, heißt, das ist mir mehr oder minder gleichgültig. Das heißt, von mir aus kann man auch für die Schulpflicht sein, wenn man für eine vernünftige Schulpflicht ist. Aber das, was wir da derzeit haben, ist ja eine Katastrophe. Ein Meinungsbild zu diesem Antrag? Für oder gegen diesen Antrag? Der fällt leicht negativ aus. Dann Olaf Finken. Finken? Okay. Wer kann den Antrag vorstellen? Übernimmt jemand diesen Antrag bitte? Oder nicht? Okay. Ich glaube nicht, dass Olaf möchte, dass dieser Antrag positiv abgestimmt wird. Das ist mehr ein ironischer Antrag, der sich auf meinen Antrag bezog und der das Ganze versucht hat, etwas zu karikieren. Ich glaube, das ist kein Antrag, den wir jetzt direkt unbedingt so in der Form abstimmen wollen. Also nein, ich kann den nicht zurückziehen. Der Olaf ist nicht da. Also der steht im Raum. Ich wollte es nur dazu sagen, wenn ihr den jetzt toll findet, dass der vielleicht doch nicht so toll ist. Okay. Ein Meinungsbild zu diesem Antrag, bitte. Ah, Leute, ey. Durchwachsen. Ich will. 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 Das waren drei. Okay. Dann möchte ich jetzt bitte alle drei Antragsteller oder zwei in dem Fall auf die Bühne bitten und Redebeiträge zu den Anträgen. Dann sage ich jetzt noch mal etwas pro Schulpflicht. Ich bin da vielleicht etwas konservativ und würde da sogar noch weitergehen, denn ich würde sogar auch eine Kindergartenpflicht fordern. Denn ich komme aus Kelsterbach. Wir sind da freiwillig hingezogen. Kelsterbach ist eine Stadt mit einem sehr hohen Anteil an Migranten. Das ist prinzipiell natürlich mal überhaupt gar nichts Schlimmes, hat aber auch gewisse Herausforderungen. Und eine dieser Herausforderungen ist, dass bei der Einschulung von Kindern, die ja aufgrund der Schulpflicht und des Schulzwangs erfolgt, regelmäßig festgestellt wird, dass Kinder mit sechs Jahren noch kein Wort Deutsch sprechen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte, vor allem auch für die Kinder, weil diese natürlich einen deutlich schwereren Start ins Leben haben. Man kann natürlich versuchen, dann in diesem Alter noch durch Fördermaßnahmen korrigierend einzugreifen und den Kindern also eine Chancengleichheit zu ermöglichen. Aber ich denke, es wäre sehr sinnvoll, gerade im Interesse der Kinder doch deutlich früher ihnen dabei zu helfen, sich mit anderen Menschen in Deutschland austauschen zu können. Und darum bin ich sehr stark dafür, dass wir uns für eine Schulpflicht aussprechen. Ein Moment bitte, mir ist es hier zu unruhig. Könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Danke. Also ich bin ganz klar für ein Bekenntnis zur Schulpflicht, wie es in dem PA 002 gefordert ist. Und möchte auch nochmal unterstreichen, dass wir ja auch in unserem Bildungsprogramm bereits dafür uns aussprechen, dass Eltern auch an die Möglichkeit der Kindergärten erinnert werden. Die Schulpflicht, so wie sie in Hessen im Moment existiert, in Deutschland existiert, vermischt eigentlich zwei Anliegen. Das eine Anliegen ist, dass Kindern Bildung zu geben, sie in bildende Verhältnisse zu bringen. Das andere ist das einer Sozialsorge. Also das heißt, die Kinder zum Beispiel davor zu bewahren, dass sie keine sozialen Kompetenzen entwickeln, weil sie von ihren Eltern zu Hause isoliert werden oder solche Sachen. Beide Anliegen sind vermutlich unstrittig, dass die wertvoll sind. Ich finde es aber sehr problematisch, die Anliegen zu vermischen. Auch deswegen, weil das verhindert, dass man sie separat optimal durchführen kann. Der Antrag, die Schulpflicht abzulehnen, heißt zunächst mal ja nicht, dass die Bildung eingeschränkt wird, sondern er bedeutet in der Folge, dass man das Problem der Sozialsorge separat angehen und regeln müsste. Was ich richtig fände, das geht auch in die Richtung der Kindergartenpflicht, die zum Beispiel der Christian Hufgard gerade erwähnt hat, das finde ich durchaus richtige Anliegen. Aber in der Vermischung als Schulpflicht finde ich es ungeschickt. Deswegen würde ich dem Schulpflichtantrag nicht zustimmen. Den Antrag mit den Menschenrechten, also den 2b, finde ich deswegen problematisch, weil ich den Verweis auf die Menschenrechte als halb gar empfinde und so nicht in unserem Programm stehen haben möchte. Also der Antrag, der sehr relativ lange Text dieses Positionspapiers, den wir hier eben verabschieden, den A-Antrag, da steht unter anderem drin, damit die Schulpflicht nicht als zwangempfunden wird, sollen die Instrumente zur Mitwirkung durch Eltern und Kinder gestärkt und weiterentwickelt werden. Alternative Schulkonzepte, die große Freiheiten und Selbstbestimmung ermöglichen, wie zum Beispiel Reformpädagogische Ansätze und demokratische Schulen sollen gefördert werden. Es geht also da hier nicht darum, einfach den Status quo zu bewahren, sondern auf Basis der jetzig bestehenden Schulpflicht auch mehr in Richtung mehr Individualität und mehr Vielfalt zu ermöglichen. Von daher bin ich für diesen Antrag. Und wer da noch Zweifel hat, möge bitte auch den Rest vom Text einfach mal lesen. Danke. Also es tut mir sehr leid, aber Schulpflicht ist Zwang, das ist egal, wie es empfunden wird. Es ist einfach ein Zwang. Gerade eben haben wir uns gegen Verbote und für eine freie Entfaltung ausgesprochen bei Fanrechten. In welcher Partei sind wir, dass wir das in Bildung anders machen wollen? Entschuldigung. Ich habe es mitbekommen. Alles gut. Jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr von ABC. Ich glaube von A ist es also Bekenntnis zur Schulpflicht in Form, wie es jetzt im hessischen Gesetzbuch steht. Ich hatte das zumindest mal nachgegoogelt, wie waren die Vorgänger. Also ich finde es ein bisschen kritisch, dass man sich in der hessischen Gesetzgebung ausgerechnet ein Gesetz raussucht und sagt, da tun wir uns zu bekennen, dass in seiner Schreibweise bis auf ein Wort aus der Gesetzgebung vom Dritten Reich übernommen ist. Pflichtweg. Also das Reichsdeutsche, das Reichsdeutsche Schulen wurde reichsdraus gestrichen. Das ist so ziemlich die einzige Änderung. Ich weiß, dass es zu dem Thema Schulpflicht, Nichtschulpflicht, Bildungspflicht und so weiter und so fort einen großen Streit gibt in der Partei überhaupt. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt hier per Entscheid lösen können in irgendeiner Form. Das wird weitergehen. Dann werden die Gruppen halt wieder einen Antrag stellen, dass das Ganze wieder aufgehoben wird und so weiter und so fort. Und ich bin im Moment auch hochgradig unzufrieden mit unserer Schulpflicht. Im Moment spricht mich aber keiner von den Anträgen an. Also im Moment, finde ich, bringt keiner von den Anträgen wirklich eine Alternative, die ich annehmen kann. Und deswegen bin ich dafür, einfach alle abzulehnen. Applaus Nur ganz kurz was zu diesem Thema Justiz oder in dem Fall Gesetzeshistorie. Das ist leider nicht so ganz greifend, dieses Totschlagargument, dass das in seiner Form schon mal von den Nazis formuliert wurde. Wir haben sehr, sehr viele Gesetze, zum Beispiel Versicherungsvertragsgesetz. Das ist in seiner Form auch von 36 oder so. Also da muss man schon wirklich die Lesart dann auch interpretieren, ob das dann wirklich was mit dem Dritten Reich zu tun hat. Ansonsten ist das ein recht unfaires Argument, wann mal irgendwelche Vorgängergesetze irgendwann formuliert wurden. Applaus Also ich habe den Antrag ja aus dem Grund zurückgezogen, den Ahr. Ich wollte eben diese Diskussion hier nicht führen, weil es auch nicht sinnvoll ist. Weil das Problem ist, dass wir uns hier nicht darauf einigen können, ob wir jetzt Schulpflicht haben wollen oder Bildungspflicht, die Schulpflicht kritisieren oder nicht. Und es bringt auch nichts, weil die Diskussion wird weiterlaufen, egal ob wir dieses Positionspapier oder eines davon annehmen oder nicht. Und deswegen würde ich alle ablehnen, bitte. Danke. Applaus Gibt es weitere Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann werden wir alle drei jetzt konkurrierend abstimmen. So. Achso, ja. Sorry. Absturzstatement. Bekenntnis zur Schulpflicht. Ich bitte darum, sich den Antrag mal anzuschauen, bevor ihr darüber entscheidet, insbesondere bevor ihr ihn ablehnt. Ich finde es sehr gut gelungen. Zum Beispiel steht da drin, Schulpflicht soll nicht als reine Anwesenheitspflicht, sondern vielmehr als Bildungspflicht verstanden werden in beide Richtungen. Die Schulpflicht dient dazu, die Rechte der Kinder sicherzustellen, auch gegen den Willen der Eltern. Ja, sie sorgt auch für Zwang. Wir haben in vielen Bereichen des Lebens Zwang, der als gesellschaftlich sinnvoll empfunden wird. Das müsst ihr entscheiden, ob das in diesem Fall auch so ist. Es steht ausdrücklich unter anderem drin, durch die Stärkung des selbstbestimmten Lernens, der Wahlmöglichkeiten sowie der individuellen Beratung und Hilfestellung soll Schule zu einem ganzheitlichen Lern- und Lebensraum weiterentwickelt werden. Da steht auch, dass es zum Beispiel alternative Schulkonzepte gefördert werden sollen. Das heißt, es soll durchaus eine Wahlmöglichkeit gehen. Es soll nicht nur die Pflicht gehen, in eine bestimmte Staatsschule zu gehen. Die Schulpflicht sorgt auch dafür, dass nicht im Extremfall soziale Trennung entstehen kann, dadurch, dass reiche Eltern sich eben Privatlehrer leisten und ärmere Leute dann Pech haben, weil das Schulsystem verkommt, sondern sie sollen sich gemeinsam an einem gemeinsamen, guten Schulsystem arbeiten. Und aus diesen Gründen halte ich die Schulpflicht für sinnvoll. Die Schulpflicht ist auch nicht die Schulpflicht nur in normalen Schulen. Da wird in dem Antrag ausdrücklich sich dafür ausgesprochen, auch dezentrale, modernere Bildungssysteme zu entwickeln und diese auch zu erlauben. Deswegen, bevor ihr diesen Antrag ablehnt, schaut ihn euch bitte an, ob ihr dem zustimmen könnt und stimmt dann über den Antrag ab. Vielen Dank. Also vielen Dank, Jan, dass du das eben so schön ausgeführt hast, wo nämlich genau der Widerspruch in diesem Antrag ist. Er fängt an damit, die Schulpflicht, wie sie in Hessen im Gesetz steht, in Ordnung zu finden und dann definiert es was ganz anderes darunter. Das ist nicht die Schulpflicht, die wir in Hessen haben. Wir wollen eine ganz andere. Nämlich, was du eben vorgetragen hast, ist viel näher an dem, was sinnvoll ist. Das heißt, der Text fängt an damit, das hessische Schulgesetz, so wie es ist, anerkennen zu wollen und dann steht im Text aber genau das Gegenteil. Das ist zumindest meine Meinung. Mein eigener Antrag war, wie der Sepp schon bemerkt hat, sicherlich nicht ernst gemeint, aber er sollte genau zeigen, wo die Probleme mit Schulpflicht sind, so wie sie jetzt definiert ist. Wir können sicherlich darüber reden, über eine Bildungspflicht, sonst was, andere Ausgestaltungen, aber so wie das momentan im hessischen Schulgesetz steht. Das ist auch mit dem Schulzwang in Verbindung. Das kann man nicht getrennt sehen. Ja, ich bitte euch, die Anträge alle abzunehmen. Ja, der Olaf hat jetzt schon eine Menge vorweggenommen. Tatsächlich ist es ja so, dass sehr viel von dem, was ich an Schulen kritisiere, innerhalb der Gesetze geregelt ist und auch innerhalb von sogenannten Verordnungen mit Gesetzeskraft. Da gibt es also zum Beispiel eine Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses, in der unter anderem drinsteht, wie lang so eine Stunde zu sein hat. Das steht da natürlich nicht wörtlich drin, aber es steht da tatsächlich 45 Minuten drin, aber das steht da nicht drin, dass man keine anderen Schulen betreiben darf. Es werden aber witzigerweise trotzdem keine anderen Schulen betrieben. Das sehe ich als problematisch an. Mit meinem Antrag wollte ich eben nicht direkt auf die Schulpflicht heraus, ich habe den aber in Konkurrenz festgestellt, da er ja, wie soll man sagen, die Existenz von Schwulen erst einmal anerkennt und auch die Existenz von elterlicher Fürsorge, dass er sich aber gegen Gewalt und Zwang in dieser, in diesen Fürsorgen, die ja durchaus berechtigt sind, ausspricht. Das steht nicht, wir lehnen jetzt die Schulpflicht ab oder sowas. Das steht da eben nicht und darum bitte ich diesem Antrag zuzustimmen. Okay, also wir stimmen die Anträge konkurrierend ab. Okay, wer ist für zwei? Nur die blauen bitte. Okay, wer ist für zwei? Nur die blauen bitte. Okay, und wer ist für zwei C? Nochmal die zwei bitte. Und die B? 2 B? Wir stimmen die zwei ab. Okay. Ihr habt nicht die Frage gestellt, ob wir keinen von allen haben wollen. Ah, okay. Wer möchte keinen von beiden? Äh, von den dreien? Ah, ja. Alles klar. Ja, damit sind die alle abgelehnt. Okay, also wir haben einen Gewinner. Die Stimmkarte 18641 kann vorne beim Antragsbüro abgeholt werden. 18641. Also der PPA 0. Wir unterbrechen kurz. Okay, es geht weiter. Wir machen jetzt wieder Satzungsänderungsanträge. Und der erste ist der Satzungsänderungsantrag 02. André Hoffmann. So, hurra, endlich wieder Satzungsänderungsanträge. Meiner ist relativ schmerzfrei. Wir haben in der Satzung einen Paragraphen, nach dem man frei die KV wählen darf. Es ist gelebte Praxis, dass die Änderung oder der Antrag auf Wechsel eines KVs per E-Mail erfolgt. In der Satzung steht noch, es muss schriftlich erfolgen, also per Brief. Das Ganze wird jetzt einfach gefixt, indem Schriftform durch Textform ersetzt wird. Das heißt, solche Anträge auf KV-Wechsel können auch dann offiziell per Mail gestellt werden, wie es eigentlich schon gelebte Praxis ist. Deswegen einfach annehmen, damit das gefixt ist. Dann hätte ich gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Gibt es Redebeiträge zu diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne um die Abstimmung bitten. Der Antrag ist angenommen. Danke. Dann kommt jetzt Satzungsänderungsantrag 10. Ralf Prasche. Ja, super. Wenn ihr das BIMA-Bild noch ein Stück runter scrollen könntet, sodass man bei der neuen Fassung auch das Rote sehen kann, was sich geändert hat, dann ist es relativ einfach zu erklären. Der Antrag basiert auf einer Anmerkung von der Nicole Staubus aus Waldeck-Frankenberg, die gesagt hat, dass unsere Einladung noch nicht zum Fristenkonzept passt und dieser Satzungsänderungsantrag würde dies entsprechend korrigieren. Da unsere Frist ja acht Wochen oder, wenn wir es verkürzen, sechs Wochen vor dem Landesparteitag ist und die Einladung dazu wird entsprechend angedockt, dass die zwei Wochen vor der Fristende zur Einreichung eben die Einladung kommt, sodass jeder auch nochmal daran erinnert wird, dass er eben Anträge einreichen kann. Danke. Dann hätte ich gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das Meinungsbild fällt stark positiv aus. Gibt es Redebeiträge? Ja, eine Frage. Ich muss gestehen, ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Spätestens zwei Wochen vor dem Ende der Einreichungsphase bedeutet doch, wenn die Einreichungsphase acht Wochen vor dem LPT ist, dass Minimum zehn Wochen vor dem LPT eingeladen werden müsste, oder? Gibt es weitere Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um die Abstimmung für diesen Antrag, dafür oder dagegen. Der ist angenommen. Dann kommen wir zu Satzungsänderungsantrag 06. Mindestvoraussetzung für Ortsverbände. Ich würde den mal übernehmen, weil der Berner nicht da ist. Der Antrag ist ähnlich wie der von gestern, eigentlich ziemlich gleich, nur betrifft der Ortsverbände. Der ist wesentlich härter als der Antrag gestern. Wir hatten gestern zig Leute, die dagegen waren. Ich übernehme den mal formell, gehe mal davon aus, weil der deutlich härter ist, eh abgelehnt wird. Vielleicht können wir uns jetzt einfach die 50 Redebeiträge sparen, die alle dagegen sind. Dann hätte ich gerne ein Meinungsbild für diesen Antrag. Das sieht negativ aus. Das deute ich mal dann, dass es keine Redebeiträge mehr zu diesem Antrag gibt. Oder? Ja, ich sehe es. Ich meine, der grundsätzliche Punkt ist ja, dass wir Ortsverbände sicherlich kritisch sehen, weil es gibt bisher auch nur zwei in der gesamten Piratenpartei Deutschland. Aber wir sollten das nicht auf diese Weise reglementieren, sondern anders. Danke. Ich will auch noch kurz was dazu sagen. Ich weiß nicht, wer Rosbach kennt. Wir haben in Rosbach ein Stadtverord in dem Parlament und wir haben bei der letzten Kommunalwahl mit 3,4 Prozent das beste Ergebnis in ganz Hessen eingeholt. Und deswegen, weil wir kommunale Politik machen, weil wir in der Stadtverwaltung aktiv sind und weil wir dort arbeiten. Und dieses Ding würde uns verbieten, dass wir, wenn wir irgendwann mal genug Leute haben, auch einen Ortsverband gründen könnten, dass wir dort mehr aktiv werden könnten. Und deswegen bitte ich auch, um es abzulehnen. Ich habe eine Frage an den Antragsteller, auch wenn er sie voraussichtlich nicht beantworten können. Aber gibt es jenseits der kreisfreien Städte in Hessen einen Ort, eine Gemeinde, in der 42 oder mehr Mitglieder ihren Wohnsitz haben? Da musst du bitte die Mitgliedsverwaltung fragen. Ich habe keine Ahnung. Also Frankfurt hat, je nachdem, in Frankfurt gibt es mindestens zwei. Okay, dann wollen wir diesen Antrag mal abstimmen. Nein, ich habe noch ein Abschlusswort. Ach so, ja stimmt. So, tendenziell, ich mag Ortsverbände nicht. Das finde ich völlig Schwachsinn, Ortsverbände überhaupt in den nächsten zehn Jahren, wenn wir nicht riesig wachsen, hier aufzubauen. Diese Hürde verhindert Ortsverbände, ganz eindeutig. Das ist, glaube ich, auch der Sinn des Antrags. Ich würde das vorziehen, wenn wir in den nächsten zehn Jahren keine Ortsverbände haben, weil die uns nur blockieren und weil das verwaltungsmäßig Horror ist. Irgendwann wird Svanhild, Bundesschatzmeisterin, das mal durchsetzen, dass jede Gliederung aus Verwaltungskosten Geld bezahlt an den Bundesverband für die Buchführung, pipapo. Der Lothar kann vielleicht einmal nicken oder so was, dass das in Planung ist. Es wird viele Kreisverbände geben, die sich das nicht leisten können. Im Raum stehen 500 Euro pro Gliederung. Damit sind Ortsverbände nicht möglich und damit wir das verhindern, möchte ich euch bitten, diesen Antrag anzunehmen. Und ich stehe ja drauf, indem ihr einen reinwirkt. Okay, dann möchte ich um die Abstimmung bitten. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Dann jetzt Satzungsänderungsantrag 17. Christian Fleißner Ja, wir hatten die Diskussion, ob wir ein einheitliches Programm haben oder ob wir ein Grundsatz- und Wahlprogramm haben wollen und so weiter. Der ist ja schon länglich geführt worden. Es gibt verschiedene Stimmen dafür, verschiedene Stimmen dagegen. Dieser Satzungsänderungsantrag ist eigentlich eine Ergänzung und ein bisschen ein Ersatz für einen sonstigen Antrag, den ich gestellt habe, der aber jetzt aus Tagesordnungsgründen erst später drankommt. Es geht um Folgendes. Wir haben bei der Konsolidierung unseres Programmes, die wir gestern vorgenommen haben, dafür gesorgt, dass wir jetzt nur noch Kapitel haben, größere Kapitel, für die es jeweils eine Präambel gibt. Und die im Allgemeinen sagt, was unser Anliegen in dem jeweiligen Themenbereich, Innen- und Rechtspolitik, Sozialpolitik und so weiter ist. Und dann gibt es Unterkapitel zu Detailfragen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, diese Präambeln zusammenzustellen und separat als Grundsatzprogramm auszuweisen. Das heißt, nicht inhaltlich etwas Neues zu fassen, nicht inhaltlich zu trennen, sondern einfach zu sagen, von dem, was wir jetzt verfasst haben, nennen wir einen definierten Auszug, nämlich den der Präambeln, künftig Grundsatzprogramm. Ich würde es bevorzugen, das über den sonstigen Antrag zu machen und dann auch nicht unbedingt Grundsatzprogramm zu nennen. Man kann dem irgendeinen anderen Namen verleihen, aber das hier ist, wie gesagt, so ein bisschen eine Erweiterung, falls man dann doch eine so benannte Form haben möchte, die ist insofern naheliegend, dass natürlich viele Menschen sich unter einem Grundsatzprogramm etwas vorstellen können. Okay, dann hätte ich gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Leicht negativ. Okay, Redebeiträge. Also, ich habe generell nichts gegen Grundsatzprogramme. Ich finde aber, ein Grundsatzprogramm sind Dinge, die halt alle Piraten einen und ich finde, ein Grundsatzprogramm gehört auf Bundesebene. Wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, ist das für dich in Ordnung, wenn wir den ablehnen und nachher hast du einen sonstigen Antrag, der das anders beziffert, der das auch nicht Grundsatzprogramm nimmt, aber die Präambeln hervorhebt und das wäre dir wichtig, wenn wir den annehmen, Hauptsache es wird hervorgehoben. Ja, es gibt ja schon mehrfach hier den Wunsch, dass wir unser Programm, also dass wir zumindest eine übersichtlichere, kompaktere und allgemeinere Form unseres Programms haben und die nicht so viele Detailpunkte enthält. Diesen Wunsch teile ich auch, obwohl ich eine ganze Menge Detailpunkte auch beigetragen habe in einzelnen Themenbereichen. Und es geht mir eigentlich um diese konzentrierte Auszugsform und wie man die dann nennt. Ja, ich finde es sinnvoll, dass wir eine konzentrierte Form unseres Programms haben. Die Präambeln für sich genommen sind allerdings, um es mal deutlich zu sagen, ziemlich inhaltsleeres Blah. Ich kann damit leben, wenn wir die Präambeln im Programm stehen haben, solange auch noch Programm dahinter steht, auch wenn Sie meiner Meinung nach das Programm nur unnötig aufblähen. Wenn wir jetzt aber ein Programm bauen, was nur aus Präambeln besteht, dann lesen das vielleicht Philosophen oder irgendwelche Leute, die sehr, sehr viel Zeit haben. Aber der normale Bürger wird davon, wenn er es jemals zu Gesicht bekommt, höchstens abgeschrägt. Es erweckt auch den Eindruck, dass wir nur irgendwelche komischen Ideale, aber keine konkreten Programmpunkte haben. Deswegen möchte ich unter keiner Überschrift, in keiner Art und Weise eine Sammlung dieser Präambeln haben. Wenn wir etwas Kurzes haben wollen, dann sollten wir die Sachen, die wir wirklich konkret fordern, in der Kurzfassung aufschreiben. Das sollten wir machen. Aber wir sollten nicht blind die Präambeln aus dem Kontext rupfen und dann diese sowieso schon nur sehr wenig inhaltsvollen Sachen dann auch noch zusammenpacken und in ein Programm packen. Deswegen lehnt diesen Antrag ab und lehnt auch alle anderen Anträge ab, die so etwas fordern. Vielen Dank. Ja, wir haben gestern unser Programm erfolgreich konsolidiert, haben es bisher sehr erfolgreich, meine Augen, auch ergänzt. Wir haben in wenigen Monaten eine Wahl. Wir gehen mit diesem Programm in eine Wahl und danach haben wir jahrelang Zeit, um zu definieren, wie wir dieses Programm in Zukunft gestalten wollen. Ich finde diese Diskussion an der Stelle jetzt für verfrüht. Lasst uns einfach dann beim nächsten Parteitag in der Richtung weiter definieren und das Ganze jetzt an der Stelle ablehnen. Ja, ich sehe das ähnlich. Online können wir unser Programm präsentieren, wie wir möchten. Wir können es verschlagworten, wir können es mit verschiedenen Tools aufbereiten, sodass solche Sachen halt möglich sind und man querlesen kann. Nichts ist in der Papierreihenfolge und so weiter und so fort. Aber wir sollten einen Prozess beginnen und uns halt an Workshops und so weiter und so fort mal ausdiskutieren, wie unser Programm, unsere Struktur und so weiter in Zukunft sein soll. Aber das können wir ab dem 23. September. Danke. Ich denke, wir sollten uns da nicht unnötig Regeln geben. Das halte ich prinzipiell für eine redaktionelle Geschichte. Also, wenn wir der Meinung sind, wir wollen irgendwie mal irgendwo was Kompaktes drucken oder ins Netz stellen, dann können wir das machen, passend zum Kontext. Aber wir müssen uns da nicht irgendwie noch extra ein Regelwerk für aufbürden. Das halte ich für absolut oversized. Ja, also was der Micha immer sagt. Solange, wenn ich völlig sinnend stelle, einzelne Sätzchen rauspflücken und was ganz Neues daraus stricken, kann jeder in jedem Flyer in allem zitieren, wie er will und kompakt machen. Das geben auch fast alle Texte, würde ich behaupten, her, dass man immer auch ein Extrakt aus dem eigenen Programmpunkt jeweils rauszieht. Dann hätte ich noch eine ganz revolutionäre Idee. Vielleicht können wir ein Grundsatzprogramm, ein echtes Grundsatzprogramm mit Präambeln, Prämissen oder Leitlinien oder was auch immer entwerfen. Und das dann mal über eine Urabstimmung mit allen Mitgliedern machen, das wäre ja mal was. Danke. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Dieser Antrag hier ermöglicht uns nur, satzungsgemäß dieses Grundsatzprogramm unter dem Namen zu verfassen. Die Zusammenstellung mit dem Präambeln ist nachher ein anderer Antrag. Nur bitte bedenken. Also prinzipiell finde ich es eine sehr gute Idee, das Programm in kurzer Form präsentieren zu können, weil genau das musste ich gestern Abend nämlich auch für die Pressemitteilung machen. Wenn mir Thumai dabei nicht geholfen hätte, wäre die PM vermutlich jetzt immer noch nicht fertig. Mein Ansatz wäre darum ein etwas anderer. In Zukunft gibt es eine Sollbestimmung, die besagt, dass jeder, der einen Antrag einreicht, eine kurze Zusammenfassung davon noch mitgibt, die also in, sage ich mal, allgemeintauglicher Form erklärt, worum es bei dem Antrag geht. Und dann müssen wir das gar nicht irgendwie noch formalisieren, sondern verlassen uns einfach darauf, dass Leute, die wollen, dass ihre Anträge sinngemäß wiedergegeben werden, sich einfach in kurzer Form zusammenfassen. Wie der Mechamo schon gesagt hat, kann einfach jeder von uns so ein Extrakt erstellen und auf Infoständen auch verteilen und so weiter und so fort. Das Programm ist ja da. Was ich einfach nicht haben will, definitiv nicht haben will, ist, dass wir jetzt schon wieder einen neuen Typ von Anträgen auf Landesparteitagen haben. Einen neuen Typ von Programm, über das wir dann nochmal abstimmen müssen und es nochmal mehr Zeit kostet. Okay, dann das Abschlussstatement. Ja, also eigentlich gehe ich mit den meisten ja d'accord. Das Einzige vielleicht zu Jans Vorstellung, dass es sich bei unseren Präambeln weitgehend um inhaltsleeres Blar handelt, das sticht mich doch ein wenig. Ich denke, es gibt bei verschiedenen Leuten den Wunsch nach, die Formulierung unserer Werte und Ideale nicht so sehr von alltagspolitischen Detaillierungen verwässern zu lassen, was in mancher Wahrnehmung durchaus der Fall ist. Und die Präambeln sollten und können genau das leisten. Zumindest kann ich das für die Präambeln, an denen ich jetzt mitgearbeitet habe, kann ich das sagen. Also im Bereich Sozialpolitik, im Bereich Kulturpolitik und im Bereich der Konsolidierung des Teiles Innen- und Rechtspolitik war genau das Anliegen zu sagen, hier hat man sozusagen den Kern des kommenden Kapitels formuliert. Nichtsdestotrotz, was diesen Antrag betrifft, ja, ich habe es ja alles erklärt. Danke. Okay, dann hätte ich gerne die Abstimmung. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Dann kommt jetzt Satzungsendungsantrag 14 von Christos und Tumay. Möge sich einer der Antragsteller bitte zum Mikro bewegen. Schneller. Das macht Spaß. Ja, hallo. Wir hatten diverse Diskussionen gehabt, die ja auch der Stefan und der André im Rahmen von Barcamps geführt hatten zum Thema, was sind unsere Werte. Also wir hatten auch so ein schönes, von der Nicole zusammengestelltes, ich sage jetzt mal so ein bisschen Bullshit-Bingo-Buzzword-Sammlung gehabt. Und wir haben immer wieder nach außen, vertreten wir die Aussage, wir sind basisdemokratisch. Ich weiß, da kommen jetzt viele Leute, die dann anfangen, ja, was ist denn basisdemokratisch und so weiter. Aber basisdemokratisch, wenn man bei Wikipedia mal guckt, ja, da steht sinngemäß drin, dass das von der Gesamtheit entschieden wird. Ja, und eben nicht von irgendwelchen, also das steht jetzt nicht drin, das sage ich jetzt, nicht von irgendwelchen Vorständen. Und das ist halt für mich auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass hier bei den Piraten Vorstände nicht wie bei den Etablierten top-down die Dinge vorgeben und alle wie Parteisoldaten hinterherlaufen, sondern mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, und das war auch der Grund, warum wir das als Vorstand vorgetragen haben, dass hier die Basis entscheidet. Die Partei und die Entwicklung der Partei, auch gerade hinsichtlich der politischen Entwicklung, ist eine Sache von den Mitgliedern und nicht von irgendwelchen gewählten Vorständen. Ja, und was auch ganz wichtig ist, in diesem Vorstand versuchen wir immer, grundlegende Dinge erst durch die Basis gehen zu lassen. Und das soll auch so ein bisschen als Argo-Liner für zukünftige Vorstände gelten, dass man immer darauf hingewiesen wird, lass das, was geht, einfach erst mal durch die Basis validieren, damit es basisdemokratisch bleibt. Okay, dann hätte ich gerne jetzt mal ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das fällt stark positiv aus. Redebeiträge. Also, finde ich das erst mal nicht nett, dass du den guten Namen von André und Main benutzt, um hier Werbung für deinen Antrag zu machen. Kleiner Scherz. So wie du Basisdemokratie gerade definiert hast, bedeutet das, dass ihr als Vorstand nie wieder eine Entscheidung trefft. Wir brauchen dann keine Vorstandssitzung mehr, nichts. Ihr müsst alles, was ihr jemals entscheidet, bitte durch die Basis entscheiden lassen, wie auch immer ihr das macht. Und damit ist der Landesverband handlungsunfähig. Ich würde euch bitten, den Antrag zurückzuziehen einfach, weil der ist völlig absurd. Wie Thuma ja schon gesagt hat, hat der Antrag ein ganz klares Problem, dass nirgendwo steht, was Basisdemokratie jetzt überhaupt ist. Aber was mir in den letzten Tagen ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ist, dass wir uns immer mehr zu einer 1.0-Partei entwickeln. Wir haben immer mehr Programmen und statt irgendwie einen Freiraum anzubieten, innerhalb dessen Politik gestaltet werden kann, geben wir den Wählerinnen und Wählern immer mehr vor, was für ein Programm sie vorgesetzt bekommen, wenn sie uns wählen. Und ich würde es mir wünschen, wenn wir in Zukunft viel stärker versuchen, basisdemokratische Elemente zu entwickeln und auszuprobieren, statt einfach zu sagen, wir machen genau das, was alle machen. Wir haben viel Programm, wir sagen zu jedem Thema, irgendwas wählt uns oder wählt uns nicht. Der Antrag hat ganz klar Schwächen, weil der Begriff der Basisdemokratie nirgendwo definiert ist. Aber im Endeffekt ist es an uns zu entscheiden, wie wir das Ganze füllen wollen. Und darum bin ich jetzt doch sehr stark dafür, dass wir den annehmen. Ja, ich freue mich, dass der Landesvorstand erkannt hat, dass wir wohl auf, in dem Fall basisdemokratischen Prinzipien, unsere Arbeit aufbauen wollen. Trotzdem, erstmal hätte ich den Begriff partizipativ benutzt, weil ich denke, auch unsere Parteitage sind nicht basisdemokratisch. Die andere Frage ist einfach, ob wir uns nicht einfach entsprechende Strukturen schaffen wollen, sei es durch eine ständige Mitgliederversammlung oder sonst wie, oder ob wir einfach nur uns eine weitere Worthülse irgendwie ins Programm, die Satzung oder sonst wo schreiben wollen. In dem Fall wäre es die Satzung, der wir dann hinterherrennen, die wir uns auf die Fahnen schreiben und sagen, wie anders wir sind, statt einfach daran zu arbeiten, dass wir mal was anders machen und uns wirklich Strukturen schaffen, die partizipativ, basisdemokratisch oder sonst wie sind. Denn damit würden wir viel mehr gewinnen, als zu sagen, wir sind basisdemokratisch und am Ende des Tages entscheidet dann doch der Vorstand, was gemacht wird. Wir reden hier über einen Satzungsänderungsantrag. Die Satzung definiert, wie der LV aufgebaut ist, wie er funktioniert und wie er aufgebaut ist. Wenn wir jetzt reinschreiben, wir verstehen uns als basisdemokratischen Landesverband, stützen Widerspruch zur Wahl eines Vorstandes, zur Wahl von Schiedsrichtern, zur Wahl der Delegierten in den Finanzrat. Für Symbolpolitik können wir gerne Positionspapiere verabschieden, aber bitte baut solche Sätze nicht in die Satzung. Vielen Dank. Ja, also das ist etwas komplizierter. Der eine Punkt ist, dass die Begründung, die ihr für den Antrag geliefert habt, die teile ich total. Ich bin sehr froh, dass wir einen Landesvorstand haben, der sich im Wesentlichen darauf beschränkt, uns zu verwalten und ansonsten uns die Entscheidungen treffen lässt. Dieses Wort ist aber ein sehr gefährliches Wort, weil es... Und warum? Wenn wir mehr Demokratie wollen, wenn wir mehr Mitbestimmung wollen, nicht nur innerhalb unserer Partei, sondern für das ganze Land, dann müssen wir Verfahren, um solche Mitbestimmung zu erreichen, auch innerhalb der Partei erproben können. Der Begriff basisdemokratischer Landesverband wirkt aber nicht nur in Hinsicht auf, was unser Vorstand tut und nicht tut, sondern auch im Hinblick auf alle Verfahren, die wir in unserem Verband verwenden. Und in der Diskussion um Delegationen und Erprobung verschiedener Delegationsverfahren, die ja in unserer Partei sehr umstritten sind, würde dieser Satz in der Satzung uns jegliche Möglichkeit, irgendwelche Experimente in der Richtung zu machen, verhindern. Weil jedes weitere Experiment mit verschiedenen Delegationsverfahren oder irgendwas würde ja der Satzung widersprechen. Wir sind ein basisdemokratischer Verband. Jeder, der irgendwie meint, er müsste basisdemokratischer sein als jemand anders, sagt, du bist nicht basisdemokratisch genug, weil da steht, wir sind ein basisdemokratischer Verband. Das ist nicht basisdemokratisch, was du tust. Das ist so ein Passwort, mit dem man jede Diskussion um Details erschlagen kann. Und deswegen halte ich das sehr gefährlich. Weil ja, es mag sein, dass wir uns jetzt hier darüber einig sind, was wir darunter verstehen, wenn wir das verabschieden. Aber ob sich morgen noch zwei Piraten, die sich treffen, auch wieder darüber einig sind, was es heißen soll. Oder ob wir dann endlos vom Schiedsgericht uns treffen, um zu interpretieren, was wir unter diesem Wort verstehen wollen. Bitte vermeidet das, solche beinahe ideologischen Begriffe so fest zu verankern. Lasst uns bitte experimentieren, lasst uns dies und jenes ausprobieren und nicht uns so auf bestimmte Verfahren fixieren. Deswegen bin ich dagegen, dass wir das in unsere Satzung übernehmen. Danke. Ich wollte was zu dem Einwand sagen, dass Basisdemokratie bedeutet, dass der Vorstand nichts mehr beschließen kann oder sowas. Also nur aus meiner Erfahrung, ich war lange Jahre, fünf Jahre Vorstand von einer basisdemokratischen Gewerbehof, also von vielen Firmen, die da zusammen ein Projekt machen. Das gibt es nach wie vor, sogar mit Konsensprinzip. Das hat auch in der Vorstandsarbeit wunderbar funktioniert. Da gab es nie einen Widerspruch. Die Basisdemokratie heißt ja eigentlich nur, dass es entsprechend von der Basis alles getragen wird, abgestimmt wird und so weiter. Das lässt sich auch in großen Gruppen machen. Mich würde eigentlich vor allem interessieren, ihr habt ja euer Verständnis von Basisdemokratie, in diesem Sinne jetzt des neuen Absatzes, das wir euch vorstellt, dargelegt. Ob ihr euch Gedanken darüber gemacht habt, welche rechtlichen Implikationen das hat hinsichtlich der Beteiligungsrechte der Mitglieder, vor allem in Hinsicht Kostenerstattung, Kostenerstattungsanspruch. Ich darf nur einmal innerhalb von zehn Minuten... Auf Fragen darfst du direkt antworten. Dann habe ich deine Frage nicht richtig verstanden, wie du das mit den Kosten meinst. Naja, typischerweise bei Delegiertensystemen gibt es einen Anspruch der Delegierten auf Kostenerstattung, weil sie Delegierte sind. Wenn wir jetzt, was bei uns in der Satzung festgeschrieben ist, ein Beteiligungsrecht für alle Mitglieder mit der Kombination der Basisdemokratie und damit dem Entscheidungs- und Beteiligungsrecht aller Mitglieder festschreiben, heißt es, dass die Mitglieder Tänzeln einen Anspruch auf Kostenerstattung haben für sämtliche Veranstaltungen, wo sie hinfahren, in dieser Partei. Habt ihr euch das überlegt? Wird das jetzt komische Formalfickerei? Gegenfrage. Ja, ich meine, Leute, ihr habt Angst vor dem Wort Basisdemokratie, dass wir seit Jahren auf unseren Hessen-Flyer drucken. Entschuldigung, Leute, wo geht es denn da hin? Und A, es ist auch interessant, dass Leute, die hier für Schiedsgericht beworben haben, alleine diesen einen Satz nicht richtig lesen können. Dort steht nicht, ist ein Basisdemokratischer Landesverband, sondern versteht sich als ein Basisdemokratischer Landesverband. Und dieser Satz steht auch nicht alleine in der Satzung, sondern alle anderen Dinge, die wir haben, definieren wir in allen weiteren Paragrafen der Satzung, wie zum Beispiel der Vorstand zu funktionieren hat und so weiter und so fort. Auch das Argument, dass dann die Wahlen und so weiter nicht mehr Basisdemokratisch werden. Wir geben Regeln dafür, wie alle anderen Dinge geregelt sind. Und dieser Satz, oder dieser Satz und Änderungsantrag, geht halt genau dahin, dass ein Mitglied des Landes Schiedsgerichts gesagt hat, Basisdemokratie, das steht nicht in unserer Satzung. Und darum ketten wir damit auch das Landes Schiedsgericht ein bisschen daran, wie wir arbeiten und funktionieren wollen. Danke. Okay, hiermit ist die Redeliste geschlossen. Wer noch reden möchte, bitte jetzt anstellen. Wie gerade gesagt wurde, ist dieser Satz relativ inhaltsleer, außer eben in der direkten Wirkung. Er sagt aber viel aus über unser Selbstverständnis. Es ist eine Definition unseres Selbstverständnisses. Und man könnte jetzt der Meinung sein, dass solche Definitionen in der Satzung nichts zu suchen haben. Das sehe ich anders. Wir haben bereits in der Präambel der Satzung, soweit ich weiß, ein Selbstverständnis stehen. Deswegen sehe ich überhaupt kein Problem damit, das da reinzuschreiben. Und wir verstehen uns als Basisdemokratischer Landesverband. Und das können wir auch in unsere Satzung reinschreiben. Deswegen bitte ich, diesen Antrag anzunehmen. Vielen Dank. Der Jörg hat vorhin gesagt, dass wir etwas fixieren, was wir nicht fixieren sollten mit diesem Antrag. Aber ich bin schon dafür, dass wir das genau fixieren. Weil dafür sind die meisten hier angetreten, in die Politik zu gehen, um es anders zu machen, als alle anderen Parteien, die eben top-down funktionieren. Und nicht bottom-up. Und das können wir verdammt nochmal auch in unsere Satzung reinschreiben. Weil das sind Piraten. Um da direkt darauf zu antworten. Man kann anders sein, als andere Parteien, ohne über jede Frage immer alle Mitglieder abstimmen zu lassen. Es gibt durchaus Zwischentöne, zwischen Delegierte zu haben, die man eben alle fairer wählt und die dann halt vom Kreisverband, zum Landesverband und zum Bundesverband irgendwie bestimmen, was gemacht wird in einer Partei. Und über jede Frage alle abstimmen zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns nicht verschließen, derartige Zwischenstufen zwischen einem Altparteien-System und dem, lasst uns bitte alle entscheiden, wenn wir uns solche Zwischenstufen weiter erlauben würden. Und ich befürchte sehr stark, dass die Fixierung dieses Wortes in der Satzung das verhindern wird. Ich möchte dazu nochmal sagen, wenn wir uns als Basisdemokratischer verstehen, dann hätte ich erwartet, dass man über so einen entscheidenden Punkt hier vielleicht vorher mal ein virtuelles Meinungsbild, also ein nicht verbindliches, aber überhaupt ein Meinungsbild einholt. Weil wir sind hier, wie viele sind wir noch da? 100 von 1700 Stimmberechtigten im Landesverband? Und wir 100 entscheiden jetzt, wie es sein hat? Das heißt, die Leute, die da draußen sind, die hätte man nochmal fragen können, oder? Also wenn das wirklich so, das ist für mich schon ein entscheidender Punkt. Ihr seid im Moment ein wenig unruhig. Ihr könnt den Redner noch gar nicht verstehen. Und ihr wollt ihn doch verstehen. Ein bisschen, ein bisschen mehr Ruhe im Saal würde uns allen helfen, auch bei der Arbeit. Vielen Dank. Es ist ein entscheidender Punkt. Und ich sehe aber sehr große Interpretationsspielräume hinter diesem Wort, habe ich vorhin schon gesagt. Bitte lasst uns zunächst einmal dazu ein VMB machen und dieses Satzungsänderungspunkt beim nächsten Mal eintragen, wenn das VMB positiv ausläuft. Danke. Tu mal bitte. Also ich muss dem letzten Beitrag ganz entschieden widersprechen, weil wie so schön der Christoph gesagt hat, ja zu viele Christo, wie er es gesagt hat, hier geht es um unser Selbstverständnis. Also dass wir hier über diesen Punkt in der Form, und zwar wie es so schön steht, wir verstehen uns als basisdemokratisch diskutiert wird und jetzt angefangen wird über Probleme, weil wir es im Moment noch nicht vielleicht in der Form komplett technisch umsetzen können. Nämlich, was Herr Kevin gesagt hatte, ja, er hat recht, wir sind hier im Moment nicht in einer, in meinen Augen, genauso repräsentativen Zahl vertreten, dass wir sagen können, wir vertreten hier den gesamten Landesverband. Aber faktisch ist es im Moment so. Ja, das ist ein Problem und wir müssen gucken, wie kriegen wir das Problem angegangen. Aber deswegen unseren Anspruch, ja, wir waren mal angetreten mit Visionen, wir wollten für Visionen stehen und fangen hier an, über realpolitische Probleme zu diskutieren. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn wir, und das hat hier überhaupt nichts mit diesem Antrag zu tun, sondern grundsätzlich, wenn wir uns hier als Piratenpartei, das fiel vorhin auch, ja, Richtung Politik 1.0, Richtung Politik top-down anfangen zu entwickeln, hat das für mich hier nichts mehr mit der Piratenpartei zu tun, wie sie vielleicht mal aufgesetzt wurde. Und ich kann nur sagen, jeder sollte sich das wirklich überlegen, wie wir uns verstehen. Habe ich noch? Waren die zwei Minuten um? Okay, dann Entschuldigung. Okay, also es geht jetzt nicht um Bullshit-Bingo wie Politik 1.0 oder Delegierte oder wir müssen das anders machen, sondern es geht darum, das ist ein Satzungsänderungsantrag. Wir können es gerne in die Präambel schreiben, auf die Webseite oder im Wornas hin, aber die Auswirkungen in der Satzung möchte ich durch diesen Satz nicht haben. Schreibt es bitte in die Präambel und nicht in die Satzung, weil wenn es in der Satzung steht, hat es rechtliche Auswirkungen und das müsste dann genau gucken, was damit passiert. Also Basisdemokratie ist an der Stelle extrem undefiniert und selbst wenn ihr reinschreibt, was ihr damit meint, kann ich nicht garantieren, dass das in drei, vier Jahren in irgendeinem Schiedsgerichtsverfahren nicht euch auf die Füße fällt. Ja, hier ist das Stichwort wieder gefallen, dass wir als Piraten etwas anders machen wollen. Da ist ein schönes Wort drin, nämlich machen und wir könnten es auch einfach mal anders machen und uns darüber unterhalten, wie wir hier mehr als 100 Mitglieder des Landesverbands hinbringen wollen oder wie wir mehr Leute an der Entscheidung an unserem Programm beteiligen wollen. Das schaffen wir nicht, indem wir uns Inhaltslehre, Worte wie Basisdemokratie in die Satzung schreiben. Das können wir uns gerne ins Programm schreiben. Von mir aus reicht das nochmal als sonstigen Antrag ein und ich stimme da auch dafür. Ich bin prinzipiell auch, verfolge ich ein ähnliches Ziel wie ihr, aber eben bitte nicht in der Satzung. Basisdemokratie hat keine rechtliche Definition. Die einzige Definition, die es gibt, ist politikwissenschaftlich und da ist eben auch sowas wie Ämterrotation mit drin, wie ein Mitgliederentscheid und ein imperatives Mandat in Parlamenten. Ob wir das wollen, ist die andere Frage, können wir uns gerne unterhalten. Ob ich das will, ist jetzt auch wieder was anderes. Lasst uns da bitte jetzt in Zukunft drüber reden, uns die Diskussion größer führen, aber lasst uns das bitte nicht tun, indem wir schon solche Wörter, die eben doch etwas bedeuten, in die Satzung schreiben. Ganz kurz, die Redeliste ist bereits geschlossen. Ihr bräuchtet euch da nicht mehr anstellen. Dann nutze ich als letzter Redner jetzt mal die Gelegenheit, um ein wenig zu trollen. Wenn dieser Antrag nicht angenommen werden sollte, haben wir eine tolle Möglichkeit. Wir sagen dann ganz klar, wir wollen nicht, dass der Landesverband sich als basisdemokratischer Verband versteht. Das heißt, ich kann einen Antrag an die nächste Vorstandssitzung stellen, dass der Vorstand einfach beschließen soll, dass der Landesverband sich als basisdemokratischer Landesverband versteht. Und der Vorstand hat dann ja hier die Legitimation bekommen, dass er nicht auf die Basis hören möchte, kann also beschließen, dass er auf die Basis hören will. Danke. Okay. Moment, Moment. Ja, GO oder was? Ich habe einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass eine nicht erfolgte Positionierung gleich in eine gegenteilige Positionierung eingeht, so wie er das gerade gemeint hat? Also, ich denke nicht, dass es so ist. Ich stelle dem Antragsteller mit, dass es durchmischt. Auch ein Meinungsbild. Wer könnte diesem Antrag als sonstigem Antrag zustimmen? Das geht positiv aus. Tu mal, ihr habt das letzte Wort. Ich muss gucken, wie ich jetzt das sage, aber ich finde es persönlich, also, ich bin sehr stark irritiert, weil die Basis möchte, der Vorstand möchte der Basis ganz klar das Recht hier einräumen, dass sie die Macht hat und die Basis wehrt sich dagegen. Und das finde ich krass. Aber danke. 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 Gut. Also, erstmal möchte ich nochmal, ja, Ruhe bitte. Und zwar möchte ich jetzt zur Abstimmung dieses Antrags bitten. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Ja. Der ist abgelehnt. Leute, das sind zwei Drittel, gell? Ist klar. Danke. Gut, dann sind wir bei Satzungsänderungsantrag 11. Ernst-Joachim Preußler, bitte. Oder Timo Rösebeck. Der Antrag wurde zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sind wir mit den Satzungsänderungsanträgen vorbei. Und wir haben einen GO-Antrag vorziehen der programmatischen Dringlichkeitsanträge vor den dringlichen Satzungsanträgen. Markus. Also, der Antrag lautet wie folgt. Ja, bitte um Ruhe. Wir stimmen jetzt hier über den GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung ab. Der GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung wurde von der Versammlungsleitung eingereicht. Die Tagesordnung soll so geändert werden, dass alle programmatischen Dringlichkeitsanträge und Positionspapiere vorgezogen werden und alle verbindlichen Satzungsänderungsanträge und dringlichen Satzungsänderungsanträge danach behandelt werden. Gibt es, der Antragsteller möchte das begründen? Ich würde das gerne begründen. Wir haben nicht mehr so viele Programmsachen an sich und das ist ein Programmparteitag. Ich würde das gerne fertig machen, bevor wir noch zwei, drei, vier Stunden über das H&B reden und das Hirn ausgelutscht ist. Gut, dann gibt es dazu eine Gegenrede. Ja, begründet, formell. Nein, ans Mikrofon, wenn du eine Gegenrede halten möchtest. Es steht im Wiki, wie viele Anträge es noch gibt. Ja, danke. Es ist leidlich eine Frage zur Klarstellung. Wie viele Anträge bezieht sich das hier? Wie viele sind das noch? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie viele das noch sind. Moment. Das sind noch fünf programmatische Anträge, soweit ich das überblicken kann, oder? Ja, genau. Fünf Anträge sind das jetzt, die wir vorziehen würden. Wenn du da noch Fragen zu hast, kannst du dich auch an die Antragskommission wenden. Das ist sowieso der präferierte Weg bei Verständnisfragen zum Ablauf. Gut, gibt es dazu jetzt eine Gegenrede? Okay, das heißt, wenn jetzt niemand die Hände hochhebt, dann sehe ich, dass es keine Gegenrede gibt. Dann ist der Antrag abgenommen eigentlich. Was, der? Der ist bei den Dringlichkeitsanträgen. Genau, der ist da mit bei. Genau. Also der Dringlichkeitsantrag vom H ist da auch dabei. Genau das. Ah, okay, dann haben wir eine formelle Gegenrede automatisch nach GO. Das ist mir das leider entfallen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für, respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag ist ganz klar angenommen. Jetzt kommen wir zu Reden. Dann würde ich da bitte die Redner auf die Bühne bitten. So wie ich das sehe, ist es der H. Und der Volker. Ja, hallo liebe Piraten. Herzlich willkommen. Hallo Robin. Der H. und ich, wir würden gerne noch mal eine kurze Rede halten und so Richtung Wahlkampf uns ein bisschen einstimmen. Und wir sind jetzt ja schon am zweiten Tag beim Landesparteitag. Wir hatten kurz überlegt, ob wir es gestern schon halten, diese Rede, uns einen guten Verlauf wünschen. Jetzt ist der Samstag schon vorbei. Wir haben schon unheimlich viel Programm angenommen. Insofern, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben schon extrem unser Profil geschärft heute und gestern, haben unser Programm konsolidiert, Lücken geschlossen und damit den Weg für die nächsten Monate bereitet. Ich möchte aber auch kurz noch auf den Bundesparteitag eingehen. Der ist nur zwei Wochen her. Und da würde ich einfach gerne noch mal einen wichtigen Eindruck loswerden. Wir haben mit dem Wahlprogramm auf Bundesebene und der Frage zur ständigen Mitgliederversammlung wichtige und kontroverse Fragen da diskutiert. Und am Ende haben wir ein umfangreiches Wahlprogramm beschlossen und mit dem Basisentscheid eine Satzungsänderung angenommen, die uns auf Bundesebene neue Entscheidungsmöglichkeiten ermöglicht. Ich möchte aber noch etwas dazu sagen, wie das Ganze in Neumarkt abgelaufen ist. Und da, denke ich, müssen wir tatsächlich darüber reden und wir sollten das nicht einfach so darüber hinweggehen. Denn Politik ist Streitkultur und streiten können wir uns tatsächlich. Natürlich, aber das, was in der SMV-Debatte in Neumarkt passiert ist, das sollten wir so nicht stehen lassen. Wir hatten den Fall, dass da an den Mikrofonschlangen die Leute beim Reden gestört worden sind, das beleidigt worden ist im Umfeld der Debatte. Und das hat bei den Piraten nichts zu suchen. Lasst uns hart in der Sache streiten, aber menschlich dabei anständig bleiben. Nicht nur auf den Parteitagen, sondern auch auf den Mailinglisten. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, es gab die Diskussion um die geheimen Abstimmungen. Und ich denke, wir als Piraten sollten da wirklich ganz besonders sensibel sein und sagen, wenn Leute dieses Minderheitenrecht auf eine geheime Abstimmung wahrnehmen wollen, dann sollten wir sie nicht als Trolle beschimpfen und wir sollten die Hürden auch nicht so unangemessen hoch liegen, dass geheime Abstimmungen nicht mehr möglich sind. Dann aber genug mit Neumarkt und mit der Vergangenheit und Richtung Zukunft geschaut. Ich glaube, die letzten Tage haben gezeigt, dass die Piraten wichtiger denn je sind. Und es ist wichtig, dass wir eine internationale Bewegung sind und dass in mehreren Staaten Piraten auf die Straße gehen, um für Grund- und Freiheitsrechte zu kämpfen, für den freien Zugang zu Wissen und für mehr Demokratie in der Welt. Und ich möchte das jetzt an einem Beispiel von der letzten Woche aufzeigen. Ihr habt sicherlich mitgekriegt, in den USA ging es darum, dass um die Einsatzregeln für Drohnen gesprochen worden ist. Terrorverdächtige sollen mit höheren Auflagen und mit schwierigeren Regeln per Drohnen getötet werden können. Und das ging durch die Presse. Man hat den Eindruck, okay, die Regeln sind verschärft worden. Es wird schwieriger, das zu machen. Aber das, was am Ende stehen bleibt, und wenn man mal den Terror da rausnimmt, dann bleibt übrig, Verdächtige sollen mit Drohnen getötet werden können. Und da gibt es keinen rechtsstaatlichen Prozess, da gibt es keinen Richter und da gibt es kein Urteil. Und dieses Verständnis, man darf so etwas machen in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, das breitet sich aus. Und ich denke, wir Piraten müssen da ganz grundsätzlich uns dagegenstellen und sagen, wir sind für die Unschuldsvermutung, wir sind für den Rechtsstaat und so etwas darf es nicht geben. Denn diese Annahme, das Abkehren von der Unschuldsvermutung, das ist in dem Fall extrem krass. Aber das ist bei ganz vielen anderen Überwachungsvorhaben, die im Moment politisch diskutiert werden, ist das, was im Grunde das Problem ist. Bei der Vorratsdatenspeicherung wird pauschal überwacht. Bei der Bestandsartendatenauskunft soll es Möglichkeiten geben, ohne in Anfangsverdacht Daten abzugreifen für Geheimdienste. Und dieses Gedankenspiel, diese Philosophie, der Staat darf ohne einen Anlass, ohne rechtsstaatlichen Prozess in unser Leben eingreifen, das dürfen wir nicht so stehen lassen. Denn wir Piraten wollen eine Gesellschaft, die nicht auf Überwachung und Kontrolle setzt, sondern wir wollen eine Vertrauensgesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die freie Entfaltungsmöglichkeiten für jeden einsinnen und eine Gesellschaft, die soziale Teilhabe für jeden ermöglicht. Und dann noch ein Wort zu den Drohnen. Es ist nicht nur international, wir hatten ja auch ein ganz konkretes Beispiel, wie Drohnen in der Bundespolitik in der letzten Woche diskutiert worden sind. Und da geht es um unser drittes Kernthema, Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Die Bundesregierung liefert mit dem Beispiel der Beschaffung von den Drohnen Eurohawk ein eindrucksvolles Beispiel dafür, warum ein transparenter Staat nötig ist. Wenn es möglich ist, dass über so viele Jahre so viele Millionen für ein Projekt ausgegeben wird, von dem so früh bekannt ist, dass es scheitern wird, dann zeigt das, dass die Piraten dringend im Bundestag gebraucht werden, um in den ganzen Laden viel mehr Transparenz reinzubringen. Und Herr de Maizière, wenn Sie in den verbleibenden Monaten, die Sie noch Minister sind, etwas Gutes tun wollen, dann sorgen Sie dafür, dass noch mehr Projekte, die ähnlich laufen, jetzt öffentlich werden, jetzt gestoppt werden, damit Schaden von Deutschland abgewendet wird. Sie haben da mein vollstes Vertrauen. Ja, der Elsch wird noch ein Stück weit was zur Landespolitik sagen. Ja, in der Landespolitik sieht es ja aktuell hier in Hessen auch nicht viel besser aus. Wir hatten wieder eine Plenarsitzung in dieser Woche gehabt. Unter anderem wurde das Kinderförderungsgesetz abgenickt. Es gab eine Veränderung im Großen und Ganzen. Das heißt, dass nicht ausgebildete Kräfte Kinder betreuen, das wurde rausgestrichen, der ganze Rest. Das heißt, dass eben auf Anzahl der Kinderkosten für diese Betreuung erstattet werden. Bleibt drin. Im Endeffekt heißt es ja, monetär wird das Ganze aufgearbeitet, aufgewertet. Es wird zu einer Qualitätsverschlechterung für die Kinderbetreuung führen, weil die Gruppengrößen massiv ansteigen werden und damit einfach weniger Betreuer mehr Kinder betreuen müssen. Zur BDA, wir hatten es gerade eben gehabt, das Thema. Es wurde durchgewunken, ja, auch da, das Gesetz wurde beschlossen, wurde im Bundesrat durchgewunken. Jetzt geht es aber daran, dass die Landespolitik Gesetze erarbeiten muss, die eben die Möglichkeiten für die Dienststellen bieten, über die BDA zum Beispiel, auf die Daten Zugriff zu erhalten. Das Thema ist damit weiterhin aktuell. Und wir als Piraten Hessen müssen weiter dagegen vorgehen, müssen es weiter thematisieren und auch in diesem Gesetzerstellungsprozess weiter Kritik hochhalten, weil keine andere Partei es machen wird. Auch schon gar nicht hier in Hessen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Transparenz bei den Nebeneinkünften. Im Landtag wird sich seit Jahren dagegen verwehrt, ein Gesetz einzubringen, was die Nebeneinkünfte der Politiker transparent gestalten soll, und zwar verpflichtend. Es gibt freiwillige Erklärungen von den Grünen, von den Linken, von SPD. SPD gibt es auf der Homepage Sachen, die sind zwei Jahre alt, da kann man gucken, wie vor zwei Jahren die vielleicht das verdient haben, wie das der Einfluss auf die aktuelle Gesetzgebung ist, sieht man zum Beispiel nicht. Die CDU verweigert sich ganz und gar. Und es ist wieder jetzt kurz vor der Wahl das Versprechen, ja, wir machen da jetzt irgendwas, um da so die Grundsätze zu erfüllen, dass es bei uns in Hessen genauso aussieht wie im Bundestag. Ihr so ein bisschen sehen könnt, was für Nebeneinkünfte vielleicht da sind. Jetzt vor der Wahl wird es versprochen, nach der Wahl wird wieder was passieren. Wahrscheinlich überhaupt gar nichts, es bleibt wie es ist. Und wir als Piraten sind die Einigsten, die sagen, hier Transparenz bei den Nebeneinkünften. Wir wollen wissen, welche Lobbys euch bezahlen, wenn ihr Gesetze beschließt. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, seit gestern ist die CDU Hessen die modernste Partei in Hessen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie jetzt Bouffier-Popcorn aufgefahren hatten. Tatsächlich, das haben sie gemacht, Bouffier-Popcorn. Und mit einem Internetbus herumgefahren sind. Wahrscheinlich haben sie mit dem Internetbus das Bouffier-Popcorn angekarrt. Wenn die CDU wiedergewählt werden sollte, eine Regierung kommen sollte, hat Ministerpräsident Bouffier zugesagt, ein Zukunftsministerium in Hessen einzurichten. Ein Zukunftsministerium. Diese Partei, die gestern in vier Stunden eine Landesliste von mehreren hundert Leuten einfach durchgewunken hat, macht keine Zukunftspolitik, auch nicht mit einem Ministerium. Die macht Politik von gestern. Und das wird auch genau so bleiben. Die einzige Partei, die mit Zukunftsgedanken in ganz radikaler Form in den Landtag kommen kann, sind die Piraten. Und dafür stehen wir und das müssen wir zeigen und auf die Straße bringen. Wir sind die Partei für Teilhabe in Kultur, in Bildung und für die Gesellschaft. Wir sind für transparente politische Entscheidungsfindungen. Wir wollen die Mitbestimmung der Bürger stärken und direktdemokratische Mittel weiterhin stärken. Wir wollen jeden Einzelnen in seiner freien Entfaltung fördern, aber das Ganze in einer Solidargesellschaft einbitten. Und wir sind die, die die Zukunft gestalten wollen und nicht nur das Aktuelle verwalten. Wir sind ein LV und wir haben ein Ziel. Wir wollen in die Parlamente. Wir wollen in den Landtag und wir wollen in den Bundestag. Unsere Werte und unsere Ideale für eine bessere Politik in Hessen und in ganz Deutschland. Und nur gemeinsam werden wir diese Ziele, diese Werte, unsere Position, unser Denken in diese Gesellschaft tragen können. Wir nehmen die Herausforderung an. Challenge accepted! So, um die Verwirrung mal ein bisschen aufzuklären, wie wir jetzt weitermachen, wie hier die weitere Reihenfolge ist. Wir machen jetzt alle weiteren programmatischen Sachen, unter anderem die dringlichen Sachen. Danach sind die dringlichen und die übrigen Satzungssachen dran. Danach kommen die sonstigen Anträge. Da ist noch viel Diskussionsbedarf da, auch wenn es euch vielleicht irgendwann langweilt. Und der Michamo und das Wahlsieg-Team sind nachher auch noch irgendwann dran. Präsentieren mal die Plakate und so weiter und so fort. Das wird noch ein spannender Tag. Es gibt keinen Grund für irgendjemanden zu gehen. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Dringlichkeitsantrag 107, Änderung, Entlohnung von Arbeitslosengeld 2, 1 und 2 Empfängern bei Leiharbeitsfirmen. So, im Großen und Ganzen ist das der Antrag von gestern. Es gibt eine einzige Änderung, die ist hoffentlich auch markiert. Weiter unten, glaube ich, oder? Noch weiter unten. Da haben wir es. Super. Genau, also wir hatten ja gestern quasi nur diesen einschrittigen Punkt, dass das Wörtchen nicht an einer Stelle zwei Worte oder drei Worte weiter vorne die Aussage verdeutlichen würde, dass eben wenn diese gesamten Rahmenbedingungen nicht erfüllt werden, beziehungsweise wenn nur eine dieser Rahmenbedingungen nicht erfüllt wird, dass eben solche Sachen abgelehnt werden können ohne Sanktionsmöglichkeiten. Dem sind wir jetzt quasi nachgekommen, diese Verbesserung. Und das ist alles, ansonsten ist der Text genau identisch. Dann hätte ich jetzt gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das Meinungsbild ist positiv. Gibt es Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ein Abschlussstatement? Ja, ich freue mich auf eure Zustimmung. Okay, dann stimmen wir diesen Antrag jetzt ab. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu PA-009a, Neusortierung der Hauptkapitel durch den Landesparteitag. Ralf Praschak, bitte. Eigentlich hatte ich gebeten, dass der ans ganz Ende, wenn wir alle Programmgeschichten gemacht haben, damit ich mich mit allen Antragstellenden Piraten zusammensetzen kann, weil wir müssen es noch ausarbeiten, können wir den zurückstellen. Also ich würde einen Geo-Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen, dass wir den nach dem gesamten Block Dringlichkeitsanträge behandeln. Ja, so war es eigentlich auch gedacht von unserer Seite aus. Wir haben keine weiteren programmatischen Sachen. Alles, was dringlich ist, ist Satzung. Dann werden wir mit Programm durch. Können wir es nach den dringlichen Satzungsdingern, also nach dem Block Dringlichkeitsanträge behandeln, also noch ein Stück nach hinten verschieben, weil wir müssen es noch ausarbeiten. Weil der Antrag heißt, der Landesparteitag befindet über eine Reihenfolge. Wir können es gerne probieren, hier am Mikro mit allen zusammen zu machen, aber ich befürchte, das wird eine Katastrophe. Also du willst einen TO-Antrag stellen, den zu verschieben auf nach die Satzungssachen? Ja. Deine nächsten beiden Anträge dann, oder willst du den? Nein, nach dem ganzen Block Dringlichkeitsanträge. Okay, also der, wie heißt er jetzt, was ist das, PA03? PA09, ich übernehme den Antrag mal wegen der Unterschriften. Verschieben auf nach Satzungsanträge dringlich und so weiter. Wer wäre denn dafür, beziehungsweise wer wäre dagegen? Dann ist das verschoben. Vielen Dank. Kleine Info an die Leute aus Frankfurt. Um halb eins treffen sich die Leute aus Frankfurt hier draußen und beratschlagen, welche Plakate wir für den Wahlkampf bestellen. So, der Ralf hat gar nicht aufgepasst und möchte den PA666 ebenfalls mitverschieben hinter die Satzungsänderungsanträge. Nächster TO-Antrag, dem nach verschieben auf nach Satzungsänderungsanträge. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Danke, ist verschoben. Okay, das heißt, wir sind jetzt bei den Dringlichkeitsanträgen, die konkurrierend sind. Und der erste wäre Satzungsänderungsantrag 5. Hessen, Rechte und Pflichten der Piraten, Jörg Witzel. Jörg Witzel. Ist das jetzt der PA004, weil ich hatte eigentlich 5. Müsste der 5 sein, ja? Satzungsänderungsantrag 5. Gut, also es sind ja jetzt hier mehrere, die virtuellen Meinungsbilder betreffenden Satzungsänderungsanträge eingereicht worden. Die unterscheiden sich eigentlich von dem, was sie erreichen wollen, überhaupt nicht. Soweit ich informiert bin, das können ja die anderen Antragsteller dann nochmal selber ausführen, geht es bei allen genau um das Gleiche, dafür zu sorgen, dass wir weiterhin positionierende virtuelle Meinungsbilder durchführen können. Das heißt, dass uns da eben nicht wieder irgendein Landesschiedsgericht dazwischen vorwirkt, weil es eben nicht sauber formuliert ist. Eigentlich sollte der Status quo im Wesentlichen beibehalten werden, darum geht es um all diesen Anträgen. Mein Antrag enthält zusätzlich noch einen Abschnitt, wo es darum geht, dass diese Laufzeit, die immer bis zum nächsten Landesparteitag geht, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir diesen Abschnitt brauchen. Und zwar aus folgendem Grund, eine Änderung, also der Landesparteitag hat immer die Möglichkeit, ein virtuelles Meinungsbild außer Kraft zu setzen, indem er in einen anderslauten Beschluss fällt. Das ist also auf jeden Fall immer Prior. Und wenn man eben ein, das ist ja auch nur Positionspapier, was wir mit den virtuellen Meinungsbildern machen können. Keine Satzung, kein Programm. In dem Moment, wo wir ein Programm beschließen zu einem Punkt, wo wir ein virtuelles Meinungsbild hatten, fällt das flach. Es gibt aber häufig mal Punkte wie Unterstützung von Demonstrationen oder wir sind diese und jene Bewegung, sind wir auch dafür und so weiter, die wir uns überhaupt nicht ins Programm oder in die Satzung schreiben wollen. Aber wir müssen dann auf dem nächsten Landesparteitag darüber abstimmen, dass das weiter gelten soll, was wir vorher schon beschlossen haben. Ohne das so. Und entweder wir vertrauen darauf, dass das Verfahren, was wir haben, wirklich Ergebnisse liefert, denen wir vertrauen können, also dass wir sagen, ja, das ist eine Basisentscheidung gewesen, die wir mit dem VNB gefällt haben. Dann können wir aber zum Beispiel die Unterstützung der Demonstrationen am Frankfurter Flughafen auch weiter unterstützen, auch wenn wir das eben, wenn da zwischendurch ein Landesparteitag war. So, wie es jetzt momentan ist, würde ein solches positionierendes virtuelles Meinungsbild in dem Moment, wo ein Landesparteitag dazwischen war, nicht mehr gelten. Das müssen wir jetzt entweder auf dem Landesparteitag bestätigen oder aber ein neues virtuelles Meinungsbild machen. Das halte ich einfach für kappes. Entweder wir vertrauen darauf, dass diese Sachen korrekt ablaufen und auch ein valides Ergebnis haben, dann haben Sie als Positionierung der Partei auch Bestand, wenn es zwischendurch ein Landesparteitag war, oder wir können das ganze Ding eben auch abschaffen. Das können wir ja hier heute auch machen. Also nochmal, in meinem Antrag geht es zusätzlich darum, jetzt habe ich ein Modul, was erlauben würde, die virtuellen Meinungsbilder auch nach einem Landesparteitag weiter gelten zu lassen, als Positionierung, nur als Positionierung, vorausgesetzt der Landesparteitag beschließt nichts anderes. Ansonsten ist mir eine Jacke wie Hose, welche von diesen Anträgen beschlossen wird. Hauptsache, er wird hinterher vom Landesschiedsgericht nicht wieder angefochten oder bemängelt, weil er eben falsch formuliert ist. Im Prinzip sind die Formulierungen fast identisch in den verschiedenen Anträgen. Und ich hoffe, dass wir eine Formulierung finden, wo halt auch unsere neuen Landesschiedsgerichtsrichter sagen können, ja, das haben wir verstanden, was ihr wollt, und das soll so bleiben. Wie viel Zeit, habe ich Zeit um oder habe ich noch? Ich hätte dich jetzt gebeten, zum Schluss zu kommen. Okay, dann zunächst das zu meinem Antrag. Okay, dann hätte ich jetzt gerne ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das fällt leicht positiv aus. Der nächste Antrag, der dazu konkurrieren wäre, ist der Satzungsänderungsantrag 18a, Erhalt des positionierenden Meinungsbildes von Ralf Praschak. Ja, ich habe auch zwei Satzungsänderungsanträge zum positionierenden Meinungsbild während der Änderungsphase noch eingebracht. Zusammen mit den ursprünglich damals beteiligten oder teilweise beteiligten Piraten. Und ich falle einfach auch fest, wo der wirklich zu präsentieren, indem wir den Punkt positionieren, das Meinungsbild auch in den Satzungsteil Vorstand schieben, damit auch das Landesschiedsgericht weiß es, was in der Satzung eigentlich schon beschrieben ist, dass der Landesvorstand als Organ die Geschäfte zwischen Landesparteitagen führt, dass es eben klar ist. Und aufgrund der Basis, dass hier ein Meinungsbild der Kandidierenden zur Landtagsliste untergeschoben werden sollte, sind noch weitere Formulierungsänderungen drin, dass man es halt nur noch in einem eigenen Namen beantragen kann und dass der Landesvorstand, das sind die zwei Unterschiede dann am Ende, einmal ein Vetorecht bekommt, also auch nochmal entscheiden kann, ob er die Position dann für den Landesverband ausspricht. Und bei dem anderen, bei dem B, ist der Unterschied, dass er die Positionierung vertreten muss und nur in berechtigten Fällen, die ja dann auch noch nicht Auslegungssache sind, eben sein Veto einlegen kann, um das zu verhindern. Das soll halt diesem Landesschiedsgerichtsurteil Rechnung tragen, dass es halt präzisiert wird, dass der Landesvorstand als Organ die ausführende Kraft hinter dem positionieren Meinungsbild ist. Okay, dann hätte ich hier auch gern ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Dann gibt es den nächsten Konkurrierenden, der 18b. Ja, den hatte ich ja im Prinzip schon mit vorgestellt, wo eben der Landesvorstand verpflichtet wird, das ist der Unterschied und wenn man die im Wiki sieht, da sind die beiden konkurrierenden Stellen auch rot vorgehoben, da kann man das relativ gut sehen, wo der Unterschied liegt, das ist auf dem Beamer jetzt gerade nicht zu sehen. Aber wer mag, kann auch kurz zu mir hinten am Platz kommen, da kann ich es auch kurz zeigen, falls es jemand genau interessiert. Danke. Dann der nächste Konkurrierende zudem ist der Dringlichkeitsantrag 003, Problembehebung VMB, Änderung Paragraf 4 und so weiter. Ja, in dem Antrag habe ich versucht, die Problematiken, die durch dieses Schiedsgerichtsverfahren aufgeworfen wurden, zu beheben und dafür die entsprechenden Satzungsänderungen vorzunehmen. Das sind im Einzelnen folgende Punkte, die dabei wichtig waren. Also der wichtigste Punkt ist die Frage, ist das VMB eigentlich ein Beschlussorgan des Landesverbandes oder nicht oder feilen wir damit Beschlüsse, das darf er wegen Parteienrecht nicht sein. Infolgedessen ist es hier präzisiert, dass in dem Antrag eben das VMB tatsächlich genau das ist, was der Name sagt, nämlich ein Meinungsbild, also sprich eine virtuelle Umfrage. Und auf Grundlage dieses VMBs kann dann der Landesverband vertreten durch den Vorstand Positionen beziehen. Infolgedessen ist dann auch der Paragraf 9a Nummer 6 zu ändern. Wenn ihr da mal runterfahren könnt, da steht da eben drin, der Landesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Landesparteitages und wird jetzt ergänzt und der VMBs mit positionierender Wirkung nach Paragraf 4, 8. Da ist sozusagen eindeutig geklärt, dass die VMBs keine Beschlüsse sind, des Landesverbandes und da ist sozusagen diese Rechtsproblematik ausgeräumt. Zweitens wurde in diesem Prozess deutlich, dass es eine Unklarheit gibt, was die Formulierung besagen soll, dass ein möglichst neutraler und den Sachverhalt ausreichend beschreibender Text für die Einladungse-Mail vorliegen soll. Von dem Landesschiedsgericht wurde das auch auf den Text des VMBs selbst angewandt. Ich halte das für Unsinn, weil ein positionierender Text per Definition eigentlich nicht neutral sein kann. Das wurde hier sozusagen entsprechend präzisiert, dass sich diese Neutralität auf den Einleitungstext der Einladungse-Mail bezieht. Des Weiteren war ein Punkt, dass es eine Unklarheit gibt, wodurch ein VMB eigentlich positionieren wird. In der Praxis war es so, dass der Antragsteller ankreuzen konnte, ob es positionierend sein soll oder nicht. Das gibt aber die Satzung eigentlich gar nicht her, sondern auch in der bisherigen Lesart war es eigentlich so, dass ein positionierendes Meinungsbild positionierend wird durch die Zustimmungsquoren, die es erhält und durch die Beteiligungsquoren. Das ist hier in dieser Formulierung auch noch mal verdeutlicht oder präzisiert. Ein VMB ist ein VMB und es wird ein positionierendes dadurch, dass 10 Prozent der hessischen Piraten teilnehmen und zwei Drittel von diesen mit Ja stimmen. Und erst daraufhin kann der Landesvorstand dann das auch verwenden in Äußerungen und so weiter. Kommst du bitte zum Schluss? Ja und der letzte Punkt ist noch, dass der Begriff politisch vom Landesschiedsgericht für innerparteiliche Themen ausgeschlossen wurde. Das finde ich nicht produktiv, wir sollten es dafür auch nutzen können und deswegen taucht dieser Begriff in der Fassung einfach nicht auf, weil er für den Prozess des VMB nicht erforderlich ist. Dann hätte ich jetzt für diesen Antrag gerne ein Meinungsbild. Das fällt komplett positiv aus. Ah, okay, eine. Dann jetzt der Satzungsänderungsantrag 4, Hessenrecht und Pflicht der Piraten, Jörg Witzel. Liebe Antragskommission. Ist der jetzt konkurriert oder nicht? Aus meiner Sicht geht es dabei nicht um die Frage, ob die virtuellen Meinungsbilder positionierend sind, also irgendeiner Weise verpflichtend sind, sondern nur um die Frage, dass ein virtuelles Meinungsbild eingeholt werden kann und um eine Präzisierung der Art und Weise, wie diese virtuellen Meinungsbilder durchgeführt werden. Das heißt, es berührt, also es geht darum, was das Verfahren, nachdem wir momentan die virtuellen Meinungsbilder durchführen, egal ob sie positionierend sind oder nicht, das zu präzisieren, welche Teile zum Beispiel neutral formuliert sein müssen, wie der Ablauf ist und so weiter. Das heißt, dieser Text ist eigentlich von den anderen Anträgen, die gestellt wurden, auch kaum berührt worden, ist aber dummerweise in diesen Anträgen enthalten. Also der erste Abschnitt des Paragrafen, das ist der Paragraf 7, den haben die anderen in Ihrer Anträge alle verendet übernommen. Lass mal ganz kurz, ganz kurz. Markus, bitte, sag mal was. Also ich bin der Meinung, dass diese konkurrierend sind, weil du kannst die DIVs, die durch die Anträge entstehen, wenn man den annehmen und den anderen auch noch, die sind nicht bearbeitbar. Also wir können die eigentlich nur konkurrierend behandeln. Ansonsten kommt im Prinzip nichts Sinnvolles bei der Satzung raus. Oder wie willst du das machen? Hast du eine Lösung dafür, wenn wir jetzt mehrere von den Anträgen annehmen und noch deinen, beziehungsweise einen von denen, die du jetzt nicht in Konkurrenz siehst und noch den, also wie man das dann überhaupt so zusammenbauen soll, dass dann am Ende noch was Sinnvolles dabei rauskommt? Dieser bezieht sich nur auf den Paragraf 7. Also jedes Mitglied des Landesverbandes ist berechtigt. Das ist nur dieser. Es geht da nicht um die Positionierung. Das heißt, wenn wir jetzt einen von den anderen auswählen und danach über diesen hier abstimmen, ob wir für den Paragraf 7 diese Formulierung wählen oder nicht, dann ist es nur der Absatz 7, der dann sozusagen, also wir haben erst eine neue Formulierung zwischen den konkurrierenden Anträgen. In dem Dringlichkeitsantrag 003 wird aber Paragraf 4 auch mit in Leidenschaft genommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie man sonst konkurrierende Anträge rausfiltern sollte. Und die Antragskommission hat es ja auch vorher gemacht. Zwei erhobene Arme sind ein GO-Antrag. Soweit ich weiß, müsst ihr ja auch als Versammlungsleitung dann entscheiden, ob die konkurrierend sind oder nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach ein Meinungsbild stellen, ob die Versammlung denn denkt, dass diese Anträge konkurrierend sind oder nicht. So, dann wollen wir mal ein Meinungsbild darüber haben. Der Antragsteller möchte gerne wissen, ob die Versammlung denkt, diese sind miteinander konkurrierend. Wir nehmen blau für konkurrierend und rot für nicht konkurrierend. Das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus. Entschuldigung, aber das ist jetzt ziemlich absurd. Weil dann sind meine beiden Anträge konkurrierend zueinander. Hallo, es ist erledigt. Ist in Ordnung. Okay, dann machen wir jetzt. Nochmal, falls es hier nochmal zur Verwirrung kommt. Wir haben das gestern so beschlossen, dass die so behandelt werden. Deswegen ziehen wir das jetzt auch durch. Das heißt, wir haben jetzt den Satzungsänderungsantrag 4 noch als letzten. Der wird jetzt noch vorgestellt. Und dann stimmen wir die konkurrierend ab. Jörg, jetzt darfst du. Ja, das mag ja alles sein. Aber das Ganze ist das totale Chaos. Also, wir können uns hier beliebt. Ich habe eigentlich keinen Bock, diesen Vorantrag. Das ist eigentlich der wichtigste Antrag, weil der beschreibt, unabhängig von der Positionierung, wie der im Bitteschön das Ganze abzulaufen hat. Im Gegensatz zu diesem Wort Basisdemokratie, was wir uns da reinschreiben können, was überhaupt nicht in der Satzung besagt, wird hier ganz konkret gesagt, wie wir vorgehen wollen, wenn wir basisdemokratisch was machen wollen. Aber es interessiert keinen Schwein. So, und wenn jetzt diese Anträge alle konkurrierend zueinander sind, habe ich keine Lösung mehr, wie wir da rauskommen. Sorry. Weil es waren für mich zwei modulare Anträge, die zwei verschiedene Aspekte behandeln. Und die müssen jetzt gegeneinander antreten. Also, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht. Also gut. Dieser Antrag soll nur präzisieren, wie virtuelle Meinungsbilder durchgeführt werden. Es ist eine klarere Formulierung dahingehend, welche Teile neutral formuliert werden sollen. Also die Fragestellung, die Einladungsmail, selbstverständlich nicht der Text, über den abgestimmt wird. Und es sind Klarstellungen darüber, ob der Landesverband ein virtuelles Meinungsbild auch ablehnen kann. Und dass er bitte auch die Pflicht hat, eins abzulehnen, wenn er der Meinung ist, das sei Schwachsinn oder nicht neutral oder irgendetwas. Das haben wir nämlich bisher, sind Sachen einfach durchgewunken worden, ohne darüber nachzudenken. So. Und das geht also wirklich nur um die virtuellen Meinungsbilder. Es geht da überhaupt nicht um die Frage der Positionierung. Das war eben der zweite Antrag, den ich gestellt habe. Es wäre mir aber als Beauftragten für die virtuellen Meinungsbilder wirklich ein Herzensanliegen, wenn man zumindest diesen Antrag 4 hier beschließen könnte. Weil der zumindest dafür sorgt, dass wir die Dinger einigermaßen rechtssicher, also rechtssicher, einigermaßen nachgemäß der Satzung durchführen können. Also das, was wir jetzt sowieso tun, der auch dem entspricht, was in der Satzung steht. Danke. Jörg, bleib doch bitte oben. Das ist immer noch dein Antrag und das war der letzte. Eine Verfahrensfrage. Meiner Meinung nach scheinen die Satzungsänderungsanträge 4 und 5, also die beiden von Jörg Witzel, miteinander nicht in Konkurrenz zu stehen, obwohl jeder von denen mit den anderen Anträgen konkurriert. Ich habe eben gerade schon dem Antragsteller versucht klarzumachen und jeder kann das gerne beim Antragsbüro einsehen. Wir haben gestern einen Beschluss gefasst. Diese Versammlung hat den Beschluss gefasst, dass diese Anträge zueinander konkurrierend sind. Wir machen das leider nur so, wie ihr uns das vorgebt. Das heißt, ihr habt gestern diesen Beschluss gefasst, der liegt hier schriftlich vor. Das wurde dem Antragsteller auch mitgeteilt. Dementsprechend behandeln wir das auch jetzt so. Es tut mir leid, dass das ein bisschen Aufregung hervorgerufen hat, aber so ist nun mal die Tagesordnung. Die Anträge wurden vorgestellt und wir sind jetzt bei der Eröffnung der Rednerliste. Das heißt, die Antragsteller möchten bitte schon mal zur Bühne gehen, während wir das Meinungsbild... Warum? Das Meinungsbild bitte für den 0-4er. Wer könnte sich vorstellen, den anzunehmen? Ja, bei schwacher Beteiligung leicht positiv. Wir unterbrechen hier für 15 Minuten die Versammlung. Jetzt. 15 Minuten. So, dann möchte ich euch bitten, alle wieder eure Plätze einzunehmen beziehungsweise die Antragsteller nach vorne am besten. Jörg. Jörg, hallo. Holt auch die von draußen wieder rein. Wir haben jetzt das Antragskuddelmuddel geklärt. Wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir stimmen jetzt quasi Blöcke gegeneinander ab. Und zwar ist der erste Block Satzungsänderungsantrag 4 und 5, der zweite Satzungsänderungsantrag 18a und 18b und der dritte ist der Dringlichkeitsantrag 3. Diese drei Blöcke stimmen wir jetzt gegeneinander ab. Je nachdem, welcher angenommen wird, erkläre ich dann, wie es weitergeht. Ja, und jetzt eröffne ich erst mal die Rednerliste für die ganzen Anträge. Nein, wir müssen erst diesen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung beschließen. Wir haben einen GO-Antrag. Also, das Verfahren, was sie eben beschrieben hat, ist jetzt zusammengefasst, dass wir das auch so beschließen, dass wir es so tun in diesem GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. GO11. Der GO-Antrag lautet wie folgt. Die Anträge SEA 04 und SEA 05 werden als Block behandelt. Die Anträge SEA 18a und SEA 18b werden als Block behandelt. Diese beiden Blöcke werden konkurrierend zu DA 003 behandelt. Das bedeutet im Prinzip, ihr könnt euch jetzt konkurrierend zu einem von den möglichen Wegen, den wir da gehen, auswählen. Dann stimmen wir dann entsprechend über diesen Antrag ab. Gibt es dazu eine Gegenrede? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Dann stelle ich fest, dass der Antrag angenommen wurde. So, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt weiter zur Antragsvorstellung beziehungsweise zur Rednerliste und Meinungsbild. Ich habe eine Frage an die beiden anderen Antragsteller. Es geht ja im Wesentlichen darum, dass versucht wird, die virtuellen Meinungsbild dabei zu behalten. Inwieweit, was verbringt euch zur Überzeugung, dass eure Fassung dafür sorgt, dass das ganze Landesschiedsgericht fest ist? Könnt ihr das bitte noch mal kurz erläutern? Ja, ich hatte in meiner Vorstellung ja schon, bin ich darauf eingegangen, dass ich denke, da waren vier Bugs drin. Die habe ich benannt und auch gesagt, wie das ausgeräumt würde. Und das sehe ich zumindest bei den anderen Anträgen nicht. Da sind zwei von den Bugs jeweils noch drin. Aber das würde jetzt über die Antwort auf die Frage hinausgehen. Ja, der Hauptkritikpunkt war, dass das positionierende V&B kein Organ sei, was ja prinzipiell richtig ist. Und meine beiden Alternativen präzisieren halt eben das, was es schon ursprünglich auch war, dass das positionierende V&B ein Tool der Basis ist, aber eben am Landesvorstand als Organ angedockt, der das nämlich durchführt und die Positionierung am Ende auch verkündet. Und damit ist der Hauptkritikpunkt, dass das eben kein Organ sei, aufgelöst. Okay, gibt es weitere Redebeiträge? Läufst du zum Mikro? Ja. Du sagst gerade am Landesvorstand angedockt. Wie muss ich das verstehen? Welche Möglichkeiten hat der Landesvorstand damit umzugehen, mit den Entscheidungen oder beziehungsweise mit den Meinungsbildern? Das steht im Wiki und ist auch blau hervorgehoben, dass es nämlich ein Vetorecht gibt oder halt eben bei, also in den beiden Fällen einmal muss er es verkünden, da hat er auch ein Vetorecht, wenn es prinzipielle Unregelmäßigkeiten an der Abstimmung gegeben würde und er kann es begründen und so weiter und so fort. Bei dem anderen Fall, wo er es verkünden kann, muss er eine Nichtverkündung ebenfalls begründen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, steht im Wiki, blau hervorgehoben, hätte man lesen können. Die Frage, die die Jörg gerade an die anderen hatten, nur jetzt an Jörg, dass er es auch entsprechend darstellt. Ich habe die Formulierung, dass der Landesvorstand stellvertretend für den Landesverband auf Basis eines solchen Meinungsbildes eine Position beziehen kann, übernommen. Was ich aus Ralfs Vorschlag, was ich nicht übernommen hatte, war eben, dass der Landesverband sich hinterher noch mal entscheiden kann. Die Formulierung am Ende, die er ergänzt hat, ist bei mir nicht enthalten. Weil entweder man macht das virtuelle Meinungsbild und der Landesverband ist dann nur noch, also ich halte das nicht für notwendig erhartet, da noch mal eine Formulierung hinten zu haben, dass dann der Landesvorstand das noch verkünden muss. Sondern in dem Moment, wo der Landesvorstand beschließt, das VNB durchzuführen, gilt das, was dabei herauskommt, eben als Position des Landesvorstands. Seht ihr die Positionen, die über das VNB letztendlich und dann im Zweifelsfall über den Landesvorstand beschlossen werden, als Teil des politischen Programms der Piratenpartei Hessen? Und wie seht ihr die Problematik des Parteitagsvorbehaltes bezüglich Programmatik bei euren Anträgen? Das geht an alle drei Antragsteller. Ich sehe das einfach als eine Zwischenposition, sage ich mal. Also wir müssen uns noch mal konkret überlegen, wofür brauchen wir das denn, ja? Also das geht da oft so ein bisschen aus dem Blickfeld. Wenn man sich jetzt überlegt, nächste Woche entscheiden die USA, sie müssen jetzt in Syrien einmarschieren und die NATO und Deutschland sollen sich bitte beteiligen, ja? Dann brauchen wir ein VNB, wo und wenn die entsprechenden Quoren erreicht werden, kann der Landesvorstand daraufhin eine Pressemitteilung raushauen, mit einer internetgestützten Umfrage haben sich die hessischen Piraten mit großer Mehrheit so und so positioniert. Das ist das, wofür wir das brauchen, ja? Um zwischen Landesparteiten, Teiltagen aktuell politisch aktionsfähig zu sein. Insofern ist es natürlich Teil von einer politischen Positionierung, aber um es dauerhaft in ein Programm aufzunehmen, bedarf es dann eines Beschlusses des Parteitages. Und genau das ist das, was ich versucht habe, oder in den Satzungsänderungen entsprechend hinzukriegen. Die anderen beiden denke ich auch. Ja, die Frage führt dann wieder vollkommen am Problem vorbei, weil Programmsatzungen und Positionspapiere beschließt der Landesparteitag und zwar mit zwei Drittelmehrheit im Fristenkonzept, was ich ja ebenfalls mit dem H-Zusammen ausgearbeitet und eingereicht habe, was ihr beschlossen habt. Somit stellt sich diese Frage nicht. Es geht genau, wie eben schon gesagt, darum halt Positionen, zum Beispiel unterstützen wir den Kiefeld-Prozess, ja oder nein, solche Dinge eben zwischen Landesparteitagen entscheiden zu können, damit wir eben einfach basisdemokratisch handlungsfähig sind. Neben den schon genannten Aspekten, die ich auch teile, möchte ich noch einen hinzufügen. Der Landesverband Hessen ist der einzige Landesverband, der es seinen Mitgliedern erlaubt, geheime basisdemokratische Abstimmungen durchzuführen. Alle anderen sind mir der Meinung, das sei Teufelszeug. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es eine verbindliche, also nicht nur so, wir fragen mal und wenn uns die Meinung nicht gefällt, sagen wir, na ja, es war ja nur eine Umfrage, sondern dass es eben eine verbindliche Sache ist, die wir mit diesen positionierenden virtuellen Meinungsbildern durchführen können. Und das ist für mich eine Vorstufe dafür, später mal eben vielleicht auch mehr, also in Richtung Online-Mitbestimmung zu gehen und vielleicht auch mehr als nur Positionierungen zu haben. Aber lasst uns diesen Teil, diesen vorsichtigen Ansatz, weiter ausbauen. Und das ist eben der Kern dieser Anträge, die wir hier haben. Ich sehe beim DA 003 ein Problem. Und zwar steht da sinngemäß, dass ein Meinungsbild dann gilt, wenn zwei Drittel sich für Ja, Nein oder Enthaltung ausgesprochen haben. Wenn sich zwei Drittel für Nein aussprechen bei einem Antrag hier auf dem Parteitag, dann ist das ein Nichtbeschluss und kein Beschluss vom Gegenteil. Die Position im DA 003 sieht so aus, als ob, wenn wir uns mit zwei Dritteln für Nein aussprechen, es eine Positionierung zum Gegenteil wäre oder könnte zumindest so interpretiert werden. Deswegen sehe ich das etwas problematisch. Ich würde den Antragsteller bitten, dazu vielleicht etwas zu sagen, wenn das geht. Also wie siehst du das, siehst du dieses Problem nicht oder ist es tatsächlich vorhanden? Also ich sehe das so, dass ein Beschluss, wenn man etwas nicht beschließt oder gegen etwas votiert, votiert man nicht automatisch für das Gegenteil. Also wenn wir eine Umfrage, meinetwegen ein Meinungsbild haben, woraus kommt, über zwei Drittel der hessischen Piraten sind gegen den Ausbau von Windkraft, bedeutet das deswegen nicht, dass wir für den Ausbau von Atomkraft sind. Und das kann aber der Landesvorstand ganz genauso benutzen. Wenn irgendeine Zeitung fragt in einem Interview, wie verhalten sich die hessischen Piraten zu dem und dem Punkt, dann können wir sagen, wir sind da nicht dafür. Vielen Dank. Also man kann es sicherlich nicht so gut benutzen, wie eine positive Aussage. Es ist nicht so brauchbar, aber man kann es auch kommunizieren. Ich hätte jetzt gerade noch eine Frage an Jörg. Du hast gerade gesagt, es ermöglicht eine geheime Abstimmung. Man kann ja auch im Nachhinein noch mal die Abstimmung seines Tokens überprüfen. Inwiefern siehst du das als geheim an? Du kannst prüfen, ob dein Token mit dem richtigen Wert in der Liste der Abstimmungen drin ist. Das Token selber wird aber meines Wissens nach, es kann sein, dass es temporär auf dem Server gespeichert wird, aber nach Ende der Abstimmung ist nicht mehr nachzuvollziehen, an wen welches Token geschickt wurde. Das heißt, es ist keiner kann nachvollziehen, welches Token zu wem gehört. Das ist für mich ein Kern der geheimen Abstimmung. Ob man mit Angriffsszenarien das eventuell umgehen könnte, da stimme ich dir zu. Natürlich kann man diese Software, die wir da momentan haben, angreifen und da könnte man sehr viel bessere Dinge bauen als das, was da jetzt gerade existiert. Keine Frage. Aber vom Ansatz her, überhaupt mit so einem Verfahren zu versuchen, da stehen wir momentan einzigartig da. Also zumindest jeder, der Zugriff irgendwie auf die IT hat oder auf den Server, kann das nachvollziehen. Moment, kein Zwiegespräch bitte. Und deswegen, die Frage, siehst du das wirklich als Geheiman? Noch mal, bitte zu unterscheiden zwischen dem, dass man als Landesverband sich entschieden hat, ein solches Verfahren zu verwenden und der Fragestellung, inwieweit und in welcher Form die dabei beabsichtige geheime Wahl oder geheime Abstimmung torpediert werden kann. Das Verfahren ist bei weitem nicht perfekt, was wir jetzt hier haben. Das stimme ich unumwunden zu. Aber ich habe es gestern schon mal gesagt, wenn mir jemand ein Beweis bringt, dass man keine geheimen Online-Abstimmungen machen kann, spende ich 1.000 Euro an den Landesverband. Ja? Braucht mir nur irgendjemand ein Wissenschaftspapier oder irgendeine Veröffentlichung zu zeigen, gibt es 1.000 Euro für den Landesverband. Dass wir das, was wir jetzt haben, noch nicht perfekt ist, ist allen klar. Ich glaube, es ging da nicht um Perfektion. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. und zwar wurde an alle, wurde auf dem letzten Bundesparteitag Gerüchte halber, ich habe mich da nicht genau mit auseinandergesetzt, was da Beschlusslage ist, neues Satzungsmaterial zur Mitgliederbefragung beschlossen. Habt ihr eure Anträge auf Kompatibilität mit diesem geprüft und zu welchem Ergebnis seid ihr gegebenenfalls gekommen? Ich habe das nicht geprüft und auch bisher keine Veranlassung gesehen, das zu prüfen, weil wir sind teilweise auch in unserer Landessatzung frei, Dinge ein Stück weit anders zu regulieren, es sei denn, die Bundessatzung schreibt uns vor, das 1 zu 1 anzuwenden, wie es bei verschiedenen Dingen über der Schiedsgerichtsordnung und so weiter eben der Fall ist und letztendlich basiert, also dass wir heute darüber ja wieder diskutieren über diese Anträge, ist ja, weil das Schiedsgericht einen Schiedsgerichtsspruch getan hat oder ein Prozess dahin ist. Wir hatten das alles schon beschlossen, hatten das zwei Jahre im Einsatz, was auf Anträgen basiert, seit dem Jahre 2009. Vielen Dank. Also ich habe das auch nicht darin gehend überprüft, weil mein zentrales Anliegen war, jetzt wieder ein funktionierendes Tool zu installieren, mit dem wir auch in dem halben Jahr bis zur Wahl was anfangen können, bis da irgendwas funktionsfähig ist von dem, was auf dem Bundesparteitag lief. Das ist auf jeden Fall nicht vor der Wahl. Ich sehe auch nicht zwingend, dass wir das analog machen müssen. Wir haben als Landesverstand, Landesverband, da auch die Möglichkeiten, unsere eigenen Werkzeuge ein Stück weit zu entwickeln und deswegen sehe ich da keine Problematik. Ich war am Freitag in der Telefonkonferenz der Demokratie AG, wo auch der Bundesbeauftragte für die Fragen, Demokratiefragen mit dabei war und auch die Arbeitsgruppe, die jetzt auf dem Bundesparteitagsbeschluss basierend diesen Bundesentscheid implementieren will. Ich sehe durchaus Chancen, dass wir Teile von dem System, was die da jetzt implementieren wollen und die Hoffnung ist, dass das relativ schnell geht, weil sie ein sehr kompaktes System machen wollen, eventuell auch für unsere eigenen Sachen nutzen können. Allerdings ist es so, dass die, also das, was dort ja beschlossen wurde, ist verbindlicher als das, was wir momentan hier haben und dort ist auch noch nichts bezüglich geheimer Abstimmung. Da ist also immer noch irgendwie auf Urnen, dezentrale Urnen oder so. Da ist also, das ist dann auch ausgeklammert. Also von daher gibt es gewisse Überlappungen mit dem Bundesparteitagsbeschluss, aber wie die Vorredner schon gesagt haben, wir können hier in Hessen erst mal unseren eigenen Weg weitergehen und dort, wo eben wir Synergieeffekte haben oder wo wir dann gute Konzepte aus dem Bund vielleicht noch übernehmen können, werden wir das dann auch tun. Wir haben ja zum Glück relativ wenig darüber festgelegt, wie das technisch durchzusetzen ist, dieses VMB, sodass wir dort relativ flexibel sind, Verbesserungsvorschläge, die das Verfahren verbessern, relativ auch umzusetzen, wenn der Vorstand dem zustimmt natürlich. Ich hätte auch zwei Fragen an alle Antragsteller. Die erste wäre, Heinz Ulrich hat ja erläutert, dass er auf die einzelnen Kritikpunkte aus dem Landesschiedsgerichtsurteil eingegangen ist, auch hinsichtlich der Frage, was kann Gegenstand von dem virtuellen Meinungsbild sein und wie ist das mit der Neutralität in der Fragestellung. Da würde ich fragen, ist das in den anderen beiden Anträgen auch geregelt? Und die zweite Frage wäre, Ihr habt ja am Anfang gesagt, die Intention ist bei euch allen gleich. Wir wollen dieses virtuelle Meinungsbild auch in den nächsten Monaten nutzen können. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr euch auf einen gemeinsamen Antrag vielleicht verständigt? Also, dass man im Grunde die einzelnen Aspekte aus jedem Antrag in einen gemeinsamen Antrag zusammenführen kann? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich denke, da wir jetzt im Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge sind, haben wir keine Chance mehr, zusammen einen Antrag zusammenzubauen aufgrund unserer Verfahrenssituation. Was die Neutralität angeht, also bei mir in den beiden Anträgen ist neu hinzugekommen, dass eben der Landesvorscher eine Prüfpflicht hat und einen Antrag, falls er eben nicht als neutral genug angesehen wird, zurückzuweisen, damit der Antragstellende Pirat ihn einfach mal verbessern kann. Aber ein Verbesserungsrecht hat der Landesvorstand nicht, dass er jetzt irgendwelche Worte ändern kann, sondern es muss schon der Antragsteller sein, dass wir da eine Korrekturschleife drin haben. Sie ist natürlich wie bei, letztendlich Sprache ist immer interpretierbar, was ist neutral, kommt auf Standpunkte drauf an, Sichtweisen und so weiter und so fort. Aber wir haben eine Korrekturschleife drin bei mir. Ich würde bezüglich der Frage, inwieweit man das kombinieren kann, also ob das geschäftsordnungskonform zu kombinieren wäre, da würde ich bitte an die Versammlungsleitung verweisen, das kann ich nicht unbedingt beurteilen, weil unsere Anträge waren ja keine Dringlichkeitsanträge, sie wurden nur verschoben. Von daher hätten wir eigentlich laut Satzung meiner Ansicht nach ein Recht, unsere Anträge noch anzupassen und dann noch mal vorzustellen, aber das weiß ich nicht genau. Was jetzt die Frage betrifft, inwieweit wir sozusagen da Interesse daran hätten, mir kommt es im Wesentlichen darauf an, dass wir die positionierenden virtuellen Weinungsbilder beibehalten können. Und von daher bin ich mir nicht sicher, dass mein Antrag diesbezüglich der beste ist oder ob eventuell einer von den anderen das besser abdeckt. Es sind nur in meinen Anträgen zwei Aspekte drin, die leider in den anderen Anträgen nicht drin sind. Das eine ist, dass ich versucht habe, die Art und Weise, wie die virtuellen Meinungsbilder durchgeführt werden, basierend auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, präziser zu fassen. Das ist also einfach der Beantragungsprozess, dieses Lektorat, was wir haben und all diese Dinge, dass wir da eine bessere Orientierung haben dafür, was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten. Und diese Präzisierung des Prozesses, die fehlt in den anderen Anträgen leider. Und das andere war halt mein Bestreben, diese Beschränkung der Gültigkeit aufzuheben, die die anderen Kollegen in ihrer Anträge auch nicht aufgenommen haben. Ansonsten ist es mir eigentlich Jacke wie Hose, welcher der Anträge. Ich hoffe, es wird zumindest einer davon angenommen. Danke. Also ich denke, wir können letztendlich auch mit jedem leben. Ich sehe tatsächlich dieses Problem, dass dieses Wort politisch, diese Einschränkung, die das Landesschiedsgericht da vorgenommen hat, bei den anderen Anträgen jeweils noch drin ist. Das heißt, wenn man dieser Interpretation des Landesschiedsgerichts folgen will, dann hätte man mit den beiden dieses Problem nicht gelöst, dass man es für parteiinterne Dinge einfach nicht nutzen kann. Das fände ich in der Tat schade. Wenn das Wort politisch ein Problem sein sollte, dann könnten wir das noch lösen, indem wir einen Antrag, den ich hier schon fertig formuliert habe, noch innerhalb dieses Blockes rechtzeitig die 50 Unterschriften sammeln und einreichen und einfach das Wort politisch nachher ausstreichen. Biete ich euch gerne an, der liegt bei mir auf dem Tisch. Ansonsten bin ich dafür, entweder den ersten oder den zweiten Block anzunehmen, weil mir im DA003 eben dieses Problem zu stark ist, dass eine Positionierung, dass eine Ablehnung einer Positionierung ausdrücklich als Positionierung für quasi das Gegenteil gewertet werden kann, wie wir es gerade hier auch besprochen hatten. Deswegen, das haben wir bei den anderen ausgeschlossen, ich glaube, beim 18. A und B sogar ausdrücklich. Und deswegen bitte ich dafür, einen von den ersten anzunehmen. Die haben auch noch als weiteren Vorteil, dass sie sich sehr nah an der weitgehend bewährten Formulierung in der Satzung orientieren und nur kleinere Änderungen machen und während der letzte sehr viel neu schreibt und wir uns dadurch eventuell neue Probleme einhandeln, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Vielen Dank. Ich habe hier bei der Diskussion so ein bisschen Eindruck gewonnen, als sollte das wieder so ein bisschen zerpflückt werden. Leute, es wurde ein Antrag abgelehnt, ein Ersatzungsänderungsantrag, das wir als Basisdemokratischen Landesverband verstehen, mit der Begründung, wir sollen halt einfach machen, statt sowas in eine Ersatzung reinzuschreiben. Wir haben mit dem Virtuellen Meinungsbild ein Tool, was regelmäßig über 20 Prozent Beteiligungsquote erreicht hat. Das ist zwar immer noch nicht Idealzustand, aber das Beste, was wir in der Partei überhaupt haben. Wir haben jetzt ein paar Piraten hingesetzt und haben aufgrund der einstweiligen Antrag des Schiedsgerichtes was zusammengebastelt, was fundiert ist und diese Problematik behebt, der das Schiedsgericht angesprochen hat. Darum nehmt einen dieser Anträge an. Danke. Ich würde dafür wärmen, den DA 003 anzunehmen, weil es einfach der Antrag, aus dem meiner Meinung nach einfach am meisten auf die ganzen verschiedenen Punkte eingegangen ist, die das Schiedsgericht kritisiert hat. Ich teile auch nicht so ganz die Bedenken vom Jan. Es obliegt ja dann immer noch dem Vorstand, ob es das Ganze jetzt verkündet oder nicht. Also ich würde einfach dem Vorstand an der Stelle einfach mal mehr vertrauen. Es kann natürlich sein, dass es dann natürlich eine Diskussion gibt, weil dann die einen meinen, nein, das darf der Vorstand auf gar keinen Fall jetzt hier auch wirklich als positionierend ansehen. Aber trotzdem würde ich dem Vorstand an der Stelle da einfach vertrauen. Außerdem hat bei dem einen Eintrag vom Jörg und bei dem einen Eintrag vom Ralf werden die Positionen automatisch bezogen, wenn eine Zweidrittelmehrheit da ist. Da haben wir halt wieder das Wahlcomputerproblem. Also ich bin für DA 003. Darf ich euch noch mal bitte in Ruhe bitten? Weniger Tumult, Dankeschön. Ich würde einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild stellen. Und zwar möchte ich fragen, wer ist die Versammlung der Meinung, dass wir den Antragstellern noch durch eine kurze Unterbrechung oder eine längere Unterbrechung die Gelegenheit geben sollten, einen Kompromissantrag oder einen gemeinsamen Antrag zu formulieren? Ja, dann Kärtchen hoch. Ich stelle dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus. Gibt es noch Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann habt ihr noch das Abschlussstatement. Entschuldigung, braucht es dafür, was jetzt Volker gerade mit einem Meinungsbild abgefragt hat, nicht noch einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung? Ja. Dann stelle ich den hier mit. Gut, dann bitte ich die Versammlungsleitung mir, sie hat vermutlich meine Intention verstanden, mir zu sagen, was ich jetzt stellen muss oder selber einen GO-Antrag so zu stellen, dass genau diese Zusammensetzungsrunde der drei Antragsteller möglich wird. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden mit zehn Piraten als Unterschrift. Kein GO-Antrag während eines, ne? Okay. Also der Antrag muss schriftlich eingereicht werden, so wie Julia schon gesagt hat. Es sei denn, wir machen es. Gut, dann stelle ich den GO-Antrag auf. Wir bereiten das kurz vor. Kommen wir zum Antragsbüro, bitte. Wir bereiten das so vor, wie es in seinem Sinne ist. Muss ich jetzt so lange einen GO-Antrag auf Unterbrechung stellen? Nein, nein, wir nehmen den anderen GO-Antrag jetzt erst mal hinterher. Entschuldigung, darf ich kurz was anmerken? Wir haben meines Wissens eigentlich im Moment nicht, Jörg. Wenn, dann kommst du kurz zu uns, dann machst du das bei uns hier. Und du darfst, bitte. Ja, ich ergeb mich total. Verfahrensfrage. Wäre der korrekte Ablauf an der Stelle jetzt nicht, dass die drei Antragsteller von ihrem neuen satzungsgemäßen Recht Gebrauch machen, die Versammlung darüber abstimmen zu lassen, ob sie nicht später das Ganze nochmal in überarbeiteter Form reinbringen können. und da können sie sich auch überlegen, dass sie nur noch einen einbringen und der Rest wird dann zurückgezogen. Wäre das nicht an der Stelle eigentlich die... Ähm, so kann man das auch machen. Dafür bräuchte es auch keine Unterschriften. Nein. Ist Verfahrensfrage damit geklärt? Ja. Gut, dann weiß ja jeder, was er zu tun hat. Ansonsten bereiten wir jetzt diesen TO-Änderungsantrag vor. Die Frage wäre vielleicht... Also, wir würden auch gerne einen GO-Antrag auf Einigung eines Meinungsbildes bevorzugen. Erstmal, bevor wir den Weg, den ihr jetzt vorgeschlagen habt, geht, um zu gucken, welcher der Pfade denn, welche Qualität an Zustimmung momentan gerade hat, um da vielleicht auch, falls wir es schaffen können, ich bin nicht so der Freund davon, das jetzt an dem Landesparteitag schnell noch zusammenzubasteln, aber zu gucken, welche Richtung es denn gehen soll. Deswegen einfach mal unverbindlich im Meinungsbild für jeden Block, wie dann die Zustimmung gerade so ist. Okay, dann machen wir das jetzt hier. Wer ist für, bitte nur die blauen Karten, für den ersten Block mit Satzungsänderungsantrag 4 und 5? Okay, wer ist für den Block mit Satzungsänderungsantrag 18a und 18b? Wer ist für den DA-003? Das ist für die beiden Letzten, also für den Block 18 und den DA-003 fast gleich gewesen. Die Zustimmung. Könnten wir dann ein modifiziertes Meinungsbild einholen, wo dann die roten Karten für den einen Block und die blauen für den anderen? Jetzt mal ganz ehrlich, wollen wir das nicht einfach abstimmen? Wir sind jetzt beim Abstimmen eigentlich. Geo. Leider nochmal auf Verfahrensfrage. Ich hatte ja eben ein Verfahren vorgeschlagen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob das funktioniert, weil in der Satzung steht ja drin, dass, wenn sich die Antragsteller dann zurückziehen und das Ganze nochmal überarbeiten, dass dann später im Block Dringlichkeitsanträge drankommen. Wir sind ja jetzt aber schon im Block Dringlichkeitsanträge. Funktioniert das also trotzdem? Ja, das funktioniert trotzdem, weil laut eurer GO die Themenbereiche immer wieder rotieren, während des gesamten Landesparteitags. Ach so, ja, stimmt. Weiß ich nicht, muss ich nachlesen. Dankeschön. GO-Antrag auf Verfahrensfrage. Ist es möglich, den Block Dringlichkeitsanträge zu unterbrechen und in dieser Zeit zum Beispiel das Thema Kampagne darzustellen? Ja, das ist möglich. Bitte? Wir stellen den Antrag auf Änderung der Tagesordnung, nehme ich mal an. Nee, ich stelle den GO-Antrag auf Änderbarkeit eines Antrags, weil bevor wir sowas machen wollen, müssen wir das sowieso, diesen Antrag stellen. Ja, aber lass es uns doch hier oben machen. Komm doch zu uns, bitte. Ihr kennt das ja schon, ne? Wir unterbrechen mal für zehn Minuten. Okay, während wir jetzt diese Versammlung kurz verbrechen, äh, verbrechen. Wunderbar, ja, sehr schön. Unterbrechen, geben wir dem Kampagnenteam die Möglichkeit, die Kampagne vorzustellen. Ähm, ähm, kurz noch was anderes. Wer hier mit dem Age Essen bestellt hat beim Thai, der Age steht jetzt hier vorne und ihr könnt bitte bei ihm bezahlen. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben heute in einer, nicht heute in einer Woche, sondern nächstes Wochenende am Samstag im Odenwald außerordentlichen Kreisparteitag und suchen noch freundliche Menschen, die Versammlungsämter übernehmen, weil wir da leider im Moment relativ wenig haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich der ein oder andere dafür bereit erklärt, das Ganze findet in Fränkisch-Krumbach statt, das ist von Darmstadt ungefähr eine halbe Stunde weit weg, äh, von Heppenheim, Benzheim, Bergstraße auch ungefähr eine halbe Stunde weit weg. Ich denke, ihr könnt euch dann ungefähr ausrechnen, wie weit es von euch weg ist. Wir würden uns sehr freuen, sprecht mich einfach an, wenn irgendjemand will und macht für uns Werbung. Danke. Ton? Oh, ja, ich habe Ton. Okay, wir haben jetzt mit den Antragstellern der Satzungsänderungsanträge gesprochen. Sie haben sich dazu entschlossen, die jetzt so abzustimmen, wie wir es vorher vorgesehen haben in diesen Blöcken. Das heißt, da wird jetzt nichts erstmal geändert, wir stimmen die jetzt so ab. Hallo? Hallo? Wir machen weiter. GO-Antrag? Oder was war das jetzt? Äh, ja, GO-Antrag auf Meinungsbild, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Hallo? Uhuhu. Okay, schieß los. Und zwar, wenn entweder der erste oder der zweite Block angenommen werden, hätten wir immer noch das Wort Politische in den Meinungsbildern. Wir hätten die Möglichkeit, dieses Wort mit einem Dringlichkeitsantrag rauszuwerfen. Möchtet ihr, falls einer dieser beiden Blöcke angenommen wird, das Wort Politische streichen und dadurch positionierende Meinungsbilder auch für unpolitische Positionen ermöglichen? Ja, los geht's. Überwiegend positiv. Gut, dann benötige ich für den entsprechenden Antrag 50 Unterschriften. Ich sitze da vorne an der vorderen Tür und ich bitte die Versammlungsleitung, den Dringlichkeitsantragsblock nicht zu schließen, damit der Antrag hier noch behandelt werden kann. Das heißt, gegebenenfalls unterbrechen... Ihr müsst gucken, ob ihr es bis dahin schafft. Von daher, los geht's. So, jetzt geht's weiter. Den Henning bitte auf die Bühne. Henning? Ja, dich. Wir stimmen jetzt diese Anträge ab, diese Blöcke. Noch mal. Diese drei Blöcke sind konkurrierend. Das heißt, wir haben jetzt vier Abstimmungen. Satzungsänderungsantrag 4 und 5 gegen 18a und 18b, da 003 oder keiner der drei Blöcke. Wir fangen an mit dem ersten. Wer ist für Satzungsänderungsantrag 4 und 5? Ah, okay. Kommando zurück. Es fehlen die Abschlussstatements. Dann beginnt bitte mit den Abschlussstatements. Ja, was jetzt? Auf. Eben sollten wir von der Bühne, jetzt müssen wir wieder rauf. Ja, also ich gehe mal kurz auf die anderen Anträge ein, weil ich da noch Bugs drin sehe. Und das deswegen, also bei dem 04, 05 ist einmal dieses Punkt politisch drin. Das wird jetzt vielleicht noch gefixt. Aber vor allem ist am Ende drin, dass der Satz aus dem bestehenden VMB-Paragraf, die Position gilt als bezogen, wenn. Das bedeutet, dadurch ist die Beschlussqualität des VMB erhalten und die Problematik, dass das eigentlich rechtlich nicht geht, nicht gelöst. Das gleiche Problem ist bei dem 18b drin. Da wird das nämlich auch verkündet, wenn das entsprechende Quorum erreicht wird. Das heißt, da ist auch die Beschlussqualität. Meines Erachtens ist der 18a der einzige, den wir überhaupt annehmen können, wenn wir nicht den DA 003 annehmen. Der hätte noch die Problematik, dass das Wort politisch da noch drin ist und dass die Einladungse-Mail, dass da auch nach wie vor unklar ist, was da jetzt alles neutral sein soll oder nicht. Aus den genannten Gründen, weil ich denke, der 003 löst diese ganzen Themen am besten, plüdiere ich halt dafür. Ich sehe diese Wachsen nicht so ganz, weil mein Beitrag steht drin, zwischen den Landesparteitern kann der Landesvorstand stellvertretend für den Landesparteitern eine politische Positionierung beziehen. Und es geht ja letztendlich auch um politische Positionierung. Wir wollen ja nicht entscheiden, ob jetzt hier irgendwie die Landesgeschäftsstelle grün oder rot wird als Position, sondern wir wollen entscheiden, ob wir an Protesten wie Kieferk... Entschuldige, Ralf, ganz kurz. Jan, wenn ihr die Dringlichkeitsanträge, Unterschriften sammelt, könnt ihr das bitte draußen machen, weil hier drinnen stört das doch. Bitte. Ja, wie gesagt, es geht darum, politische Positionen zu beziehen, ob wir einen Protest unterstützen, sei es Fluglärm am Flughafen oder Kieferk oder ähnliches. Und am Ende, wir sind eine politische Partei. Also fast alles, was wir entscheiden, ist politisch. Danke. Ich hatte meine Anträge eigentlich nicht gestellt, um irgendwelchen Satzungsfuhr zu korrigieren oder irgendwelche rechtlichen Bedenken des Landesschiedsgerichts zu beheben oder so. Ich habe in meinem Antrag 5 Teile von den Formulierungen von Ralf mit übernommen. Nur den Satz am Ende habe ich leider weggelassen, weil mir nicht eingelächert hätte, warum das wichtig ist. Okay, das war aus rechtlichen Gesichtspunkten wichtig, dumm gelaufen. Mir war aber an meinen Anträgen wichtig, wir machen jetzt diese virtuellen Meinungsbilder seit mehreren Jahren. Wie der Luther schon gesagt hat, sehr erfolgreich. Die Durchschnittsquote bei der Beteiligung liegt bei 23,4 Prozent über alle virtuellen Meinungsbilder, die wir bisher gemacht haben. Das ist super. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal langsam einen kleinen Schritt weitergehen und eben diesen vorsichtigen Mechanismus, den wir anfangs eingebaut haben, dass die Dinge nur bis zum nächsten Landesparteitag gelten, dass wir das eben zurücknehmen können. Das war eigentlich der Hauptzweck des zweiten Antrags, den ich hier habe. Der erste Antrag bezieht sich darauf, dass wir als Team, die diese virtuellen Meinungsbilder durchführen, dort eine sehr viel klarere Vorgabe haben, wie das im Einzelnen zu geschehen hat. Und in diesem Antrag gibt es auch noch mal zwei Module dann, wo man sich im Einzelnen entscheiden kann. Also kann man dann sozusagen optional noch mal die einzelnen Teile weglassen, wenn einem das so nicht passt. Aber es geht darum, halt klarer zu formulieren, was ist an einem Antrag neutral zu formulieren und wo ist die Positionierung und welche Teile müssen halt vom Vorstand geprüft werden und wo hat er die Finger davon zu lassen, weil das Sache des Antragstellers ist und so weiter. Und das war sozusagen der vierer Antrag, ist aus der Praxis, die wir haben erwachsen. Das ist mit den anderen Leuten im Umfrageteam, haben wir daran gearbeitet, das möglichst klar zu formulieren. Und deswegen bitte ich darum, meinen Anträgen zuzustimmen. Danke. So, das waren jetzt die Abschlussstatements. Das heißt, wir kommen jetzt, jetzt mal endlich zu der Abstimmung. Noch mal, die sind konkurrierend, das heißt, wer ist für den ersten Block Satzungsänderungsantrag 4 und 5? Seht ihr mit? Ja, ich bin dabei. Ist das nur eins? Ja. Ich darf noch mal um Ruhe bitten. Kärtchen hoch. Kärtchen hoch. Danke schön. Der zweite Block, Satzungsänderungsantrag 18a und 18b. Okay. Der dritte Block, DA003. Und als letztes noch keine der Anträge. Dann wird jetzt der DA003 abgestimmt. Wer ist dafür oder gegen diesen Antrag? Wer ist dafür oder gegen diesen Antrag? Damit ist dieser Antrag angenommen. Okay. Der nächste Punkt wäre Abschluss und Finalisierung des Programms mit dem Antrag PA009a, Neusortierung der Hauptkapitel durch den Landesparteitag. Ja, es geht darum, dass wir haben ja heute und gestern mehrere Programmanträge angenommen, dass wir dies noch in unserem bestehenden Programm, was wir durch die gestrige Konsolidierung ja in der Struktur gefestigt haben, einzuweben. Und ich habe mit allen Antragstellenden Piraten von angenommenen Anträgen gesprochen und auch ihre Einschätzungen gebeten, wie wir das dort einweben können. Und wir haben das in ein ISA-Pad gepackt und ich würde die Versammlungsleitung bitten, das aufzurufen, dass wir es präsentieren können. Weil da sind die Sachen farblich markiert und in der Reihenfolge der Überschriften, dann können wir es relativ gut sehen. Und wenn wir das beschließen, dann haben wir ein finales Programm. So, wenn ihr etwas runterscrollen könntet, Richtung, genau, hier Zeile 37 geht es los mit der Pirambel, die wir bisher haben. In das Kapitel Information der Selbstbestimmung und Netzpolitik sind eben Bestandsdatenauskunft und das Leistungsschutzrecht hinzugekommen, so wie es auch in der Konsolidierung als Punkte schon vorgesehen war. Wenn wir jetzt ein Stück weiter runterscrollen. Ja, in Bildung haben wir die beiden Punkte von Johannes und Petra angenommen zur Inklusion. Wir streichen die Überschrift der Zweck von Bildung, damit die Statements, die dort sind, die Kapitel, Präambel für Bildung entsprechen. Das habe ich mit dem Sepp abgesprochen, der hat dem zugestimmt. Auch die Positionierung der beiden Anträge da drin ist mit allen drei Antragstellenden Piraten abgesprochen worden. Dann geht es weiter zur Sozialpolitik. Das war die Serie von Christian Fleißner. Wenn ihr weiter runterscrollt, bitte. Na, das hat er überprüft, dass es dort richtig eingestellt ist, was ja auch nur ein paar Konsolidierungsgeschichten waren. Dann die Modernisierung des Arbeitsrechtes haben wir dort hineingenommen. Inklusion und Barrierefreiheit ist auch wieder Johannes und Petra gewesen, die auch zugestimmt haben, dass es einfach angefügt wird, die fünf Module, die es sind. Und der letzte Teil, den wir angenommen haben, bunte und lebendige Fankultur. Das ist auch mit Kevin abgesprochen, dass die ersten einleitenden Sätze in die Präambel dieses Kapitels bieten. Und das Kapitel selbst zwischen Kultur- und Medienpolitik und Sucht- und Drogenpolitik kommt, weil es einfach ein eigener, größerer Teil ist. Und das müsstest eigentlich, wenn ihr runterscrollt, Infrastruktur, genau das noch, Netze in Nutzerhand. Und das, Sekunde, umlagefinanzierte ÖPNV hinzugekommen. Und Energiepolitik, das stand im Antrag so drin, dass es dort reingeklinkt wird und der Verkehrslärm hinten dran. Und im Verbraucherschutz haben wir zuletzt noch die geplante Obstolizenz, die dort hineinkommt. Und das wäre dann unsere finale Gliederung des Programms, wenn wir dies beschließen würden, was dann einfach im Laufe der nächsten Woche nur noch runtergeschrieben werden muss. und dann hätten wir das Programm fertig und final bereit für den Wahlkampf. Okay, dann hätte ich jetzt gerne ein Meinungsbild für diesen Antrag. Wer ist für diesen Antrag oder dagegen? Das fällt stark positiv aus. Gibt es Redebeiträge? Ich finde eigentlich nur eins ein bisschen unglücklich, und das ist die Fankultur, nicht unter Kultur, weil einen eigenen Abschnitt dafür finde ich ein bisschen Fülle. Fände ich toll, wenn du das mit einsortieren könntest oder mir erklären könntest, warum da. Ja, und zwar haben wir uns auch darüber unterhalten, ob wir das vielleicht zur Innenpolitik oder eben zur Kulturpolitik packen, da es eben sehr viele innenpolitische Fragen sind, was Überwachung und sowas angeht, oder eben Kultur. Das jetzige Kulturprogramm, was für uns eher infrage kam, ist schon relativ groß. Zudem haben wir dann einfach die Chance gesehen, das Thema ein bisschen hervorzuheben, da eben auch die innenpolitischen Fragen und Themen in dem Kulturteil auch ein bisschen unglücklich positioniert wären und unter Umständen den Kulturteil dann auch ein bisschen zu groß und zu unlesbar machen würden. Meiner Meinung nach gehört das unter die Innenpolitik und auf keinen Fall als eigenes Kapitel, weil, tut mir leid, das Thema Fankultur und Pyrotechnik in Stadien ist nicht gleich groß oder bedeutend wie Kulturpolitik, Bildungspolitik, Innenpolitik oder andere große Themen. Das ist ein Unterthema und ich bitte hier um ein Meinungsbild, wer der Meinung ist, dass das Ding auf keinen Fall als eigener Punkt stehen darf. Also blaue Karte bitte für irgendwo eingliedern, rote Karte für darf ein Ding sein. Ja, okay, stopp mal. Okay, kannst du, Jan, kannst du die Frage nochmal so stellen? Ja, ich wiederhole meine Frage, so dass es mit einer Ja-oder-Nein-Frage ist. Soll dieses Kapitel irgendwo eingegliedert werden? Also Ja für soll eingegliedert werden oder Nein soll eigenständig sein? Das sieht überwiegend positiv aus. Dann hätte ich gerne ein zweites Meinungsbild. Soll das in die Innenpolitik eingegliedert werden? Ich darf nicht. Ja, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Also erstmal, dafür gibt es einen GO-Antrag. So. Okay, Kevin, du möchtest was dazu sagen? Ja, ich würde darum bitten, dass wir dann ein Meinungsbild einholen, ob wir das Ja in Innenpolitik, Nein in Kulturpolitik einsortieren wollen und nicht über Innenpolitik und Kulturpolitik einzeln. Und ansonsten wäre das jetzt noch ein Redebeitrag dazu. Okay, also wir machen jetzt ein Meinungsbild. Soll das zu Kulturpolitik, machen wir die blauen Karten für Kulturpolitik und die roten Karten für Innenpolitik. Wer ist dafür? Die blauen Kultur, die roten Innen. Das sieht leicht positiv für Innen aus. Okay, der nächste Redebeitrag. Den würde ich jetzt ganz kurz fassen. Das liegt mir auch am Herzen. Ich finde es gut, wenn wir das in die Innenpolitik einordnen würden. Okay, gibt es noch weitere Redebeiträge? Ja, als einer der Urheber des kulturpolitischen Kapitels und gleichzeitig als Revisor des innenpolitischen Kapitels würde ich auch das Ganze in Innenpolitik platzieren. Ich kenne jetzt beide ganz gut und da passt es in der Summe viel besser hin. Nur weil das Wort Fankultur heißt, ist es doch etwas anders orientiert. Und definitiv sollte es kein eigenes Kapitel sein. Dann bräuchte es auch eine Präambel und so weiter. Und das wurde ja alles schon gesagt. Dann ein Abschlussstatement zu dem Antrag. Ja, ich würde einfach diese Änderung, dass wir das kund- und lebendige Fankultur in Innenpolitik schieben, weil der Antrag lautet ja, der Landesparteitag befindet über eine Reihenfolge, dass wir dies einfach jetzt hier in den Pet, ich habe leider kein Netz hier vorne, vornehmen und dann darüber einfach entscheiden, dass es fertig ist. Vielleicht kann das schnell jemand copy-pasten in Innenpolitik. Oder wobei, ich habe es ganz vielleicht auch sehr... Kleinen Augenblick. Okay, dann wird das noch entsprechend geändert. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung für diesen Antrag. Seid ihr für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank, wir haben ein Programm. Du kannst gleich oben bleiben. Wir haben jetzt den Antrag PA666. Die Mutter aller Anträge. Ja, ich hatte den schon mal, glaube ich, für Gernsheim gestellt, weil die Presse hat die ganze Zeit immer gesagt, dass wir kein Programm haben. Und dieser Antrag spielt so ein bisschen damit, dass wir halt wirklich kein Wahlprogramm haben, sondern einfach unsere Ziele, die wir halt jetzt heute und gestern finalisiert haben. Und ja, darum geht es eigentlich so ein bisschen mit der Presse, an der Stelle zu spielen. Ja, wir gehen ohne Programm in den Wahlkampf, weil wir sind einfach Piraten. Wir können das. Ich weiß, dass es auch schon diverse kritische Stimmen zu gibt. Deswegen würde ich es einfach mal so im Raum stehen lassen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, stimmt dazu. Wenn nicht, stimmt halt dagegen. Deswegen, letztendlich wäre unser Programm sowieso automatisch unser Wahlprogramm, weil wir haben einen Rolling Release, wie es so schön heißt, weil unsere Satzung kennt halt nur ein Programm. Okay, dann bitte ich um ein Meinungsbild für diesen Antrag. Ich stelle dem Antragsteller mit. Das fällt gemischt aus. So, damit ist die Rednerliste offen. Also, es tut mir leid. Also, ich kapiere die Motivation nicht für diesen Antrag. Wenn das nur dazu da sein sollte, die Presse zu verarschen. Also, wir stehen schon, also wir haben schon jetzt einen schweren Stand gegenüber der Presse. Und es wird also der Partei keinen Dienst damit erwiesen, da noch irgendwie Ironie da noch einfließen zu lassen. Ja, hallo erst mal. Opa erzählt vom Krieg. Der Elsch kennt das auch noch. Wir sind ja damals da angedreht mit dem netten Satz, so zur ersten Landtagswahl in Hessen. Wie sind die, die den Bürgern so ein bisschen die Meinungshoheit, beziehungsweise die Beteiligungshoheit zurückgeben wollen? Also, die Frage besteht einfach, warum gehen wir überhaupt mit einem Programm ins Rennen, wenn wir den Bürgern doch eigentlich ermöglichen wollen, Selbstentscheidungen zu treffen? Wir haben jetzt jahrelang ein Programm aufgebaut, haben es heute konsolidiert, angepasst, ergänzt. Wir haben damit einfach abgebildet, wie wir in bestimmten Sachen Positionen beziehen. Den Bürger wollen wir weiterhin einbinden. Wir haben direktdemokratische Stärkungsmittel im Programm stehen und so weiter und so fort. Ich finde es töricht, ein Programm, das wir in Jahren jetzt abgestimmt haben, damit zu löschen. Ich kann mich meinen Vorrednern im Großen und Ganzen anschließen. Ich finde es keine gute Idee, ein jetzt erarbeitetes Programm um eines billigen kleinen Witzes auszusetzen. Außerdem verringert dadurch die Piratenpartei ihre Glaubwürdigkeit bei den Wählern ganz erheblich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Ralf das so elanlos vorgetragen hat. In Gernsheim war da noch eine ganz tolle Begründung dabei, dass es einfach sehr, sehr viele Vorteile hat, ohne Programm anzutreten, weil wir dafür mit einem Strauß aus politischen Werten und Meinungen antreten können und wir viel, viel flexibler sind und es ja sowieso, wir dann endlich auch endlich der Presse entsprechen. Aber ich würde diesen Antrag jetzt einfach ablehnen, weil der Ralf den so miserabel vorgestellt hat. Das Programm ist viel zu lang, jetzt schon. Ich weiß nicht, wer es wirklich mal von vorne bis hinten gelesen hat. Ich vermute, Ralf hat es gelesen. Joch da auch. Keiner? Okay. Die Wähler lesen das auch nicht, von daher dem Antrag es zuzustimmen. Ich sehe einen GO-Antrag. Das will ich jetzt nicht so stehen lassen. GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer kennt das hessische Programm, das wir beschlossen haben? Das war zwar keine Ja und Nein-Frage, aber das sind mehr als Nein. Also wir Piraten haben uns ja eigentlich primär beschäftigen wir uns mit uns selber und mit Programmschreiben. Mit uns selber wollten wir uns nicht mehr so viel beschäftigen. Das Programm ist jetzt schon total fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was wir noch machen sollen. Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir einfach mal wieder alles auf Null setzen. Und dann können wir wieder ganz lange ganz viel Programm schreiben. Ja, dieser Antrag ist wahrlich teuflisch. Wer diesen satanischen Fersen zustimmen kann, der möge in der Hölle schmoren. Und ich darf mich wieder mal so äußern, wie ich mich zu den meisten Spaßanträgen äußere. Die Spaßanträge auf den Bundesparteitagen waren ja eine Sache, also die Zeitreise, die nicht durchgegangen ist. Und dann der Antrag zur Assimilation der grünen Jugend, mit dem wir uns auch ziemlich lächerlich gemacht haben, wenn ihr mal das Presseecho seht. Und das hier ist noch mal einige Größenordnungen drüber, weil wir ein komplettes ausgearbeitetes Programm weggippen würden. Denkt dran, was ihr hier abstimmt, ist eine tatsächliche Abstimmung. Es ist kein kleiner Spaß auf einer Mailing-Liste oder irgendwo auf Twitter, sondern das hier ist ein offizieller Parteitagsbeschluss. Das heißt, wenn ihr beschließt, unser Programm in die Tonne zu treten, dann ist das auch so. Und wir würden uns damit ganz sicher keinen Gefallen tun. Wir würden damit wahrscheinlich sogar für Parteiaustritte sorgen, bei den Leuten, die an dem Programm mitgeschrieben haben. Deswegen, ja, der Antrag ist ein netter Spaß, aber bitte belasst es auch dabei. Vielen Dank. Ganz kurz. Ich sehe, hier vorne wird hier gerade das Essen ausgepackt. Ja, das ist nicht so günstig jetzt, weil das ganz schön für Tumult sorgt, ehrlich gesagt. Geht es nicht draußen? H? Danke schön. Der nächste Redebeitrag, bitte. Also, ich rege große Sympathien für diesen Antrag, weil, ehrlich gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben von dem Programm, das da an der Wand hängt, vielleicht die Hälfte mal gelesen und von irgendeinem anderen Wahlprogramm noch nie irgendwas gelesen. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, diese Machinerie, die wir jetzt hier haben, die jetzt sehr schön flutscht, dass wir zu jedem Parteitag Anträge haben, die werden angenommen. Ich befürchte, das wird nie aufhören. Da werden immer wieder neue Ideen kommen, was man noch verabschieden könnte und so weiter. Ich hoffe, irgendwann mal kommt mein Antrag mal, irgendwas mehr zu streichen. Sonst reicht die eine Wand irgendwann nicht mehr. Vieles von dem, was wir da beschlossen haben, da müssen wir uns alle klar sein, wird niemals irgendwie umgesetzt werden. Genauso wie bei allen anderen Parteiprogrammen. Da wird viel aufgeschrieben, was so nie. Dann kommt es immer wieder zu schlechten Kompromissen. Also, von daher bin ich überhaupt kein Freund von Programmen, die im Detail alles Mögliche festlegen. So, soviel zu meinen Sympathien zu diesem Antrag. Andererseits ist das hier eine politische Partei und da muss man sich ein bisschen pragmatisch in Sachen auch fügen und wir wollen auch gewählt werden. Also, von daher bitte ablehnen. Da steht ja klar und deutlich, das Programm wird bis zur Wahl am 22. September 2013 ausgesetzt. Das wird ja nun nicht gelöscht. Abgesehen davon wird Inhalt überbewertet. Ja, oh, das Essen ist da. Ciao. Ich bin jetzt voll der Spielverderber, aber ich meine, der Antrag ist ganz witzig. Wir haben uns auch alle gelacht, aber ehrlich gesagt will ich mich im Wahlkampf dafür nicht rechtfertigen, wenn dann Presseleute mich fragen, wieso habt ihr euer Wahlprogramm ausgesetzt und dann, also, lasst uns das irgendwie jetzt diesen Antrag ablehnen. Ist lustig, wir haben auch kein Programm.de und so, können wir auch verlinken, aber lasst uns im Wahlkampf doch die Position, die wir hier erarbeitet haben und wo sich viele Leute viel Mühe gemacht haben, stolz nach außen tragen. Okay, der Kevin war der zehnte, damit ist die Redeliste jetzt, nee, nee, du darfst noch, die Redeliste ist geschlossen. Und du, okay, Reinhard. Ja, mir fallen jetzt keine geistreichen, lustigen Sachen an. Ich sage mal ganz ernsthaft, alles, was wir als Programm abgestimmt haben, haben wir mit den entsprechenden Quoren und entsprechenden Mehrheiten abgestimmt. Ich würde uns gar nicht legitimiert sehen, das jetzt alles über den Haufen zu kippen, aber natürlich können wir entscheiden, was wir wollen, klar, aber ja, würde ich mich komisch fühlen. Das Zweite, ich habe auch an verschiedenen Programmpunkten mal irgendwo irgendwann mitgearbeitet, was ich mir auch selber anziehe und was ich uns allen doch aufgeben würde, dass wir die Dinge, die wir beschließen und die guten Gedanken, die da drin strecken, dass wir die auch mal dann auf die Straße bringen und auch mal was damit machen. Also, ich sage jetzt mal, was hier Unverfängliches, wir haben im Bund ein Energieprogramm beschlossen und es haperte, da auch einfach das mal in entsprechenden Mitteln zu veröffentlichen, an die Leute zu bringen. Ja, dazu möchte ich aufrufen. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Antrag abgelehnt wird und dann können wir mit diesem Programm auch mal richtig an die Leute rangehen und mit denen darüber diskutieren, das sollte unser Job sein jetzt erst mal. Also, wer kein Programm hat, kann den Wähler auch nicht belügen. Das finde ich schon mal ganz toll eigentlich. Des Weiteren, ich strebe ja bei der Landtagswahl die 13,37 Prozent an. Damit sind wir in Koalitionsverhandlungen und da werden wir Teile des Programms zugunsten von anderen Teilen verkaufen müssen. Das finde ich ja schwer uncool. Deswegen bin ich für die Annahme dieses Antrags und dass wir uns dann nur, wo wir eigentlichen Sachen konzentrieren können. Wir trinken noch ordentlich ein heute und feiern ein bisschen. Okay, das war der letzte Redebeitrag. Dein Abschlussstatement? Ja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich meine, ich kann die Kritik natürlich voll und ganz verstehen. Und ich finde aber den Charme, den es halt hat, uns halt auch als Piraten wieder darzustellen, auch ganz gut. Ich lasse es euch entscheiden. Fertig. Okay, dann bitte ich jetzt um die Abstimmung dieses Antrags. Der Antrag ist abgelehnt. So, damit sind wir im Themenblock. Sonstige Anträge. Wir haben einen sonstigen Antrag. 001, Fristenverkürzung für den folgenden Landesparteitag. Der wurde zurückzogen. Möchte ihn jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall. Damit sind wir bei dem zweiten sonstigen Antrag. Legitimation einer Präambelsammlung als Programm. Christian Fleißner, bitte. Das ist jetzt das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, als es den Satzungsänderungsantrag mit dem Grundsatzprogramm gab. Eigentlich war das hier mein Ausgangspunkt. Um den hier ging es mir und nicht um diesen Satzungsänderungsantrag. Und, ja, genau, es geht darum, dass wir den, wir haben jetzt das Programm konsolidiert. Wir haben jetzt lauter Kapitel, die über eine Präambel verfügen. Diese Präambel beschreibt jeweils für die einzelnen Themenbereiche, Innenpolitik, Kulturpolitik, Sozialpolitik und so weiter, beschreibt für diese Themenbereiche, welche grundsätzlichen Werte und Orientierungen wir dabei vertreten und welche Schwerpunkte, welche Aspekte uns daran besonders wichtig sind. Und wir können jetzt diese Präambeln sammeln und als Auszug aus dem Gesamtprogramm in eigener Form publizieren, auch vielleicht drucken lassen oder so was zum Beispiel. Das können wir auch ohne so einen Beschluss hier machen. Ich fände es aber einfach angemessener, wenn der Landesparteitag auch sagt, ja, diese Form als finden wir wünschenswert. Dieser Antrag reagiert darauf, dass es von vielerlei Seiten den Wunsch gibt, eine weniger konkrete Version zu haben unseres Programmes, also viele Detaillösungen rauszuschmeißen, zumindest aus der Sichtbarkeit an manchen Stellen und zu sagen, nee, wir müssen noch mehr vertreten, mit welcher Orientierung wir kommen und dass die auch hervorgehoben wird im Verhältnis zu den Einzelanliegen, betont natürlich auch, dass wir dann mit diesen Orientierungen den Bürgerwillen umsetzen wollen. Diese Legitimation ist einfach letztlich eine Abfrage, so einen Präambelauszug als, ja, auch vom Landesparteitag gewünschte Sonderform zu nehmen. Dieses Sternchenprogramm steht dafür, dass man dem Ganzen dann einen Namen verleiht. Das muss und muss, ja, also bei dem Satzungsänderungsantrag war das das zugegebenermaßen umstrittene Wortgrundsatzprogramm. Ich selber fände auch ein anderes Wort dafür besser. Das kann man dann immer noch über eine Umfrage oder so klären, ob man dafür einen Namen vergeben muss und wie das heißt. Eigentlich geht es um diesen Auszug als reduzierte und orientierungsbetonte Form unseres Programmes. Okay, dann möchte ich um das Meinungsbild bitten. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der ist leicht negativ. Damit eröffne ich die Rednerliste. Ich kann ganz ehrlich diese Präambelgeilheit überhaupt nicht verstehen. Präambeln sind Inhaltslehrer irgendwie hochtönend formulierter Mist, der nichts sagt. Wenn wir schon irgendwie eine Zusammenfassung von seinem Programm wollen, irgendwie die zehn wichtigsten Thesen oder eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Programmpunkte oder Kapitel, wohin wollen wir in dem Bereich, dann ist das eine redaktionelle Aufgabe. Die kann man ohne diesen Parteitagsbeschluss, ohne irgendeine Zusammenlegung von Präambeln machen. Und wir haben ja auch jetzt irgendwie diesen V&B-Beschluss mit den Änderungen des V&B. Damit ist die einstweilige Anordnung des Landesschiedsgerichts außer Kraft gesetzt. Und es kann auch das V&B genutzt werden, um das zu legitimieren. Das V&B hat bei der Beteiligung, die Lothar vorhin erwähnte, dann wahrscheinlich eine höhere Legitimation wie diese Runde von nicht mal 100 Piraten hier bei 1.800 oder 2.000 Mitgliedern. Ich verstehe den Antrag ehrlich gesagt einfach nicht. Das ist doch genau dasselbe, was wir vorhin abgelehnt haben, nur dass hier jetzt ganz konkret drinsteht, dass es die Präambeln sein sollen, die zu etwas Offiziellem zusammengestellt werden sollen, dass wir dann irgendwie nennen, seien es jetzt Werte oder Ziele oder Grundsatzprogramm. Und weil wir das vorhin schon abgelehnt haben, würde ich einfach den Antragsteller bitten, es jetzt zurückzuziehen. Ich verstehe das mal als Frage, ich verstehe es nicht. Ja, vorhin, das war ein Satzungsänderungsantrag, der ganz konkret, also der zum einen natürlich als Satzungsänderungsantrag ein anderes Gewicht hat. Er hätte die Formulierung in die Satzung aufgenommen. In diesem Fall ist es ja nur ein sonstiger Antrag. Und er hätte das Wort Grundsatzprogramm dafür verankert, was natürlich auch einen deutlichen Unterschied dazu macht, sich den Namen dann, wenn das Ganze geschehen ist, noch mal zu überlegen. Dann entschuldige ich mich. Ich würde aber trotzdem plädieren dafür, es abzulehnen, aus denselben Gründen wie vorhin. Es kann jeder jederzeit ein Extrakt aus unserem Programm machen, wie er will, ob es jetzt die Präambeln sind oder nicht. Wir brauchen es einfach nicht. Ich habe leider jetzt das eine Beispiel, kann ich jetzt nicht bringen, weil das sich wahrscheinlich auf das alte Programm bezieht und eventuell seitdem Änderungen vorgenommen haben. Aber die Präambeln sind teilweise so allgemein, dass sie auch im Programm der CDU stehen könnten. Und deswegen bin ich dafür, dass wir auf keinen Fall diese sehr wenig Entropie enthaltende Präambelsammlung mal als Programm plötzlich beschließen sollten. Also bitte lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank. Dein Abschlussstatement? Ja, es ist natürlich richtig, was Michael gesagt hat. Das kann man auch ohne die Legitimationsabfrage hier machen. Ich hätte halt gerne Legitimation dafür gehabt. Ich halte die Präambeln für alles andere als einen irgendwie schwurbeligen Mist, wie das gerade so schön formuliert wurde. Es mag auch daran liegen, dass ich auch an zwei, drei Präambeln mitformuliert habe und mir dabei größte Mühe gegeben habe, keinen schwurbeligen Mist zu produzieren, sondern Kernanliegen in einem Bereich jeweils so präzise und gleichzeitig so präzise wie möglich zu formulieren, ohne auf Detailbeispiele einzugehen. Das ist diese Präambeln, bei denen ich das in anderen Kapiteln auch mal unterstelle, dass sie auf die Weise zustande gekommen sind, sind sehr wohl etwas anderes, als wenn jetzt jemand anfängt, erneut Text zu schreiben, die zehn wichtigsten Statements oder so was. Wir haben diese Präambeln als Ergebnis von viel Arbeit und sollten sie auch einfach ernst nehmen. Wir können trotzdem noch mal eine zehn wichtigsten Statements-Sammlung anfangen. Das spricht aber meines Erachtens nach nicht dagegen, das hier einmal erarbeitete Material in dieser Form zu nutzen. Darum frage ich einfach eine Legitimation ab. Okay, dann bitte ich jetzt hier um die Abstimmung. Seid ihr für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Dann erteile ich jetzt dem Thumai das Wort. Ich wollte die kurze Pause nutzen, um auf etwas hinzuweisen. Wir haben die BDA im Moment verabschiedet bekommen als Gesetz, also Bestandsdatenauskunft. Es läuft im Moment eine Verfassungsbeschwerde. Da werden Unterschriften für gesammelt, das als Sammelverfassungsbeschwerde dann auch dagegen vorzugehen, von dem Patrick Breyer. Und es gibt eine Seite, die nennt sich stopp-bda.de, wo jeder sich daran beteiligen kann. Das ist ein Online-Formular, das müsste dann ausgefüllt werden. Und wer das jetzt hier gerne machen möchte, weil da muss man nachher handschriftlich drauf unterschreiben, kann es an vorstand.piratenpartei-hessen.de schicken. Und dann drucken wir es hier aus über die Antragskommission und dann können wir es hier gesammelt über die LGS an die Einreicher dann schicken. Das Ganze kostet niemanden irgendwas und würde einer guten Sache auch dienen. Und im Moment, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind schon über 5000 Unterschriften dabei. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und würde mich freuen, wenn da auch ein paar Leute mitmachen würden. Danke. Dann kommen wir jetzt zu dem sonstigen Antrag 003 und 003a. Tumay, du kannst gleich da bleiben. Die beiden sind konkurrierend. Der 003 Ablehnung parteinahe Stiftung, Tumay und Sascha Brandhoff und 003a Unterstützung parteinahe Stiftung Christian Fleißner. Hallo. Es gibt ja diverse Diskussionen über diese parteinahe Stiftung und so weiter und so fort. Wir haben uns gedacht, wir lassen quasi den Landesparteitag in guter Alter hergebrachter basisdemokratischer Form darüber abstimmen, inwieweit der Landesverband es befürwortet, dass parteinahe Stiftungen bzw. Vereine zu parteinahen Stiftungen anerkannt werden und so weiter und so fort. Und unser Antrag zielt darauf ab, eben genau dies zu unterbinden bzw. dass der Landesverband Hessen sagt, nein, wir möchten nicht die Gründung eines Vereins zu einer parteinahen Stiftung unterstützen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs gut ausgedrückt. Der Tumay nutzt jetzt die Restzeit, um noch was zu sagen, hoffe ich. Ja, die Diskussion, die ging ja im Rahmen von einem Verein, der sich gegründet hat. Ich glaube, der heißt 42 e.V. Und da gab es halt die Bitte, dass wir vom Landesverband auch Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden, um darüber auch sicherzustellen, dass eben Interessen halt gewahrt werden. Und da gab es halt eben auch kontroverse Diskussionen, dass das Ganze eben eine parteinahe Stiftung sei oder werden könnte. Und parteinahe Stiftungen sind eben, wenn man sich so an Bertelsmanns Stiftung erinnert, sehr schlecht. Also so wurde das in den Kontext gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen das erst mal nicht in der Entwicklung behindern, sondern wir wollen hier auch kritische Stimmen reinhaben. Und wir wollen sicher gehen, dass da auch eben nicht das darauf abzielt, irgendwie Steuergelder abzuzwacken. Und wie der Sascha sagte, das sollte jetzt hier einfach vom LPT halt entschieden werden, weil das eine mit dem Verein nichts erst mal mit einer Parteinahe Stiftung zu tun hatte und deswegen auch nicht in den Kontext gebracht werden sollte. Okay, dann hätte ich jetzt gerne ein Meinungsbild über diesen Antrag. Wer ist dafür oder gegen? Das sieht durchmischt aus. Dann bitte den Satzungsänderungsantrag 3a. Ja, ich habe diesen Gegenantrag eigentlich nur als Reflex auf den ersten Antrag von Dumai und Sascha gestellt, weil ich den, ich weiß nicht, er hat mich maßlos geärgert. In verschiedener Hinsicht, er ist sachunkundig, er ist irgendwie, naja, mir fallen härtere Worte ein. Ich könnte jetzt was über parteinahe Stiftungen sagen. Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das ist keine Idealformulierung von mir. Das steht im Grundgesetz zum Zweck der Parteien. Es gibt durchaus Gründe, warum parteinahe Stiftungen auch aus Steuermitteln finanziert wünschenswert sein könnten. Darum geht es aber hier nicht. Es geht hier darum, also wie es im ersten Antrag formuliert ist, dass die Gründung parteinahe Stiftungen nicht unterstützt werden soll. Das ist übrigens Unfug. Man kann eine parteinahe Stiftung überhaupt nicht gründen. Das meinte ich mit sachunkundig. Die wird, eine parteinahe Stiftung ist eine Organisation, die bereits existiert, die von einer Partei als parteinah anerkannt wird. Danach heißt sie dann so. Eine parteinahe Stiftung ist auch nicht so etwas wie die Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung ist eine privatwirtschaftliche Stiftung. Das hat überhaupt nichts mit parteinahen Stiftungen zu tun. Parteinahe Stiftungen sind so etwas wie die Heinrich-Böll-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich könnte jetzt auch lange darüber reden, dass die wertvolle Arbeit machen. Aber auch das ist hier nicht der Punkt der Sache. Es geht, die Entwicklung einer parteinahen Stiftung geschieht dadurch, dass sich eine Organisation gründet, arbeitet und eine Partei dann irgendwann sagt, diese Organisation erkennen wir als parteinah an. Bei den herrschenden Parteien und bei den herrschenden parteinahen Stiftungen gibt es da einen Haufen Mist, was die fehlende Transparenz betrifft, was den Umstand betrifft, dass die gerne als Parkplatz für als gediente Parteikader benutzt werden, was fragwürdigen Mittelgebrauch, Steuermittelgebrauch betrifft. Das steht hier alles nicht zur Frage. Wir haben einen Verein gegründet. Ich bin Beisitzer im Vorstand von dem 42EV. Wir haben uns eine Satzung gegeben, die diese Dinge fundamental verhindern soll. Und irgendwann, wenn die Partei mal in einem Parlament ist, wird sie darüber entscheiden müssen, ob sie diesen Verein als parteinah anerkennen will. Sie kann dann prüfen, leist dieser Verein etwas, was wir plausibel finden? Tut er das auf eine Art, die Piratenidealen entspricht? Das wird alles in dem Ablehnungsantrag hier überhaupt nicht abgefragt. Kommst du bitte zum Schluss? Das bitte ich aber, eine Entscheidung zum gegebenen Zeitpunkt und angesichts einer konkreten Organisation zu überlassen. Alles andere empfinde ich als ein wenig arrogant gegenüber Leuten, die sich jetzt gerade die Arbeit machen, das Ganze ihnen besser zu machen als bei den herrschenden Parteien. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne für diesen Antrag ein Meinungsbild. Seid ihr für oder gegen? Das Meinungsbild ist positiv. Ich unterstütze... Dann eröffne ich die Redeliste. Ich unterstütze ausdrücklich diesen zweiten Antrag, der sich für die Unterstützung von parteinahen Stiftungen ausspricht. Und zwar aus dem einfachen Grund, mit einer parteinahen Stiftung kann man sicherlich Leute, die man mag, in Vetternwirtschaft mit gut bezahlten Posten versorgen. Man kann damit auch Steuergelder für Parteizwecke missbrauchen. Zum Beispiel, indem man Forschung betreibt, die ansonsten die Partei aus ihren eigenen Mitteln bezahlen müsste. Man kann damit aber auch sinnvolle Dinge tun. Und ich traue uns durchaus zu, dass wir das so transparent und so vernünftig geregelt kriegen, dass wir damit sinnvolle Dinge tun. Zum Beispiel können wir die Steuermittel dafür einsetzen, um Creative Commons Lehrmittel zu erzeugen. Wir können diese Mittel für Freibildungsprojekte verwenden. Wir können sie für andere Förderprojekte verwenden, die unseren Piratenzielen entsprechen und die auch gesellschaftlich sinnvoll sind. Das ist dann kein Missbrauch von Steuergeldern, sondern ein sinnvoller Gebrauch. Und es ist sicherlich sinnvoller, sie so zu gebrauchen, als sie womöglich noch an andere Stiftungen fallen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber auf jeden Fall, wir können die Steuergelder sinnvoll benutzen und nicht veruntreuen. Und ich traue uns das auch zu. Deswegen bitte, bitte, bitte unterstützt, dass wir zumindest uns die Möglichkeit offen halten, eine solche parteinahe Stiftung irgendwann anzuerkennen. Vielen Dank. Ich meine, worum geht es hier um parteinahe Stiftungen, wie sie heute gelebt werden? Sie sind mit Sicherheit mit einem anderen Aspekt angelegt worden damals vom Gesetzgeber. Die wird heute halt nicht mehr so richtig Rechnung getragen, Kaderschmiede etc. pp. Aber es ist die Frage, ob wir es nicht besser machen können. Wir versuchen ja mit unserer Politik, die wir machen, alles Mögliche besser zu machen. Wieso versuchen wir denn nicht auch mit so einer parteinahen Stiftung etwas besser zu machen? Und zu Ponys Antrag tut mir wirklich leid, aber um der Veruntreuung von Geldern vorzubeugen, bräuchte sie eigentlich nur das Strafrecht anwenden. Also ich meine, wenn die Konrad-Adenauer-Stiftung, wenn da Geld veruntreut wird, dann gehen die genauso in den Knast wie alle anderen auch. Also das hat damit nichts zu tun. Von daher ist das ein handwerklicher Fehler. Da kann ich dem Antrag leider nicht zustimmen. Also der Punkt ist, entgegen dem, was hier gesagt wird, zuständig für die Anerkennung als parteinahe Stiftung ist nicht die Partei, sondern eine entsprechende Bundestagsfraktion. Und diese Bundestagsfraktion existiert noch nicht. Ob sie existieren wird im Herbst, wissen wir noch nicht. Jetzt schon irgendwelche Fälle von Bären zu verteilen, die wir noch nicht gejagt haben, noch nicht erlegt haben, ist absolut sinnlos. Wir sollten uns lieber darüber Gedanken machen, was wir eigentlich an Änderungen am Stiftungswesen, vor allem am parteinahen Stiftungswesen wollen. Das wird hier nicht gemacht. Deswegen bitte ich zumindest den 3a, im Zweifelsfall auch den anderen abzulegen. Ich habe eine Verständnisfrage zum ersten Antrag. Bezieht sich der explizit auf eine mögliche parteinahe Stiftung der Piratenpartei oder soll er sich explizit auf sämtliche bereits existierende parteinahen Stiftungen beziehen? Definitiv auf die eigene. Danke. Nicht existierende. Auch eine Verständnisfrage zu eurem Antrag, Tumay und Sascha. Ihr plädiert jetzt gegen parteinahe Stiftungen. Wie steht ihr zur politischen Bildung, das heißt zu dem Auftrag, der aus dem Parteigesetz abgeleitet wird? Da steht nämlich eindeutig drin, dass Parteien politische Bildung tun sollen. Seid ihr auch dagegen? Nö, jetzt so konkret nicht. Aber, verdammt nochmal, nicht alles, was recht ist, ist ja auch immer richtig. Ich meine, ob eine parteinahe Stiftung halt so richtig ist, das kann man ja auch ruhig mal in Frage stellen. Aber um das nochmal ganz schnell auf den Punkt zu bringen, de facto geht es hier auch um die Frage, dem Parteitag eine Möglichkeit zu geben, ob er das will oder nicht. Und dementsprechend soll er sich entscheiden. Okay, kurz, darf ich noch? Keine Zwiesgespräche. Ich bin ja kein großer Freund von parteinahen Stiftungen, allein aus dem Grund, weil die vielen hundert Millionen, die da versacken, auch direkt für Bildung genutzt werden könnten, statt sie halt eben entsprechend erstmal an parteinahes Personal zu verteilen. Was ich aber auch noch als Punkt zum Bedenken einbringen möchte, ist, in dem 3a von Christian Fleißner heißt es ja, wir Piraten würden alles besser machen. Aber wenn ich mir angucke, wie viele Fälle von Beschäftigung von Freunden, Lebensabschnittsgefährten, Müttern von Freundinnen oder sonstigen wir in vier Fraktionen schon haben, da finde ich also noch ein durch die Partei komplett unkontrollierbares Konstrukt zu machen, sehr, sehr fragwürdig. Ja, also ich finde, dass, ob das jetzt eine parteinahe Stiftung ist oder nicht, das ist auch immer eine so schwierige Sache. Also ich finde zum Beispiel die Piratenstudie von der Otto-Brenner-Stiftung eigentlich eine hervorragende Sache, dass man die kostenlos beziehen kann unter www.piraten-studie.de und wenn wir uns irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass wir anstatt andere die Deutungshoheit zu überlassen von anderen Stiftungen selber auch eine Möglichkeit geben, wie wir in diesem Wettkampf der Kräfte uns ein bisschen stärker aufstellen, fände ich das nicht so verkehrt. Natürlich teile ich die ganzen Bedenken. Das ist kein leichtes Spiel. Wir sollten uns da wirklich genau Gedanken machen, aber das so pauschal abzulehnen, halte ich für idiotisch. Ich mag die allgemeine Diabolisierung von parteinahen Stiftungen nicht. Wir haben letztes Jahr mit zwölf Piraten einen Bildungsurlaub gemacht, den eine fremde parteinahe Stiftung quasi finanziert und organisiert hat oder subventioniert, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine große Aufgabe, die politische Bildung und der Bildungsurlaub, den die parteinahen Stiftungen wahrnehmen. Ich halte das auch für sehr wichtig. Es gibt leider viel zu wenig Menschen, die das wahrnehmen. Ich würde mich freuen, wenn es demnächst viel mehr Leute machen würden. Dafür sind parteinahe Stiftungen zwingend notwendig. Wir machen dieses Jahr übrigens auch wieder Bildungsurlaub, glaube ich, 13 Piraten oder so was. Wir machen das auch schön für die Partei. Hallo. Ganz kurz zur Verschwendung von Steuengeldern. Fakt ist, die Parlamente beschließen ein Budget, und dieses wird dann aufgeteilt an verschiedene politische Stiftungen. Und in dem Moment, wo Piraten dabei sind, kriegen wir etwas und die anderen etwas weniger. Und wir, ich sage mal, können gewisse Dinge in unserer Bedeutungshoheit entwickeln und darstellen lassen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was angesprochen worden ist, dieser Verein, der jetzt gegründet worden ist, und zwar mit Piratmitgliedern aus vielen Bundesländern, hat eine Satzung. Die Satzung ist so ausgelegt, dass man A, das Ding irgendwann mal als politische Stiftung anerkennen kann. Man muss es nicht, aber Basis ist es, es geht. Gleichzeitig, und das ist der Unterschied zu anderen politischen Stiftungen, die Mitgliedschaft in diesem Verein steht jedem Menschen offen, egal ob Parteimitglied oder nicht Parteimitglied, und auch Mitgliedern von anderen Parteien. Prinzipiell kann dort jeder mitmachen. Das ist der Punkt. Bei anderen Vereinen, die zu politischen Stiftungen gemacht worden sind, ist die Mitgliederzahl beschränkt. Die Mitglieder werden kooptiert. Das heißt, die Mitglieder bestimmen, wer als nächstes sozusagen ein ausscheidendes Mitglied ersetzen darf. Und das ist ein Ding, das geht überhaupt nicht. Wir machen das anders. Wir versuchen aber, die Parteinähe zur Piratenpartei durch diesen Verwaltungsrat sicherzustellen. Das ist der Punkt. Danke. Einmal zur Faktenlage. Eben hatte, glaube ich, Brandleb gesagt, das geht um das Verteilen des Bärenfels. Das geht erst mit einer Bundestagsfraktion. Es gibt auch landesweite Stiftungen, die können dann auch entsprechend landesweit anerkannt werden. Zum Zweiten, man kann damit Schindlud übertreiben mit so einem Verein oder eben nicht. Ich habe jetzt die Gründung des Vereins die ganze Zeit mal kritisch immer von außen betrachtet. Und kann aber nur dazu auffordern, dass jeder, der vermutet, dass da was scheiße läuft, sich einfach darin engagiert und daran mithilft, entweder entsprechende Abstimmungen zu verhindern oder in eine andere Richtung zu lenken oder halt laut aufzuschreien. Aber ich habe da von den Persönlichkeiten, die ich kenne, die dort mitmachen, eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Das ist aber auch wieder so ein Vertrauensdenken. Das Zweite, das hatte ich ja gerade zum Thema Programm gesagt. Wir haben erst mal bei uns intern hier eine politische Willensbildung. Die läuft teilweise kontrovers, die läuft lebendig. Da kommen immer mal wieder neue Ideen. Aber sie läuft wirklich sehr intern. Hier ist eine der Möglichkeiten, unabhängig dann auch mal von dem, was man so Regierungsverantwortung nennt oder sagen wir mal irgendwo mal mitzustimmen und eine Mehrheit für eine politische Idee auch zu gewinnen, die dann auch mal irgendwie läuft. Hier hat man eine ganz konkrete Möglichkeit, politische Arbeit zu machen. Ich finde das, was mit Mitteln eines solchen Vereins gemacht werden kann, teilweise, muss ich ja natürlich dazu sagen, wesentlich näher an dem, wie wir uns als Bewegung und Partei verstehen und was wir mit Bürgern zusammenarbeiten wollen, teilweise näher als das, was wir über Wahlen und so machen, wo wir uns immer so drauf fokussieren. Ich denke darüber vielleicht mal nach. So, Moment, das war der zehnte Redebeitrag. Damit wird die Redeliste geschlossen. Wer noch etwas dazu sagen möchte, der soll sich bitte jetzt erkennlich zum Mikro bewegen. Das ist nicht der Fall. Kevin, du hast das Wort. Ich möchte mich auch kurz halten und ein bisschen auch mal was Positives zu Stiftungen sagen. Ich beziehe häufiger oder schaue mir häufiger Studien von verschiedenen parteinahen Stiftungen an. Die haben da ein großes Repertoire an guten und wissenschaftlich erarbeiteten Informationen, die auch in unsere Arbeit einfließen können. Ich denke, davon können wir alle profitieren. Parteinahe Stiftungen anderer Parteien immer nur als etwas sehr Verkrustetes oder von Veruntreuung durchzogenes Konstrukt irgendwie zu bezeichnen, finde ich ein bisschen schwierig. Zumal die Stiftungen, mit denen ich bisher irgendwie Kontakt hatte, alle sehr offen mir gegenüber waren, auch wenn ich klargemacht habe, dass ich von einer anderen Partei komme und immer sehr offen mit den Informationen umgegangen sind. Deswegen, wie gesagt, ich würde empfehlen, den Antrag von Christian anzunehmen und den Antrag von Thumay und Sascha abzulehnen. Thumay, du hast das Wort. Ich wollte nur noch mal sagen, was Herr Sascha gesagt hatte, nämlich, dass unser Antrag lediglich dazu galt, die Position aus der Diskussion, die über Mailinglisten kam, dem Landesparteitag zur Abstimmung zu geben. Die Diskussion, die jetzt hier stattfindet, finde ich total super und gut und wichtig und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Argumenten für und wieder gehört. Ihr braucht nicht uns überzeugen, sondern die Diskussion gilt euch und das möchte ich nur mal deutlich machen, dass es hier kein Vorstandsbeschluss im Sinne der Vorstand will, sondern wir haben in Vertretung für die Basis diesen Antrag hier eingestellt, weil eben im Rahmen der Diskussion auch diese Sichtweise vertreten wurde. Und deswegen, also bitte nicht an uns, sondern in die Richtung gucken. Also die Finanzierung und Transparenz politischer Stiftungen sind momentan ein Problem, das kann man auch ändern. Trotzdem ist die Annahme einer Parteinahmestiftung, wie ein Antrag am BPT, wenn ein bestimmter Verein oder eine bestimmte Stiftung sagt, bitte erkennt uns an als Parteinahmestiftung, dann kann man sich das im Einzelfall angucken. Man kann sich die Satzung angucken, kann gucken, ob es unseren Transparenzansprüchen genügt. Und das pauschal abzulehnen, halte ich für falsch, weil wir brauchen auch Mittel, um unsere politischen Ideen, Meinungen zu entwickeln, zu verbreiten. Und andere politische Stiftungen arbeiten sehr gut, machen sehr gute Veranstaltungen, arbeiten auch sehr gut mit NGOs und anderen Vereinen zusammen. Und das ist halt, wenn man seine Meinung verbreiten will, nicht nur innerhalb der Partei in seiner eigenen Filterbubble bleiben will, muss man auch die Möglichkeit nutzen, nach außen zu gehen. Ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was Markus eben auch gesagt hat. Wir können durch einen Verein zur politischen Bildung viel mehr Personen erreichen als über Infostände. Wir haben jetzt mit dem Verein 42 e.V. die ersten Programme aufgebaut, die werden auch nächste Woche veröffentlicht werden. Wir müssen natürlich klein anfangen, aber wir sehen da drin auch ein Riesenpotenzial, um Personen, die nicht in der Piratenfilterbubble leben, anzusprechen, die wir über andere Mittel so schnell gar nicht sprechen können. Und vor allen Dingen können wir über einen bildungspolitischen Verein, der eventuell später, irgendwann mal, wenn die Partei in die Land- oder Bundestags eingezogen ist, eine parteinahe Stiftung werden kann, jetzt schon aktiv betreiben. Und wir müssen ihn auch jetzt schon aktiv betreiben. Deshalb die parteinahe Stiftung mal nicht in Grund und Boden verdammen, denn es ist Aufgabe der Partei, dieses Konstrukt, wie es im Augenblick durchgeführt wird, zu ändern, zum Positiven zu ändern. Aber die politische Bildung, die müssen wir trotzdem machen. Ich finde, ihr macht euch mit beiden Anträgen mehr Probleme, als dass ihr euch was bringt, weil ihr es pauschalisiert. Die Frage ist nicht, ist politische Bildung gut oder ist der entsprechende Verein schlecht, sondern ihr müsst jeweils überlegen, ist das einer, der uns was bringt, vor allem vom Aufbau. Wenn wir jetzt wieder dieses 42 e.V. schauen und sagen, ihr stimmt euch jetzt dafür ab, dass ihr Stiftungen unterstützt, dann habt ihr dann das Problem, ja, wir haben ja dafür gestimmt, egal ob 42 e.V. jetzt Piratenziele verfolgt oder nicht. Also ihr nehmt euch sozusagen die Möglichkeit, über einzelne Vereine abzustimmen. Also ich finde, alle Arten von parteinahen Stiftungen zum Kotzen. Ich finde, dass das Verteilen von Kohle auf die Parteien über parteinahe Stiftungen einfach komplett eingestellt werden sollte. Der Bürger gibt genug, und das Geld kann man durchaus direkt für Bildung oder für irgendwelche anderen Zwecke verwenden. Denn es geht darum, dass die Parteien viel zu viel Einfluss haben in unserem Staat. Und wenn ich hier Statements höre, da können wir dann halt mit der Kohle, die wir von uns Bürgern bekommen, ja, also die Parteien kriegen das über den Staat wieder, können wir dann in unserem Sinne Werbung betreiben, über unsere Parteienabschiedungen oder unsere Positionen vertreten. Wir können unsere Positionen veröffentlichen, wer sie lesen will, kann sie lesen. Da irgendwie, ich hasse Werbung. Ja, und Parteiwerbung hasse ich noch viel mehr als alles andere. Und meiner Ansicht nach sollten wir nicht versuchen, auch ein Stück von diesem Bärenfell zu bekommen, sondern dafür zu sorgen, dass der Bär sein Fell behält. Das ist nämlich unser Fell, was da verteilt wird. Ich möchte daran erinnern, in der Vergangenheit hat die Kirche klargemacht, was man glauben muss. Irgendwann nach der Aufklärung ist es langsam in der Bevölkerung durchgedrungen, dass es so etwas wie Wissenschaft gibt. Und mittlerweile hat die Wissenschaft einen Status, den früher die Religion hatte. Man glaubt an die Wissenschaft. Und hier kommt das Problem ins Spiel. Es gibt wissenschaftliche Studien. Ich erinnere an zwei Stück. Einmal eine wissenschaftliche Studie mit Millionen D-Mark umgesetzt, dass Windkraft absolut scheiße ist und sich nie rechnen wird. Und der Kohl ist wissenschaftlich bewiesen worden. Die Dänen haben uns zwar die Windräder dann verkauft, die wir jetzt stehen haben am Anfang, aber das ist eine andere Geschichte. Gleichzeitig ist wissenschaftlich erwiesen worden, dass Gorleben der optimale Endlagerstandpunkt für Atomwild ist. Wer das heute noch glaubt, naja, wir wissen also, was Wissenschaft, wie viel das eigentlich wert ist. Aber trotzdem, das Glauben an irgendwelche Statements erfolgt unter heuristischen Entscheidungen, insbesondere bei Leuten, die etwas weniger Bildung haben und auch etwas weniger Zeit, um sich in die Themen einzuarbeiten. So, und jetzt kommen die politischen Stiftungen ins Spiel. Warum es wichtig ist, dass auch die Piratenpartei eine Stiftung hat, irgendwann mal. Und zwar, Wissenschaftler werden nie für eine Partei arbeiten, weil sie sich damit im Zweifelsfalle im Wissenschaftsbetrieb unglaubwürdig machen oder zumindest sich selber diskreditieren. Bei politischen Stiftungen kann man auch schon mal über die herrschende wissenschaftliche Konsensmeinung herausgehen, ohne sich selber zu diskreditieren. Aus diesem Grunde ist eine Stiftung, die piratnah ist, wichtig, damit sich auch Wissenschaftler mit unseren... Ne, es ist Feierabend jetzt. Gut. Okay. So, das Abschlussstatement. Euer Parteitag, eure Entscheidung. Ja, wir stimmen heute nicht darüber ab, ob wir eine parteinahe Stiftung ins Leben rufen beziehungsweise einen Verein als solches anerkennen. Mir ging es, das habe ich zu Anfang schon gesagt, vorwiegend darum, den Antrag von Sascha und Thumay nicht ohne Gegenposition stehen zu lassen. Das heißt, auch mein Hauptanliegen ist, den ersten Antrag abzulehnen. Meinen könnt ihr dazu gerne noch annehmen. Der eine Einwand, den ich zumindest gehört habe, dass man sich damit die Unterstützung von Vereinen bindet, die dann am Ende vielleicht gar nicht im Piratensinn handeln, der widerlegt sich einfach aus dem Text meines Antrages, wo es heißt, Vereine unterstützt, die sich im Sinn der Piraten und grundlegende Prinzipien der Piraten angelegt sind und so weiter. Aber unabhängig davon ist das natürlich im Einzelfall etwas, was dann ein kommender Landesparteitag unter Umständen mal wird entscheiden können und müssen, wenn das dann überhaupt mal fällig ist. Im Moment geht es eigentlich nur darum, nicht Wege zu verbauen, sondern stattdessen Ambitionen im Sinn der Piraten zu befürworten. Danke. Okay. Dann stimmen wir jetzt konkurrierend über diese Anträge ab. Das heißt, nur die blauen Kärtchen. Wer ist für den Antrag 003, Ablehnung parteinahe Stiftung? Nur die blauen, bitte. Wer ist für den Antrag 003, Ablehnung parteinahe Stiftung? Wer ist für keine der beiden Anträge? Okay, wir machen jetzt folgendermaßen. Ihr bestimmt mit blau, ob ihr 3A haben wollt und mit rot, ob ihr keinen haben wollt. Okay. Rein formal müssten wir jetzt... Nein, müssen wir jetzt nicht marschen. Wir wollen wirklich keinen haben. Okay, ihr wollt keinen haben. Ja. So, vielen Dank. Der Volker möchte noch mal was sagen zur Bestandsdatenauskunft. Genau. Der Thumay hatte darauf hingewiesen, dass noch Unterstützer für die Sammelklage gesucht werden. Ich möchte noch mal ergänzen. Es ist besonders interessant, wenn jemand Verschwiegenheitspflichten aus seinem Beruf heraus hat. Also Rechtsanwälte, Ärzte, Priester vielleicht. Wenn jemand in dem Bereich beruflich aktiv ist, dann wäre es besonders wertvoll, auch diese Sammelklage zu unterstützen. Das wäre super. Dann kommen wir zum nächsten sonstigen Antrag. Das ist der 004. Parteiinterne Abstimmungs- und Umfragewerkzeuge vom Jan Scheibahl. Jan, kleinen Moment bitte, Jan. Kannst du mir die Antragsnummer noch geben? 004. Okay, wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Wir kriegen gerade keinen Antrag auf... Das Internet ist kaputt. Das Internet ist kaputt. Toll. Bleibt das auch kaputt? Haben wir hier einen Telekom-Vertrag oder was? Der Fredo ruft jetzt bei der CDU an und bestellt den Internet-Bus. Heißt das, wir können jetzt noch peinliche Sachen über uns erzählen, weil der Stream auch tot ist? Nein, aber ich würde die Pause nochmal nutzen, um nochmal darum zu werben, Versammlungsämter auf unserem Parteitag im Odenwald nächste Woche zu übernehmen. Nächste Woche Samstag, also quasi in einer Woche am Wochenende, am Samstag, am 1. findet im Odenwald ein Parteitag statt, ein außerordentlicher. Und wir suchen Leute, die Versammlungsämter übernehmen. Das ist in Fränkisch-Krummbach, das ist von Darmstadt eine halbe Stunde weg und von der Bergstraße auch ungefähr eine halbe Stunde weg. Bitte kommt zu mir, wenn ihr das machen wollt, wir brauchen Hilfe. Danke. Ich habe nochmal was Kulinarisches. Wir haben gestern das nicht vergrillte Grillgut gerettet und der Hausmeister hat extra in den Kühlschrank angeschmissen. Das ist alles noch da. Aufgrund der Witterung wird heute nicht gegrillt werden können. Das heißt, ich würde doch jeden dazu aufrufen, am Ende der Veranstaltung einfach zu schauen, ich werde dann das Grillgut daraus stellen, dass ihr das heimnehmt noch esst. Das wäre schade drum. Danke. Ja, ich hätte auch noch was, auch noch einen kleinen Aufruf. Es gibt immer mehr E-Zigaretten-Dampfer und da die rechtliche Problematik gerade in Hessen ja irgendwie ein bisschen merkwürdig ist und das eher auf eine Gängelei hinausläuft, möchte ich gerne eine Taskforce oder sowas ins Leben rufen und da Piratik gegen angehen. Wer also da mitmachen möchte, der kann sich dann mal bei mir melden. Danke. Okay, also wir werden das Internet wieder zusammenbauen. Es wird einen Moment dauern. Aus Fairnessgründen möchten wir auch bei den letzten Anträgen die Anträge auf dem BIMA haben und so weiter. Deswegen unterbreche ich mal gerade für zehn Minuten. Das Mikrofon bleibt offen. Wenn ihr hier irgendwas schwätzen wollt, schwätzt einfach mal drauf los. So, Werbung aus Frankfurt. Nächsten Sonntag wird es ein geiles Wetter werden. Deswegen kommt alle zum Sommerfest des KV Frankfurt und KV Offenbach statt. Und zwar gibt es Grillen, Liquid Input, Musik, Liveband, Spaß für Kinder, Action für Erwachsene. Zum Beispiel, wie schnell kann man einen Infostand zusammenbasteln? Auf dem Gelände der FC Fortuna Frankfurt in Frankfurt, genau. Herzliche Einladung dazu. Weitere Informationen stehen unter piratenparteiminusfrankfurt.de. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch kommen würden. Also, das ist nicht nur für Südhessen. Ja, dann nutze ich die Gunst der Minute auch noch mal. Für alle, die es vorhin nicht mitbekommen haben, ich wurde da noch mal gefragt. Also, diese Studie von der Otto-Brenner-Stiftung, die ist EG Metallnah, die hat ein relativ gutes, kritisches Werk rausgebracht über die Piratenpartei. Das wurde kurz vor der Bundestagswahl in Frankfurt auch diskutiert. Da war der Matthias Schrade dabei und die Julia Reda. Das kann man auch sich online noch mal anschauen, anhören, diese Diskussion. Die war auch sehr interessant. Da wurde zum Beispiel festgestellt, dass wir Programm haben, das eigentlich für drei Parteien reichen würde und vieler Dinge mehr. Diese Studie kann man kostenlos beziehen einfach unter www.piraten-studie.de. Und die haben jetzt nach dem Bundesparteitag noch mal ein Arbeitspapier rausgebracht zur sozialen Frage bei den Piraten. Das kann man allerdings dann nur online dort nachlesen, wenn man das Ding ja auch anders kann. Ich möchte gern ganz kurz das Mikro nutzen und eure Aufmerksamkeit genießen. Das ist sehr lieb. Am 1. Juni findet in der LGS das Treffen der Kommunalpolitiker statt. Da ich leider von wenigen kommunalpolitischen Mandatsträgern einen Response bekommen habe, würde ich euch bitten, die ihr hier seid, in euren Kreisverbänden an eure Mandatsträger heranzutreten und ihnen höflichst noch mal den Termin am 1. Juni um 10 Uhr in der LGS, in der Seehofstraße 5 in Frankfurt am Main, diesen Termin mitzuteilen, dass sie dort erscheinen mögen. Wir haben ein buntes Rahmenprogramm zur Besprechung, was wir in der Kommunalpolitik bereits gemacht haben, was wir verbessern können, was wir vielleicht gemeinsam angehen können und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Und das wäre total toll. Da würde ich mich total freuen. Und das wäre sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich möchte darauf hinweisen, wer am 1. Juni nach Frankfurt kommen möchte, sollte vielleicht für die Anreise etwas mehr Zeit einplanen, einen Personalausweis mitnehmen und keine Drogen oder Ähnliches in seinem Fahrzeug haben. Denn an diesem Tag findet Blockupy Frankfurt statt und es wird zu weitreichenden Polizeikontrollen bei der Anfahrt und in der Innenstadt kommen. Also mit Reiseverzögerungen ist zu rechnen. Henning, wir spielen gerade mal ein Video ab. Können wir da Ton haben? Okay, wir sind mit der Technik gleich soweit. So lange spielen wir gerade mal ein Video ab. Das ist die Rede vom Volker gestern auf der Monsanto-Demo. Um gegen die Machenschaften von Monsanto zu protestieren. Und am Anfang wurde es ja schon gesagt, es geht nicht nur um Monsanto, es geht auch um DuPont, es geht auch um Syngenta. Noch ein bisschen dichter dran? Ja. Und wir müssen im Grunde dieses ganze System, dass da einige große Konzerne die Macht auf dem Markt für Saatgut und für Pflanzen in der Agrarindustrie unter sich aufteilen, das müssen wir ganz, ganz kritisch sehen. So die Zahlen, die ich kenne, ist, dass die drei größten Hersteller da im Moment die Hälfte des Weltmarktes unter sich aufteilen. Die größten zehn sind schon bei drei Vierteln. Und wir müssen einfach immer skeptisch sein, wenn zu viel Macht in der Hände von zu weniger liegt. Und da ist im Bereich Agrarindustrie im Moment eine ganz große Fehlentwicklung. Und auf der politischen Seite würde ich gerne zwei Dinge ansprechen. Wir müssen als Pirat auf jeden Fall das Patentrecht, denn ein ganz wichtiger Mittel, mit dem Monsanto und die anderen Firmen ihre Interessen da durchsetzen, ist halt die Möglichkeit, dass manche Staaten jetzt die Möglichkeit einräumen, Pflanzen und Saatgut zu patentieren. Und meistens in der Verbindung mit genetischen Manipulationen. Und das ist eine Sache, die einfach nicht geht. Monsanto hat nicht den Mais erfunden, Syngenta hat nicht den Reis erfunden und die ganzen anderen Firmen haben nicht den Brokkoli, die Tomate oder die Melode erfunden. Das sind Sachen, die die Natur in Jahrtausenden geschaffen hat. Und wir brauchen jetzt keine Konzerne, die dieses Gut untereinander aufteilen, privatisieren und daraus Kapital schlagen wollen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft von den Pflanzen, die Monsanto uns da verkaufen möchte, dass es Kybride sind. Das heißt, die Pflanzen können keinen Nachkommen produzieren. Die Bauern, die das Saatgut wieder ausbringen wollen, haben nur einen Schuss und dann müssen sie neu nachkaufen. Und die Eigenschaften einer gesunden Pflanze, da gehört für mich dazu, dass es ein Saatgut gibt, das ich wieder ausbringen kann. Und wenn mir Monsanto kaputte Pflanzen verkauft, dann will ich die nicht haben, dann ist es Mist und wir sollten das Zeug nicht akzeptieren. Dann der zweite Bereich, der ein bisschen weniger im Fokus steht, ist das Sortenschutzrecht. Denn es geht nicht nur um die Patente, es geht auch darum, dass es sehr, sehr hohe Anforderungen an die Reinheit und an die Homogenität, wird das genannt, von Saatgut gestellt werden. Und das ist ein Mittel, mit dem die großen Firmen kleine Anbieter aus dem Markt drängen. Es ist relativ schwierig, so diese hohe Homogenität zu schaffen. Und das alte Saatgut, kleinere Sorten oder ältere Sorten, die erreichen diese Homogenität nicht, sind aber überhaupt nicht schlechter. Das klappt ja hervorragend alles heute. Der Robin ist schuld. Gut, wie auch immer, wir machen jetzt einfach weiter. Die technischen Probleme lassen sich jetzt nicht so schnell lösen, das heißt, wir können hier die Uhrzeiten und so weiter nicht mehr einblenden. Ich hoffe, ihr haltet euch einfach dran und keiner macht hier jetzt 30 Minuten Wortbeiträge nur bei den sonstigen Anträgen. Wir werden gucken, dass wir die Anträge einfach aus dem Wiki heraus direkt da oben auf dem Beamer darstellen. Wenn das nicht geht, dann, ja, mei. Gut, dann machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Sonstiger Antrag 004 vom Jan Scheibal. Okay, also, gibt es den Antrag auf dem Beamer? Also bei diesem Antrag geht es darum, um parteiinterne Abstimmungs- und Umfragewerkzeuge. Ganz konkret, es geht um einen Beschluss darüber, dass wir Delegationen, die über eine einzelne Abstimmung hinausgehen oder eine Vererbung von Delegationen ermöglichen, ablehnen. Das bedeutet, wir würden Liquid Feedback in der derzeitigen Form ausdrücklich ablehnen. Sämtliche anderen basisdemokratischen Delegations, äh, sorry, basisdemokratischen Abstimmungssysteme wie das VMB wären selbstverständlich nicht betroffen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Werkzeuge mit Delegationssystemen sind keine Basisdemokratie mehr. Auch wenn wir das jetzt nicht als Satzungsänderungsantrag beschlossen haben, sind wir für Basisdemokratie. Jedes Delegationssystem, gerade online, wo sich sowieso jeder von zu Hause beteiligen kann, im Gegensatz zu so einem Parteitag, hemmt basisdemokratische Beteiligung. Denn, wenn ihr hier auf dem Parteitag sitzt und neben euch sitzt einer, der hat eine Latte mit 20 Stimmkarten und die werden auch wirklich gezählt, weil es ein Delegationssystem wäre, dann würdet ihr hier auf dem Parteitag keine Lust haben, mitzumachen. Das würde heißen, dass der mit der Latte am Ende noch mehr Macht hat, weil er alleine da sitzt. Dass das in der Praxis so läuft, haben wir an Liquid Feedback im Bund gesehen. Ein Delegationssystem mit deutlich weniger Delegationsmöglichkeiten hätte das Problem weniger, aber es hätte es trotzdem. Deswegen bitte ich euch, diesen Antrag anzunehmen, welcher besagt, dass die Piratenpartei Hessen Abstimmungsumfragewerkzeuge ablehnt, die eine Stimmdelegation über eine einzelne Abstimmung hinaus ermöglichen oder die eine Vererbung von Stimmdelegationen vorsehen und dass die Piratenpartei Hessen sie daher weder für zu veröffentlichten noch für parteiinterne Vorhaben einsetzt. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Meinungsbild. Für bzw. gegen diesen Antrag. Das ist doch positiv, ziemlich deutlich. Und wir eröffnen die Rednerliste. Ja, zunächst einmal finde ich es sehr schade. Wir hatten nämlich, glaube ich, fast exakt diesem Text ein virtuelles Meinungsbild, was sehr schön vorbereitet war, wo es Pro- und Kontraargumente detailliert gab und eine schöne Diskussion zu dem Thema, was dann, ja, wie bekannt abgebrochen wurde. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Frage, die hier diskutiert wird. Ich habe da auch Argumente, warum ich diesen Antrag auf jeden Fall nicht gut finde. Aber als allerersten Punkt, es sind hier nur noch sehr wenig Leute anwesend. Und insbesondere sind halt die Leute anwesend, die immer auf Landesparteitagen sind und nicht die Leute, die eben nie da sind. Die, die nie da sind, die haben über die virtuellen Meinungsbilder eine Möglichkeit, sich zu beteiligen oder über Liquid Feedback jetzt momentan im Bund und so. Aber genau die Leute wollen wir auch erreichen, die Leute, die sich die Sonntage nicht hier um die Ohren schlagen können. Und das Beispiel, was er gebracht hat, mit den 19 Stimmkarten, Ja, das ist frustrierend, wenn man sich so etwas vorstellen würde, obwohl es technisch ja auch wenig Sinn macht, das so zu machen. Aber ich stelle euch auf andere Seite vor, die 19 Leute, die dann eben nicht delegieren dürfen, die sind dann gar nicht da. Die dürfen gar nicht mit abstimmen. Darum geht es nämlich auch. Also Delegation, dieser Antrag verurteilt ja auch nicht Delegation grundsätzlich, sondern er will sie sehr stark einschränken. Und ich bin auch dafür, ich habe eine ganze Latte von Sachen, die ich schon seit Jahren vor mir her trage, von Punkten, die in Liquidität geändert werden müssten. Weil das System funktioniert so nicht richtig. Das ist klar. Aber dieses hier geht mir zu weit, weil insbesondere möchte ich zum Beispiel die Möglichkeit haben, und ich kenne einige Leute, an die ich gerne delegieren würde in so Systemen, dass ich zu bestimmten Themenkomplexen sagen kann, hier die meisten Detailfragen kläre du bitte für mich. Und da möchte ich mich nicht darum kümmern. Und wenn ich mir da jeder einzelne Punkt, der da kommt, einzeln erst angucken muss und dann wieder eine Delegation machen muss, finde ich einigermaßen frustrierend. Und ich möchte da gerne auch themenbezogene Delegationen übergeben können in so einem System. Vor allen Dingen möchte ich, dass wir weiterhin verschiedene Dinge erproben. Ich bin ein Verfechter für unsere virtuellen Meinungsbilder, das weiß ja, glaube ich, hier jeder. Ich möchte aber gerne auch andere Sachen ausprobieren und nicht durch so einen Antrag hier bestimmte Sachen von der weiteren Diskussion einfach so ausschließen. Ja, es gibt regelmäßige Telcos zu dem Thema, wie sich solche Dinge zu gestalten sind. Jeder ist aufgerufen, sich da zu beteiligen. Ich mache es seit anderthalb Jahren. So, und da kann man gerne über alle Punkte reden, aber nicht hier einfach per Antrag sagen, ah, na ja, dann ist alles gut, wenn wir das nur ausschließen würden. Finde ich nicht gut. Danke. Kleiner Hinweis von mir, ich lasse jetzt hier eine Stoppuhr laufen. Es war ein bisschen länger. Also, wenn ihr bei zwei Minuten seid, lasse ich euch den Satz noch aussprechen und danach unterbreche ich euch. Ich möchte mich auch gegen diesen Antrag aussprechen und zwar deshalb, dass ich mich sehr gefreut habe, dass die Idee Liquid Democracy in der Piratenpartei recht viel Platz gefunden hat. Wir uns dafür entschieden haben und es auch immer noch tun, das Ganze mal auszuprobieren. Wir haben ein Tool namens Liquid Feedback, das wir mehr oder weniger benutzen, auf Bundesebene mehr, auf Landesebene weniger. Ich fände es schade, wenn wir uns jetzt hier so eine ultimative Regel da jetzt hier beschließen, die Delegationen ausschließt, zumal Delegationen einfach Sinn machen in einem Liquid Democracy Tool. Ich möchte mich und kann mich auch nicht jederzeit mit allen möglichen politischen Themen beschäftigen. Ich kenne mich beispielsweise in der Gesundheitspolitik überhaupt nicht aus und habe da auch wenig Interesse dran, mich damit tiefergehend zu befassen, zumindest so tiefergehend, dass ich hier jetzt einen wirklich guten Beschluss fassen könnte und da wirklich auch informiert genug wäre. Trotzdem möchte ich nicht, dass meine Stimme verfällt. Ich möchte, dass meine Stimme und meine Meinung repräsentiert ist und deswegen möchte ich die Möglichkeit haben, an Menschen, denen ich vertraue, die ich gut kenne und deren politische Grundeinstellungen ich unterstütze oder teile, eben meine Stimme weiter delegieren kann. Ich habe nichts dagegen, wenn Delegationen verfallen. Dass ich aber vor jeder Abstimmung meine Delegation festlegen muss, macht den Sinn von Delegation nichtig, also macht, es ist einfach sinnlos, da ich mich trotzdem mit jeder Entscheidung befassen muss, mit jedem Thema und finde ich etwas unehrlich, ehrlich gesagt, jetzt hier so eine Regelung einzuschreiben, dann können wir Delegationen auch ganz abschaffen, wenn wir hier so eine Forderung aufstellen und dann beantrage doch bitte, dass wir keine Stimmdelegation wollen, statt hier so eine Idee letztlich durch die Hintertür beschließen zu lassen. Ja, ich würde auch darum bitten, das abzulehnen, weil ich gerne noch mal die anderen Sachen ausprobieren würde. Fertig. Ich weiß, dass Liquid Feedback in Hessen nicht so die super Resonanz hat, aber es ist momentan das einzige Tool, das ich selbstständig nutzen kann als Mandatsträger. Ich kann dort sofort reingehen, kann sofort was zur Abstimmung stellen und habe konstruktives Feedback. Während halt bei dem virtuellen Meinungsbild ist es total der Umstand, ich muss irgendwie erst dem Vorstand in den Arsch kriechen, muss irgendwie dann im Wiki im entsprechenden Namensraum eine Seite anlegen und am Ende kriege ich nur irgendwie ein Meinungsbild mit Ja, Nein, Enthaltung, was also total undifferenziert ist. Ich bin ein großer Freund von Liquid Feedback und ich möchte es nicht missen und ich bin dagegen auf die Art und Weise, durch die Hintertür Liquid Feedback abzulehnen. Es ist vielleicht nicht optimal und ein Bundesliquid mit einer Hessen-Abteilung wäre vielleicht mehr genutzt von mehr Leuten, aber es ist momentan das, mit dem ich am besten arbeiten kann und mit dem wir als Fraktion auch am besten Meinungen und konstruktive Vorschläge von der Basis einholen können. Verständnisfrage, was denkst du als Antragsteller, würde das für Folgen haben, wenn wir diesen Antrag jetzt abnehmen? Also das Hessen-Liquid-Feedback würde ja dann wahrscheinlich abgeschafft werden. Was denkst du, was das für Folgen haben würde? Das Hessen-Liquid-Feedback müsste entweder so gepatcht werden, dass keine Delegationen mehr möglich sind, sofern das jemand bereit wäre zu machen, dann könnte es weiter eingesetzt werden oder es müsste abgeschaltet werden. Ansonsten wäre es ein klares Bekenntnis zur Basisdemokratie, dass wir also gezielt solche Systeme weiterentwickeln möchten, wo jeder Pirat einzeln abstimmt, wo jede Stimme das gleiche Gewicht hat, da ich, was ich deswegen für sinnvoll halte, weil auf ein paar Parteitagen muss jeder auch einzeln abstimmen, da haben wir keine Delegationen und beim Parteitag ist die Beteiligungshürde deutlich, deutlich höher als in so einem Online-System. Ja, ich habe keine Verständnisfrage, ich möchte bitten, diesen Antrag abzulehnen. Ich bin ein großer Freund von Basisdemokratie und jeder, der mich schon etwas länger kennt, weiß, dass ich dafür auch bereit bin, zu streiten. Ich finde aber so eine Behauptung, die einfach so in den Raum gestellt ist, das Delegationssystem per se nicht basisdemokratisch ist, also mindestens mal zweifelhaft oder sogar das Gegenteil von korrekt. Und zwar ist es ja so, eben gesagt, die Delegation auf Parteitag geht nicht, das geht sehr wohl. Ich kann immer meine Stimmkarte dann heben, wann mein Nachbar die kennt, weil ich denke, der hat sich da mehr Gedanken gemacht als ich. Ich bin der Meinung, dass diese, ich möchte selber entscheiden, was mit meiner Stimme passiert. Ich möchte selber wissen, ob ich delegiere, ob ich nicht delegiere, ob ich, eigentlich möchte ich gerne ein System haben, wo ich sage, ich möchte delegieren, aber derjenige darf nur bestimmte Dinge damit machen, das heißt, die Stimme nicht weitergeben. Das System, es gibt kein System, was entweder transitiv oder nicht transitiv momentan arbeitet, also was mir als User die Wahl erscheinen, überlassen würde, aber das kann noch weiterentwickelt werden und Liquid Feedback ist auch nicht in Stein gemeißelt und wir haben jetzt noch gerade ein neues System beschlossen im Neumarkt und wir sind noch lange nicht da und wir wissen gar nicht, was die Basisdemokratie im digitalen Zeitraum bedeutet und wohin uns das alles führen wird. Und so ein Antrag ist einfach nur, ich finde, bei den Grünen hätte es Chance, weil es technikfeindlich ist und seht Ängste, dass irgendwas passieren würde, was Böses. Ich finde, bisher ist auch mit Liquid Feedback nichts Böses passiert und wenn irgendwelche Leute populär sind und Stimmen haben, dann sind die Leute populär und vielleicht auch gute Politiker, aber böse ist das nicht. Ja, ich möchte mal ein bisschen diese Konfrontation rausnehmen. Also auf dem Bundesparteitag wurde ja dieser Satzungsänderungsantrag Nummer 3 beschlossene Basisentscheid und da ist ja die Idee einer indirekten Delegation drin. Wäre das da mit dieser Ablehnung auch noch möglich? Was meinst du mit indirekter Delegation? Ja, dass man quasi, bevor man selber abstimmt, sich quasi Informationen holen kann, wie Leute potenziell abzustimmen gedenken. Also bevor ich meine Stimme abgebe, kann ich quasi über ein Hilfstool erfahren, ah ja, XY gedenkt so und so abzustimmen. Ob der das dann macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber mit diesem indirekten System könnte ich ja, sagen wir mal, so ein bisschen auch die Schärfe aus dieser ganzen Gegenposition nehmen. Ist das damit noch möglich? Ja, das ist möglich. Wogegen sich das hier ausdrücklich richtet, sind Delegationen, nicht abstimmen, so wie mein Nachbar abstimmt. Selbstverständlich kann man über verknüpfte, eingebaute oder externe Tools oder auch einfach über Mailinglisten schauen, wie jemand abstimmt, dem man vertraut und dann entsprechend abstimmen. Wichtig ist, dass jeder, der abstimmt, sich an dieser Abstimmung selbst beteiligt oder für diesen Einzelfall explizit an jemanden delegiert hat. Das verhindert nämlich, dass Leute, die einmal Delegationen angehäuft haben, eine derartige Übermacht bekommen, dass es nicht mehr sinnvoll möglich ist, sich einzeln zu beteiligen. Denn sich einzeln zu beteiligen ist aufwendig. Und wenn gerade die Leute, die sich einzeln beteiligen, im Vergleich zu dem, der sich vorher einen Haufen Delegationen geholt hat, nichts zu sagen haben, dann ist es gegenüber dem ungerecht und es demotiviert. So ein System, wie du vorgeschlagen hast, hätte dieses Problem in nur sehr beschränktem Maße oder gar nicht. Deswegen sehe ich das als in Ordnung. Was das Einzige, was halt bei mir nicht geht, ist, dass Leute sich beteiligen und ihre Stimme vertreten mit einem Hundertstel des Aufwands und ohne sich wirklich zu beteiligen, sondern einfach nur, indem sie einmal geklickt haben. Denn das ist keine Demokratie. Bei einer Basisdemokratie und eigentlich auch bei demokratischen Wahlen und Abstimmungen gilt das Prinzip eine Person, eine Stimme. Ich habe jetzt hier gerade in vorangehenden Redebeiträgen gehört, dass wir zukunftsfähig bleiben müssen, weil wir nicht wissen, wohin sich das weiterentwickelt. Das war Gregory, dass Liquid Feedback erhalten bleiben soll, weil es zweckmäßig ist. Das war Martin. Und dass Delegationen nur funktionieren, wenn sie nicht jedes Mal erneuert werden müssen. Ich möchte diesen drei Punkten komplett widersprechen. Zunächst mal muss Liquid Feedback überhaupt nicht abgeschaltet werden, wenn es in die Richtung entwickelt wird, dass solche Delegationen, wie sie hier als unerwünscht bezeichnet werden, ausgeschlossen werden können. Der ganze Nutzen, schnell, flexibel und so weiter, der bliebe damit erhalten. Auch der Sinn, dass Delegationen nur funktionieren, wenn sie vergeben werden können und dann kann man sich zurücklehnen, und sagen, naja, das macht ja jemand anderes für mich. Das finde ich geradezu aberwitzig. Das trifft zum Teil das, was Jan gerade gesagt hat. Wenn Leute nicht mal pro Abstimmung willens sind, für diese einzelne Abstimmung eine Delegation auszusprechen, dann finde ich ihre basisdemokratische Beteiligung etwas fragwürdig. Also ich würde auch delegieren, wenn ich ein Gesundheitsthema habe, dann würde ich wahrscheinlich meine Abstimmung an Reinhardt mit übergeben. Aber das würde ich nicht pauschal für den nächsten Fall, dass dann eine innenpolitische Fragestellung kommt. Und zukunftsfähig, also das heißt, ich sehe in der Annahme dieses Antrages die Möglichkeit, dass wir die aktuellen Vorgänge einfach mal ein bisschen weiterentwickeln, entweder Liquid Feedback oder ein alternatives Tool, einen Druck bekommt, jetzt entwickelt zu werden. Zukunftsfähig bleiben wir alle mal. Wir können beim nächsten Landesparteitag beschließen, dass wir die gegenteilige Position einnehmen. Aber vielleicht sind wir dann auch weiter und auch mit Hilfe dieses Antrages weiter und haben eine bessere Auswahl über das, was wir entscheiden. Deswegen bitte ich unbedingt, diesen Antrag anzunehmen. Danke. Ja, ein weiterer Aspekt, der noch gar nicht genannt wurde, ist, dass natürlich überall, wo ich delegieren kann, ich auch immer wissen muss, wer derjenige ist, an den ich delegiere. Das heißt, dieses ganze Thema Anonymität ist völlig ad absurdum geführt mit solchen Delegationssystemen, weil ich immer wissen muss, wer sind die anderen. Das führt dazu, dass man tatsächlich auch politische Profile erstellen kann, wenn man das hinreichend lange und ausreichend auswertet, was da Leute getrieben haben. Finde ich sehr fragwürdig unter Datenschutzgesichtspunkten. Des Weiteren muss man natürlich auch sehen, dass Leute, die viele Delegationen bekommen, es wird immer gesagt, das ginge darum, die Qualität von Entscheidungen zu verbessern, weil das mit Kompetenz was zu tun hätte. Delegationen bekommt man hauptsächlich, wenn man ein guter Netzwerker ist. Das hat in der Regel relativ wenig mit Sachkompetenz zu tun. Persönlich habe ich mal beim Liquid Feequette abgespinnt zu Finanzthemen, wo andere Leute mit 190 Stimmen abgestimmt haben, die keinen Plan hatten, meines Erachtens ganz eindeutig. Seitdem ignoriere ich dieses Werkzeug und plädiere dafür stark für diesen Antrag. Also ich persönlich bin momentan dabei. ein Redesign des Liquid Feequettes Kernels durchzuführen. Ich bin da mit der saftigen Gruppe in Kontakt, weil die die Oberfläche ja schon geschrieben haben und wir über die vorhandene API uns dann davon netzen wollen. Ich bin auch mit den anderen Gruppen in Kontakt, die zum Beispiel in der Schweiz längst ein solches System auf Liquid Feequette Basis haben. Mit den Bayern habe ich diskutiert, was die Vor- und Nachteile der Präferenzdesillokationen sind. Und ich finde dieses Niveau, auf dem hier gerade die Diskussion läuft, einfach vollkommen schauerlich. In den letzten drei Beiträgen sind Aussagen getroffen worden, die ich halt mit Daten, die mir auf dem Rechner liegen, widerlegen könnte. Ja, da müsste ich aber eine halbe Stunde lang reden. Also sorry, Leute, aber ihr habt keine Ahnung. So, dass jetzt dieser Beschluss hier, dass jetzt dieser Beschluss irgendjemanden motivieren würde, was zu ändern, also mich demotiviert, dass irgendwas an diesen Systemen weiterzumachen, an neuen Entwicklungssystemen zu arbeiten, wenn man hier auf dem Niveau sagt, also das wollen wir auf jeden Fall schon mal nicht, weil wir haben mal gehört, das sei nicht gut. Ja, das finde ich nicht motivierend, ehrlich gesagt. Die Beteiligung im Liquid Feequette ist in letzter Zeit kontinuierlich auf einem hohen Niveau, so, dass Leute sich regelmäßig da aktiv beteiligen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sind da deswegen eingetreten in die Debatte damals, weil sie es cool fanden, dass jeder dort Anträge einstellen kann. Delegierte können einem auch dabei helfen, wenn man wenig bekannt ist, die Hürden vom Quorum zu heben, was mir schon mehrfach passiert ist, dass ich eben nicht mehr viel Werbung machen musste, sondern da ist ein Delegierter gekommen, hat gesagt, das ist eine gute Idee, hat die unterstützt und dann ging das Ding in die Diskussionsphase. Ja, natürlich gibt es eine Menge Probleme, aber in dem Moment, wo man sagt, nee, nee, wollen wir nicht mehr, da können wir diese Probleme nicht lösen, sondern dann ist das Thema dann halt gestorben. Das fände ich sehr, sehr schade. An dieser Stelle würde ich dann gerne von meinem Recht Gebrauch machen. Also, was hier dieser Antrag nicht verbietet, ist ein Online-Beteiligungssystem. Wir können dafür auch problemlos die Software von Liquid Feedback nutzen. Das Einzige, was dieser Antrag verbietet, ist die Möglichkeit zur Delegation. Liquid, das Prinzip der Liquid Democracy beinhaltet es, das heißt aber nicht, dass wir eine Variante von Liquid Feedback bauen können, die ohne Delegation arbeitet. Ich will auf jeden Fall eine Online-Beteiligung, aber ich will die Online-Beteiligung eben auch basisdemokratisch. Und das geht auch ohne Delegation, das geht ohne Delegation auch besser. Das Beispiel mit dem Quorum ist zum Beispiel ein Zeichen, dass diese Superdelegierten eigentlich zu große Macht haben, weil man anscheinend nur noch mit denen als neuer Nutzer über das Quorum kommt. Und genau das ist keine Basisdemokratie. Und ich hoffe auch, dass es niemanden demotiviert, Tools zu entwickeln, denn das hier verbietet nicht allgemein Tools, sondern das Einzige, was wir hier beschließen würden, wäre Entwicklern zu sagen, wir hätten gerne ein Tool ohne Delegation. Und das kann man auch auf Basis von Liquid Feedback machen, das kann man auch sehr gut machen, das sollte man auch sehr gut machen, aber eben bitte basisdemokratisch. Vielen Dank. So, kleinen Moment, zwei Sachen. Im Gegensatz zum Jörg finde ich euch alle schlau. Und die Rednerliste ist geschlossen. Wer jetzt noch drauf möchte, soll bitte rennen. Der Tumai rennt nicht. Okay. Okay. Wer steht denn jetzt da, wer läuft denn da überhaupt gerade hin? Den Streitig wird der Letzte jetzt. Okay. Ihr stellt euch an oder Gregory ist der Letzte? Könnt ihr euch mal einigen? Der Markus Brechtl möchte noch auf die Rednerliste, hat die aber noch zu tun, deswegen will ich den Markus als Letzten dann nehmen. Du kannst weitermachen. Okay. Ich stehe bitte auch noch in der Schlange, habe mich aber noch einmal vorgeschoben, um eine Verständnisfrage zwischenzustellen. Meinst du wirklich, dass dieser Antrag Delegationen vollständig verbietet, wie du es eben gesagt hast? Okay. So, ich möchte an mich, also, es wurde ja vorhin kritisiert, dass ich Delegationen durch die Hintertür komplett verbieten wolle. Was ich hier gemacht habe, ist im Endeffekt ein weitgehendes Verbot von Delegationen und es ist auch so gedacht. Was erlaubt bleibt, ist die Delegation im Einzelfall, das heißt in der einzelnen Frage, wenn man sich selbst mit dieser Frage beschäftigt hat. Dann kann man auch das so einstellen, dass bei dieser einen Frage die Abstimmung übernommen wird. Das bleibt erlaubt, weil das die von mir genannten Probleme nicht bietet, weil sich jeder mit der Frage selbst beschäftigen muss, um abzustimmen. Deswegen wollte ich nicht so weit gehen, das auch zu verbieten und deswegen ist das als Einfall noch erlaubt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Delegationen durch die Hintertür verbieten wolle, indem ich sie sehr stark einschränke, sondern einfach damit, dass ich diese eine Ausnahme erlauben möchte und die bleibt natürlich erlaubt. Danke für die Frage. Also ich finde es sehr schade, dass hier irgendwie die ominösen Superdelegierten wieder herhalten müssen, dafür, dass die Basisdemokratie abgeschafft wird. Vielleicht sollte man sich statt so einem Antrag mal hinsetzen und irgendwie versuchen zu überlegen, wie man mit Delegationen umgehen kann, dass das, was in Liquid Feedback passiert ist, dass seit Bingen Leute regelmäßig ihre Delegationen anhäufen und die nicht mehr erneuert werden müssen und dadurch einfach irgendwelche Karteileichen als Delegationen laufen. Ja, aber man kann es noch besser umsetzen, theoretisch. Der Punkt ist nur, man kann an dem Tool was machen, aber man muss nicht einfach von vornherein sagen, Edge, dann machen wir es komplett weg mit den Delegationen. Dann unterbrechen wir alle Experimente und diese Dinge, die wir vorhaben, fallen einfach weg. Das finde ich nicht okay. Ja, mir fehlen bei dieser gesamten Diskussion mehrere differenzierte Sichtweisen, denn zum einen innerparteilich wollen wir basisdemokratisch eigentlich sein und da kommen dann solche Dinge hin wie jeder Pirat hat Antragsrede und Stimmrecht und zwar nach gleichem Gewicht. Liquid Democracy hingegen ist aber eine externe Geschichte, also Weiterentwicklung des Parlamentarismus, den wir in Deutschland haben. Es sind einfach zwei getrennte Welten. Da müssen wir aufpassen, dass wir das eine mit dem anderen nicht vermischen und letztendlich könnte man die ganze Argumentation mit der Delegation auch so sehen, wir haben fünf Landesvorstände gewählt, das sind unsere hessischen Superdelegierten, die dürften für uns auch letztendlich alles bestimmen. Das wollen wir ja auch nicht an der Stelle. So, was auch noch hinzukommt, selbst das Delegationssystem bei den Altparteien kennt keine unterschiedlichen Stimmgewichte, weil das Parteiengesetz erlaubt dies nicht. Punkt. Ja, ich habe meine Probleme mit Delegationen. Es ist auch, wie schon gesagt worden, ist nicht unbedingt so, dass der kompetenteste alle Delegationen hat. Also Christian, ich habe nicht viele Delegationen im Gesundheitsbereich. Trotzdem, was der Ralf auch gesagt hat, wir reden ein bisschen über unterschiedliche Dinge oder wir reden einfach über verschiedene Dinge, die sich, und wir reden so in der Ausschließlichkeit darüber, die sich meiner Ansicht nach nicht unbedingt ausschließen. Also die Idee der Liquid Democracy finde ich schon interessant, weil sie eben wirklich dieses Delegationssystem, das wir derzeit haben, nämlich alle vier Jahre eine Stimme für 612 Abgeordnete abzugeben, ersetzt, durch ein eben etwas flüssigeres Delegationssystem. Das hat noch nichts damit zu tun, ob man das jetzt in der innerparteilichen Entscheidungsfindung einsetzt oder nicht. Und ich würde auch so, wie gesagt, ich habe meine Probleme mit den Delegationen, wie es im Liquid Feedback stattfindet. Trotzdem würde ich doch für eine Experimentierfreudigkeit plädieren und eben einfach ausprobieren, was da alles möglich ist. ohne das jetzt hier zu einem Glaubenskrieg zu machen. Also Reinhard, bei Gesundheitsthemen kriegst du meine Delegation, ob du willst oder nicht. der Jörg hat eben gesagt, dass etliche Leute zur Partei gekommen sind wegen unseres Liquid Democracy-Ansatzes und dass es manche Leute jetzt demotivieren würde, wenn solche Verfahren in Grund und Boden gestampft würden. Ich gehöre zu denen, die mit der Piratenpartei warm geworden sind, genau wegen der ganzen Liquid Democracy-Überlegungen. Ich benutze Liquid Feedback nicht mehr, weil ich es total ernüchternd fand. Die Superdelegationen spielen daran, spielen dabei durchaus eine wesentliche Rolle. Mich würde es total motivieren, allerdings leider nicht zum Programmieren, weil ich das nicht kann, aber mich würde es total motivieren, an solchen Prozessen wieder mehr teilzunehmen, wenn ich auf dieser Basis über einzelne Stimmdelegationen entscheiden würde und nicht geballten und über eine gewisse Zeit angehäuften und über Netzwerke zustande gekommenen Superdelegierten gegenüber Stünde. Hallo, ich wieder. Also, dieser Antrag, so wie da steht, ist stellvertretend für irgendeine Angst gegenüber Liquid Feedback, gegenüber Bundesliquid Feedback, gegenüber ominösen oder auch nicht ominösen, sehr konkreten Superdelegierten, denen man sagt, sie sind böse, weil deren Netzwerke sind, weil denen irgendwie Stimmen zugekommen sind und deswegen ist es schlecht, weil die stimmen ja anders als ich ab und deswegen bin ich automatisch verliere und das ist ganz blöd. Jetzt hat einer gesagt und natürlich, ich möchte gerne ein Argument für Delegation überhaupt mal hören, warum man das delegieren soll. Es ist ganz klar, wir sind hier auf einem Parteitag, wo man hinfahren muss, wo man Zeit aufwenden muss, wo man Geld ausgeben muss und man sagt, das ist ja schon wenig basisdemokratisch, weil viele Leute haben nicht diese Möglichkeit. Jetzt haben wir ein Online-Tool, das hat jede gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten teilzunehmen, das stimmt soweit, aber auch das kostet Zeit und wenn man jetzt anschaut, im Bundesliquid, was nicht verbindlich ist, da kommen am Tag im Schnitt, glaube ich, zehn Anträge rein und über die gesamte Dauer und kurz vor den Parteitagen, kurz bevor die Fristen auflaufen, da sind auch 100 Anträge dabei. Ich habe nicht die Zeit, diese Anträge alle zu lesen von Anfang an und einzelfall zu entscheiden, bin ich dafür, bin ich dagegen, wo die Diskussion das gerade gestartet ist, die Anträge verändern sich mit der Zeit und genau da treten diese Leute, die Kompetenz haben in ihrem Themengebiet und deswegen mehrere Stimmen vertreten, eine wichtige Filterrolle, dass sie die Anträge, die wichtig sind, die gut sind, schon mal in die Diskussionsphase weiterschieben, in den nächsten Schritt erlauben und dass ich mich mit den ganzen Troll-Anträgen oder ganzen handwerklich schlechten Anträgen überhaupt nicht beschäftigen muss und erst in der Abstimmungsphase überhaupt beteiligen kann und ich stimme selber ab, obwohl ich vorher delegiert habe. Das passiert sehr häufig. Mit diesem Antrag aber wird hier ganz behauptet, dass Delegationen mit Basisdemokratie nicht zusammengehen können. Ich behaupte das Gegenteil. Eine richtige Basisdemokratie ohne komplett jegliche Delegation ist sehr undemokratisch, weil es nur den Leuten erlaubt, teilzunehmen, die wirklich Zeit und Geld haben, sich zu beteiligen und auch Online-Beteiligung kostet Zeit. Und Ralf, du hast behauptet, bei klassischen Parteien haben alle Delegierte gleiches Stimmrecht und das wäre verboten. Das stimmt nicht, weil Delegierte aus Bremen vertritt viel weniger Leute als ein Delegierte aus Bayern zum Beispiel in jeder Partei. Das ist pro Mitglied der Vertritt unterschiedlich. man macht manchmal auch Punkte nach einem Satz, nicht nur Kommas. Danke. Ich war noch im Satz drin und dann habe ich das Gefühl. Ja, er ist ja jetzt vorbei. Grundsätzlich geht ja dieser Wunsch nach Delegationen davon aus, dass es irgendwie schlimm wäre, wenn meine Stimme mal nicht gezählt wird. Und da habe ich einen ganz grundlegend anderen Selbstverständnis. Ja, wenn ich keinen Plan habe, dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn meine Stimme nicht gezählt wird. Und das finde ich eine wertvolle demokratische Qualität, ja, wenn man einfach selber weiß, ich habe keine Ahnung, dann lasse ich das halt. Aber durch diese Delegation wird einfach Stimm, Macht konzentriert auf Leute, wo ich durchaus in Frage stellen möchte, ob das irgendwas mit Kompetenz zu tun hat. Und dadurch ergeben sich meines Erachtens sehr demokratisch total unsinnvolle Verzerrungen. Der Antrag ist ja jetzt schon ein paar Mal dafür kritisiert worden, dass er quasi jedes weitere Experimentieren mit Liquid Democracy verhindern will, mehr oder weniger. Und ich denke mir dabei einfach, wenn wir damit experimentieren, mit solchen Delegationssystemen, und das irgendeinen Sinn haben muss, dann müssen wir wenn überhaupt im größeren Rahmen damit experimentieren. Das heißt, im Landesverband, auf Bundesebene, das heißt, im großen Rahmen. Wenn wir damit aber im großen Rahmen experimentieren, also wenn das Ganze irgendeinen Sinn haben soll, dann werden wir dem Ganzen auch immer eine gewisse Relevanz zuordnen. Dann werden Leute damit argumentieren, dann wird es auf jeden Fall eine Relevanz haben. Und sobald es eine Relevanz hat, kommt für mich wieder dieses wunderbare Beispiel mit den Latten, das bis jetzt für mich immer noch niemand widerlegen konnte. Also es wurde jetzt hier gesagt, ja jetzt stellt euch vor, da hält jemand die Latte hoch und alle Leute, die sonst auf dieser Latte wären, die könnten ansonsten gar nicht stimmen, weil sie zu Hause geblieben wären. Das ist richtig, aber wenn ich jetzt ein anderes Beispiel bringe, nämlich, dass jeder Pirat zu Hause eine Karte hat, von mir aus auch noch zu unterschiedlichen Themen, zu Gesundheit, zu Bildung, zu diesem, zu jenem. Und er kann diese Karte einem beliebigen anderen Piraten seiner Wahl unterschieben und der vier fährt damit zum Bundesparteitag, bindet die alle an einen Stock und hält die hoch und die Stimmen werden alle gezählt. Das würde ich nicht wollen, weil ich mich als einzelner Pirat da verarscht fühlen würde. Ich würde dann selber, ich würde nicht mehr das Gefühl haben, dass ich eine Stimme habe und ich würde als Einzelner würde selber nicht mehr kommen. Das bedeutet, das Einzige, was übrig bleibt, sind ganz viele Leute und ganz viele Delegierte und dann haben wir unser Delegiertensystem. Zunächst einmal möchte ich mich etwas entschuldigen und auch das nochmal klarstellen. Es bezog sich nicht auf die Intelligenz der Anwesenden, was ich vorhin gesagt habe, sondern nur auf den Inhalt einiger der Argumente, die vorgetragen wurden, zu denen mir halt andere Tatsachen bekannt sind. Also das dazu. Dann möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass ich mich also so schön immer als der eine Pirat, der Delegation gut findet in Hessen empfunden habe. Das scheint jetzt nicht ganz der Fall zu sein, aber ich habe in dem Zusammenhang ja vor etwa zehn Monaten oder so ein virtuelles Meinungsbild durchführen lassen, in dem ich gefragt habe, inwieweit die hessischen Piraten Interesse daran haben, dass weiterhin mit Delegationssystemen experimentiert wird. Ihr könnt die Fragestellung nachlesen, die steht im Wiki und auch die Antwort. An dieser Frage haben sich 400 Piraten beteiligt. Witzigerweise haben sich genau 200 dafür ausgesprochen, weiterhin mit Delegationssystemen zu interpretieren und 200 dagegen. Wenn ihr also jetzt der Meinung seid, ihr seid hier die basisdemokratische Versammlung, die das jetzt anders entscheiden darf, dann macht es halt. Ich denke, wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Antrag ein Zeichen zu setzen, dass wir hinter dem Prinzip stehen, dass eine Stimme gleich sein muss. Ich bin der Meinung, dass, wenn jemand abstimmen will, dann sollte er sich auch aktiv mit dem, was er da abstimmt, beschäftigen. Es gibt ja zum Beispiel auch Möglichkeiten von Notifications. Mein favorisierter Abstimmer hat so gestimmt. Willst du mitstimmen, dann kannst du Ja drücken. Das kann man doch auch machen. Warum muss man denn die Stimme wegdelegieren? Man kann das doch genauso gut machen, dass Leute über gute Anträge, die von irgendwelchen populären Leuten abgestimmt werden, benachrichtigt werden, wobei das das Problem von Online-Abstimmungen immer noch nicht löst, dass ja grundsätzlich das Wahlgeheimnis und die Vertraulichkeit der politischen Abstimmergebnisse ja grundsätzlich in Frage stellt. Aber so etwas könnte ich mir dann an der Stelle doch als besser vorstellen als eine Delegation. Vielen Dank. Ich bin der Meinung, wir haben an Liquid-Feedback im Bund in der Praxis gesehen, wozu solche Delegationssysteme führen und zwar nicht nur in dieser einen Ausprägung, sondern was bei Delegationssystemen das Problem ist. Die Superdelegierten finde ich persönlich super. Sie sind nämlich ein guter Beweis, was im Extremfall nämlich vollkommen freigegebene Delegationen passiert. Wenn wir die Delegation jetzt einschränken, wird das Problem kleiner und es wird weniger sichtbar, aber es verschwindet nicht. Es ist und bleibt nicht basisdemokratisch. Wir müssen hier unterscheiden zwischen Liquid-Feedback, Liquid-Democracy und Online-Beteiligung. Liquid-Democracy ist das Prinzip, dass man unbeschränkt Delegieren kann und dadurch sich eine Meinung bildet, die supertoll demokratisch ist. Das ist ein Zwischenling zwischen Basisdemokratie und parlamentarischer Demokratie. Es wäre vielleicht ein toller Bundestagsersatz, aber es ist meiner Meinung nach ungeeignet für eine basisdemokratische Partei. Niemand hier will oder wenige hier wollen Online-Beteiligung verbieten und dieser Antrag richtet sich nicht gegen Online-Beteiligung. Ich glaube, dass die wenigsten wegen Liquid zu unserer Partei gekommen sind, sondern die meisten sind wegen Online-Beteiligung zu unserer Partei gekommen und wegen Basisbeteiligung. Man hat immer die Enthaltung, das wurde hier auch gesagt, man hat immer die Enthaltung als Mittel, wenn man keine Ahnung hat, dann delegiert in Anführungszeichen man an diejenigen, die sich für fähig halten, bei dem Thema abzustimmen. Das kann man hier auf dem Parteitag machen, das kann man auch im Online-Beteiligungssystem ohne Delegation machen und man kann sich auch informieren und dann abstimmen. Wir haben hier gemerkt, dass etwa 50, also ich habe auch an anderen Stellen gemerkt, aber hier auch, dass etwa 50 Prozent der Leute generell Delegation ablehnen. Das heißt, sie werden auch Tools ablehnen, die Delegation einsetzen. Selbst in einem VMB in Hessen haben sich 50 Prozent sogar gegen jegliche Experimente daran ausgesprochen, nicht nur gegen den Einsatz, sondern auch gegen Experimente, die eigentlich nur sehr wenig verbindlich wären. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir uns durchaus jetzt erlauben können zu sagen, wir sagen hier endgültig, uns reicht es, wir lassen jetzt die Delegationssysteme raus, dann können wir uns auf die Systeme konzentrieren, die keine Delegation enthalten und die wirklich basisdemokratisch sind. Gute Systeme da entwickeln, haben auch nicht das Problem, dass irgendwelche Experimente mit geringer Beteiligung dann plötzlich als verbindlich angesehen werden. Deswegen bitte ich euch, nehmt diesen Antrag an. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung dieses Antrags. Wer ist für beziehungsweise gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Dann brauche ich einen freundlichen jungen Mensch, der mir einen Kaffee mit drei Stück Zucker und einen ordentlichen Schuss Milch bringt. Wir kommen dann zum nächsten sonstigen Antrag. 005, die Unvereinbarkeitserklärung von Martin Klim. Ja, dieser Antrag stammt nicht von mir. Ich habe ihn einfach nur eingereicht, als Proxy sozusagen. Ursprünglich basiert dieser Antrag, wie es da unten noch steht, auf einem Text vom Chaos Computer Club aus dem Jahr 2005 und dem offenen Brief der Juppies vom April 2012. Inzwischen wurde diese unvereinbarkeitserklärung per Beschluss von Landesparteitagen von sieben Landesparteitagen angenommen. Darüber hinaus per Vorstandsbeschluss noch von Bayern und Niedersachsen und ungefähr 40 andere Gliederungen in Hessen unter anderem vom Kreisverband Darmstadt und von Offenbach-Land. Worum es darin geht, ist erstmal in der Einleitung eine Ablehnung von Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Abstammung, gesellschaftlicher Stellung, Rassismus, wegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie oder Diskriminierung von Behinderten. und die Unvereinbarkeitserklärung, die letzten Endes der Kern des Ganzen ist, ist der letzte Satz, der da heißt, der Landesverband Hessen, der Piratenpartei, erklärt das Vertreten von Rassismus und von der Verharmlosung der historischen und aktuellen faschistischen Gewalt für unvereinbar mit einer Mitgliedschaft. Darum geht es. So, wir haben noch sechs Anträge, die schaffen wir noch, solange sind wir noch ein bisschen ruhiger und stellen alle Privatgespräche ein. Wir machen jetzt ein Meinungsbild über diesen Antrag. Wer könnte sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen, wer nicht? Das ist sehr deutlich positiv. Wir kommen zur Redenliste. Ja, ich habe eine Frage, unabhängig vom Inhalt, und zwar, wir haben in Gernsheim sowas ähnliches lautet schon beschlossen, inwiefern unterscheidet sich dieser Text von dem, was wir damals beschlossen haben und wieso müssen wir es nochmal erneut beschließen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Kannst du mir den Link auf Gernsheim geben? Also ich habe es bisher noch nicht gefunden. Okay, Kevin wird sich dazu äußern. Also eigentlich gehört es ja ein guter parlamentarischer Tradition für Landesparteitage dazu, sich bei jedem zweiten Landesparteitag oder Parteitag allgemein von irgendwas zu distanzieren oder irgendwas von unvereinbar zu erklären. Also müssen wir das eigentlich annehmen. Da steht jetzt eigentlich nichts drin, was nicht auch schon vollkommen eins zu eins aus unserer Satzung rauslesbar wäre. Aber ich denke, es gibt uns allen ein gutes Gefühl, wenn wir wieder mal so tun, als wären wir so vollkommen offen, sozial, bla bla bla. Darum lasst uns doch das einfach gerade kurz annehmen und dann weitermachen. Danke. Der Ralf hat eben den Antrag aus, den Beschluss aus Gernsheim angesprochen. Ich hatte den damals mit einer Gruppe von Leuten auf dem Hessen Campus erarbeitet, dann letztlich auch fertig geschrieben und gestellt. Grundsätzlich haben wir da genau das beschlossen, was hier drin steht. Ich hätte nichts dagegen, das nochmal zu beschließen, aber es wäre jetzt auch nicht allzu schlimm, wenn wir den Antrag jetzt nicht annehmen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, dafür zu stimmen. Hallihallo. Ja, wir haben das teilweise in der Bundessatzung drin stehen, schon oft beschlossen, aber ich finde, wir können das nicht oft genug beschließen. Schlussworte? Ja, abschließendes Statement mit Gernsheim, das wusste ich nicht, aber es gibt dort eine Wiki-Seite, wo alle Landesverbände und Kreisverbände und ähnliche, die dieser Unvereinbarkeitserklärung bereits zugestimmt haben, drinstehen und der Landesverband Hessen steht da nicht dabei. Vielleicht hat jemand die Wiki-Seite nicht gepflegt, aber sollten wir das jetzt annehmen, dann werde ich das natürlich dort einpflegen und dann stehen wir da auch mit drin zusammen mit neun anderen Landesverbänden. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für bzw. gegen diesen Antrag? Das ist angenommen. Ja, danke. Wir kommen zum nächsten Antrag, sonstiger Antrag sieben, sonstiger Antrag sechs, Regelung zur Kommunikation auf Mailinglisten vom André Hoffmann. Wir haben ja eine Latte von Mailinglisten, auf der eine Latte von Kommunikations-Threads stattfinden und eine Latte von Meinungen ausgetauscht werden. Spaß beiseite. Wir haben Kommunikationsmittel, die wir verwenden, unter anderem eben Mailinglisten. Mailinglisten sind virtuelle Kommunikationsmedien und wir haben leider Gottes in Jahren, die wir jetzt nutzen, die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder dazu kommt, dass Mailinglisten in einem Sinne genutzt werden, der nicht in ihrem Sinn ist. Mailinglisten sollten eigentlich genutzt werden, um konstruktiv zu kommunizieren, um zu diskutieren, um damit auch ein Stück weit zu arbeiten. Mailinglisten sollten nicht dazu genutzt werden, andere Menschen zu beleidigen, zu denunzieren, irgendwelche böswilligen Gerüchte zu verbreiten, Verleumdungen zu verbreiten und ähnliche Geschichten. Wir hatten vor zwei Jahren den Stand, dass die Hauptmailingliste der Piratenpateri Hessen vom damaligen Vorstand abgeschaltet wurde, weil eine Diskussionskultur herrschte, die nicht mehr annehmbar war und nur noch auf eine sehr destruktive Art und Weise auf diese Partei gewirkt hat. Menschen haben sich von dieser Mailingliste abgemeldet, haben sich da von dem Informationsfluss, der ja durchaus darüber stattfindet, keinen Zugang mehr gehabt und von dem, was ich so höre und mitbekomme und auch teilweise lese über Twitter oder ähnliches, ist es wieder an einen Punkt gekommen, wo viele Leute sagen, PPH lese ich nicht mehr. Habe ich abbestellt, da wird nur so viel Mist gepostet, da wird beleidigt, wird gemacht, es gibt keine Anstandsregeln und gar nichts. Deswegen nutze ich dieses Medium nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Medium erhalten wollen, damit ein paar wenige dort untereinander diskutieren und ob wir einen breiten Raum bieten wollen für alle, die sich an der Diskussion über Mails eben auf dieser Mailingliste beteiligen wollen. Nach dieser Abschaltung ist damals dann quasi die Mailingliste wieder normal angeschaltet worden. Es ist nichts passiert. Im Endeffekt über die Jahre hinweg sind dann die gleichen Vorkommnisse immer wieder aufgetreten. Es gab Destritivität, es gab Beleidigungen. Ähnliches, das alles gehört nicht in die Kultur, die wir eigentlich haben sollten, rein. Wenn ich mir angucke, dieser Parteitag, wo wir ja 100 Leute sind, die Angesicht zu Angesicht stehen, sitzen, debattieren und reden, wie geil das hier abgelaufen ist in diesen anderthalb Tagen bisher. Vielen Dank übrigens dafür. Das ist einfach eine Atmosphäre, die wir auch auf Mailinglisten haben sollten, auf diesen virtuellen Kommunikationsmedien. Und deswegen wäre es schön, wenn wir einfach jetzt mal Regeln durchsetzen, um Leute, die gegen diese normalen Sachen, die wir eigentlich alle als Menschen mit normalem Geist an Verhalten, an den Tag legen sollten, dass diese eingehalten werden. Keine Beleidigung mehr, keine Diffamierung mehr, Ähnliches. Wer dagegen verstößt, wird sanktioniert. Und ja, darum geht es im Wesentlichen. Ich glaube, eine Redezeit, die ich zwar nicht sehe, ist demnächst abgelaufen. Und ich hoffe auf eine breite Diskussion, weil ich glaube, das bringt uns am meisten. Und dann schauen wir mal, wie wir dazu stehen, ob wir das wollen oder auch nicht. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer kann sich denn vorstellen, diesen Antrag anzunehmen oder wer kann es nicht? Das sieht leicht positiv aus von hier. Hat jemand die Lichter tiefer gestellt irgendwie? Kann das sein? Oh Gott, das wird eine lange Redeliste, deswegen sage ich doch mal Go, go, go. Ja, es könnte ja alles so einfach sein. Wer sich auf der Mailingliste anmeldet, bekommt einen Hinweis auf die Etikette, die könnte man durchlesen, die könnte man selbstverantwortlich einfach für sich umsetzen. Es könnte anders so einfach sein, wenn die 100 Leute, die hier sind, alle wieder sich anmelden auf der PPH, die es nicht mehr sind und einfach jedes Mal, wenn getrollt wird, sagen, so ruhig jetzt bitte, du hast gerade persönlich verletzt, mach es doch bitte anders. Es könnte alles so einfach sein. Wir haben schon öfter jetzt darüber gesprochen, wie wir uns da selbst regulieren und ja, dass es ja eine Etikette gibt und was man alles tun könnte und selbst mal beschwichtigen könnte. Ich fürchte, wir sind auch jetzt da in einer Entwicklungsphase und sollten auch so etwas mal ausprobieren. Also wie diesen Antrag, also den Inhalt des Antrags. Ja, also ich bin durchaus für Regeln für die Mailing-Liste. Wenn wir schon auf die Etikette verweisen, dann frage ich mich, also warum das nicht nützt. Vielleicht ist es nochmal, um das nochmal genauer zu sagen, sehr schön, da nochmal genauer definierte Regeln zu haben, die vielleicht auch etwas kürzer sind, so wie das hier ist. Womit ich ein bisschen meine Probleme habe hier, ist mit den Sanktionen. Sie sind, also mir gehen Sie zu weit. Ich denke, es könnte vielleicht auch ohne Sanktionen funktionieren und nur mit Regeln. Also ich habe zwei Dinge. Die erste, ganz kurz, vielleicht eine kleine Erklärung, warum das so ist, dass wir hier auf den Landesparteitagen so ein tolles Klima haben und auf der PPH nicht. Ein Großteil der Kommunikation ist nonverbal. Das heißt, das, was wir auf den Mailing-Listen transportieren, ist nur ein winziger Teil der Kommunikation, die wir normalerweise machen. Wenn ihr mich anschaut, ich gestikuliere hier, ich habe eine Mimik, da könnt ihr sehr viel mehr draus lesen, als wenn ich das Ganze jetzt als E-Mail tippen würde. Was der Fredo vorhin sagte, der Punkt, dass man ja auch auf der Mailing-Liste die Leute darauf hinweisen können, hey, du bist hier gerade persönlich geworden, das kann man natürlich machen. Die Gefahr dabei ist natürlich nur, man muss ja jede dieser Nachrichten dann auch lesen. Das heißt, man erhöht damit auch den Verkehr für diejenigen und stört quasi durch den Hinweis darauf die Kommunikation weiter. Also das setzt sich dann fort. Das sieht man ja auch in den allgemeinen Diskussionen auf der PPH. Das erst mal als allgemeines. Und ich habe noch eine konkrete Frage, und zwar in der vierten Bullet da unten. Da steht drin, alternativ verstößt ein Listenmitglied nach der erstmaligen Moderation innerhalb bis zu drei Monaten erneut gegen die Verregelung, dann wird ihm das Recht für drei Monate aberkannt. Ich denke, das bis zu gehört an die andere Stelle von den drei Monaten, weil es geht ja nicht darum, dass man jetzt der Vorstand zum Beispiel sagt, okay, also wir machen jetzt die Frist zwei Wochen, wenn du innerhalb der Zeit dich nochmal daneben benimmst oder bei einem anderen bis zu drei Monaten, sondern es geht um die Bestrafung, also um die Sanktionen, die dann der entsprechende Vorstand oder so verhängen kann. Ansonsten denke ich, ja, schaut es euch an und überlegt, ob euch das wirklich sinnvoll erscheint. Danke. Gut, das war ja eine Frage, deswegen kann ich darauf antworten. Danke. Also erstmal, es gibt diese Alternativen hier drin zum alternativen Abstimmen, also ob man sagt, wir sagen drei Monate und sieben Tage oder bis zu drei Monate und sieben, bis zu sieben Tage, das ist natürlich recht, das ist da falsch. Da es ein sonstiger Antrag ist, kann man es wahrscheinlich recht unkompliziert korrigieren. Die Alternativen sind aufgrund von dem Feedback einfach mit da eingeflossen für den Antrag, dass wir eben diese Möglichkeit haben, zu sagen, wir setzen feste Sperrzeiten beziehungsweise eben flexible Sperrzeiten, wobei ich selber kein Fan von den Flexiblen bin, weil das wieder in den Interpretationsspielraum reinbringt und dann wieder entschieden werden muss, war das jetzt wieder hart oder nicht ganz so hart oder zu hart, wie auch immer. Von daher das zur Erklärung zu diesen Dingern. Verständnisfrage. Du hast im Punkt 5 drinstehen, dass der Landesvorstand oder seine Beauftragten das Ganze kontrolliert. Jetzt frage ich mich, was sind seine Beauftragten? Wir haben ja eine Seite drinstehen, wo Beauftragungen zu allen möglichen Themen drin sind. Meinst du damit jetzt, dass nochmal spezielle Beauftragungen geschaffen werden sollen für diese Mailinglisten oder sind alle diese Beauftragten dafür berechtigt? Das finde ich ein bisschen unklar und problematisch dabei. Das sind Piratenmitglieder, die der Landesvorstand für diese Aufgabe beauftragt. Also ich war eigentlich immer gegen Sperrung von Mailinglisten, immer für eine offene Kommunikation. Ich muss allerdings auch sagen, dass die Destruktivität, die wir in letzter Zeit an den Tag legen, echt überhand genommen hatten, wenn wir was Neues ausprobieren sollten. Allerdings finde ich es ein bisschen schwierig, den Landesvorstand da in die Pflicht zu nehmen, so eine Art Schiedsrichter zu spielen. Dafür haben wir ein Gremium, und zwar ein Landesschiedsgericht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das da aufhängen kann, aber man sollte es zumindest versuchen, weil es ist ja damit zu rechnen, dass in diversen Diskussionen, wenn die Wellen hochschlagen, dass dann die einzelnen Sachen auf uns einprasseln, auf den Vorstand, der eigentlich seine Zeit mit etwas Sinnvollerem betätigen kann, als sich mit sowas auseinandersetzen, wo man ja ein Landesschiedsgericht hat, was ja mag sein, dass du es nicht machen magst, aber ich sehe es da schon eher angesiedelt, als es eben im Landesvorstand. Weil wir halt, das mag wohl sein, aber das könnte man zu eurer machen. Darum geht es. Also ich wäre sehr dafür, diesen Antrag anzunehmen. Wir haben das Experiment gemacht. Wir haben die letzten Jahre eine unmoderierte Liste benutzt. Es ist gescheitert. Wir sollten jetzt mal das Experiment an dieser Stelle, ein anderes Experiment starten, nämlich die moderierte Liste, einfach damit halt auch was passiert. Wir müssen dieses Zeichen setzen. Dieser Antrag ist in einer konstruktiven Art und Weise auch mit Feedback auf der Liste entstanden. Und ich finde, dass wir damit ein Zeichen setzen sollten, dass wir eine Moderation wollen, dass wir Frieden auf dieser Liste wollen, dass wir konstruktiv auf dieser Liste arbeiten wollen. Und einzelne Probleme, die mit diesem Antrag existieren, kann man noch beheben. An denen kann man arbeiten. Wir sollten auch dieses Zeichen setzen, dass wir hier einfach wieder konstruktiver agieren wollen und es nicht von einer Minderheit von Leuten, die absichtlich die nette Kette nicht einhalten, theorisieren lassen und die immer und immer und immer weiter gewähren lassen. Weil das sehe ich nicht ein. Weil so funktioniert auch das Zusammenleben nicht. Herzlichen Dank. Ja, ich bin gegen den Antrag. Und zwar deswegen erstens ist er viel zu lang. Die Regeln sind kleinkariert und zum Teil wischi-waschi-mäßig formuliert. Könntet ihr da ein bisschen ruhiger sein? Ja, da steht zum Beispiel da oben, stört nachhaltig die Kommunikation. Da gibt es auch so im Arbeitsrecht so eine Formulierung, hat den Betriebsfrieden gestört. Mit solcher Begründung werden ganz gern Kündigungen ausgesprochen, wenn man nichts mehr weiß. Also da muss man vorsichtig sein. Ich bin selber schon Opfer von Beleidigungen und Diskriminierung geworden. Auf dieser Liste würde den aber trotzdem ablehnen. Auch diese Maßnahmen dort unten, ja, wer verhängt die? Ist das vielleicht dann doch ein Mittel, um Mindermeinungen, die man nicht so gerne hört und die vielleicht sehr kräftig formuliert vorgebracht werden, zu unterdrücken? Ich sehe da schon die Gefahr der Zensur ziemlich erheblich. Und, ja, ihr könnt das anders sehen, aber das sehe ich. Und deswegen möchte ich ihn ablehnen. Danke. Ja, also neben der Undeutlichkeit der Formulierung der, wie soll man es nennen, strafwürdigen Verstöße, halte ich da für so ein bisschen problematisch, dass das Züge eine Ordnungsmaßnahme hat und dass da auch zum Beispiel Einspruchsrechte nicht erwähnt scheinen. Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, das wird ja sowieso, da es ja ein Vorstandsbeschluss ist, durch das Schiedsgericht kontrolliert. In der Vergangenheit hatten wir sehr seltsame Erfahrungen mit unserem Schiedsgericht gemacht. Möchte ich da nochmal zu Bedenken geben. Ich habe nicht etwas gegen Sanktionen, aber man muss sich ganz genau überlegen, wie diese Sanktionen verhängt werden sollen. So wie das bislang gelaufen ist mit Ordnungsmaßnahmen in unserem Landesverband, würde ich sagen, da haben wir ein Problem. Da müssen wir daran arbeiten. Ich persönlich würde den Antrag, so wie er ist, ablehnen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht einen ähnlichen Antrag annehmen würde. Ich habe es hier leider nicht akustisch sehen, hören können, wer hier wen als Arschloch tituliert. Wenn ich es jetzt mal mitbekomme, dass jemand in der Rednerliste jemand anderen hier als Arschloch tituliert, war das sein Redebeitrag und ich werde ihn aus der Rednerliste entfernen. Ich finde das hier, wir sind hier kurz vor Ende, wir müssen es jetzt nicht übertreiben und jemand, der irgendwie einen Beitrag bringt, den als Arschloch zu diffamieren, die Stunde geben wir noch hin, ohne persönliche Beleidigungen, denke ich mal. Danke. Ja, also zunächst mal fällt mir auf, dass die Schlange ungefähr so aussieht wie ein Thread. Bei mir ist Thunderbird über dieses Thema. Das finde ich schon bezeichnend. Als nächstes würde ich gerne einfach mal sagen, dass man dieses ganze Ding nicht bräuchte, wenn die Piraten in der Lage wären, einfach einen Thread zu beenden oder nicht mehr zu antworten. Ein blöder Thread als letzten Beitrag stehen zu lassen, ist die beste Art und Weise, um sowas zu beenden und stattdessen konstruktiv weiterzumachen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir können selbstverständlich jetzt diesen Antrag annehmen. Dann werden wir bei nächster Gelegenheit die ganzen Dinge, über die wir uns an Ellen lang unterhalten, ersetzen dadurch, ob jetzt eine Sanktion für einzelne Personen, denen aus der Liste auszuschließen, gerechtfertigt war oder nicht. Die wird nicht kürzer sein. So, wir werden uns dann weiter in irgendwelche Lagerspalten, die eigentlich nicht sein müssen. Danke. Okay, also auf der BPH passiert viel Scheiße. Die Scheiße passiert, okay, so ist es halt. Der Punkt ist, es hört ja nicht auf, selbst wenn wir Listen einführen, also Regeln einführen, weil dann geht der Scheiß auf Twitter weiter. Also egal, wie wir es machen, es bringt ja eigentlich eh nichts. Ich rate ernsthaft dazu, sich mal an den eigenen Hintern zu fassen und die Frage zu stellen, muss ich auf jeden Quark antworten? Muss ich jeden Scheiß, der da steht, ernst nehmen und muss ich immer das letzte Wort haben? Also selbst ich, der schon zweimal Scheiße auf dieser Liste mit Sicherheit ausgelöst hat, ja, und den ersten fiesen Shitstorm 2007 ausgelöst hat mit Bodo Thiesen, ja, bin mittlerweile ruhiger geworden. Und es geht, ja, also packt euch vielleicht an die eigene Nase und ruhig. Kleinen Moment, das war der zehnte Redebeitrag. Die Rednerliste wird jetzt geschlossen. Wer noch was sagen möchte, bitte jetzt erkennbar Richtung Mikrofon. Des Weiteren reden wir gerade über diesen Antrag speziell und nicht darum, dass sich alle Piraten mal persönlich besser verhalten können. Das ist nicht Teil des Antrages. Deine, alles klar, André erst mal. So, zehn Leute sind rum, ich habe die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sanktionen müssen sein, denn Regelungen, die nicht sanktioniert werden, funktionieren nicht. Die Erfahrung haben wir gemacht. Zweitens, dieser Antrag ist in seiner Form befristet bis zum nächsten Landesparteitag. Das heißt, wir wollen das einfach mal probieren, testen, gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist beim nächsten FPT das ganze Ding wieder gegessen und wir betreiben das eben nicht mehr weiter. Moderation heißt nicht, dass sämtliche Beiträge im Vorfeld geprüft werden. Es heißt einfach nur, es gibt Moderatoren, die können darauf hingewiesen werden, wenn irgendwelche Verstöße wie Beleidigungen, persönliche Angriffe, ähnliche stattfinden, das zu prüfen. Leute, die diese Moderation anschreiben, können keine Sanktionen erfordern, das machen eben die. Das passiert übrigens laut dem Antrag mindestens im Vier-Augen-Prinzip, dass eben da ein bisschen gegenseitig geschaut wird, was da sanktionsfähig ist oder auch nicht. Zumal kommt es, ich höre hier immer, ja, dann muss man nicht drauf eingehen und das kann man ignorieren. Ja, ihr könnt das vielleicht. Ich kann das auch mit meinem riesen Scheiß-Ego, was ich habe. Es gibt aber einen Haufen von Leuten, die können das eben nicht und die müssen geschützt werden vor anderen, die sie platt machen wollen, um es deutlich zu sagen. Eine Moderation ist keine Zensur. Twitter ist nicht das offizielle Kommunikationsmedium, was wir festgelegt haben, sondern diese Liste. Diese Liste steht auf unserer Homepage, ist der offizielle Kommunikationskanal dieser Partei und entsprechend können wir da Regeln setzen, wie wir wollen und das mit irgendwelchen kommerziellen Anbietern und Medien zu vergleichen ist Humbug. Es gibt einen Paragrafen, den Punkt 7, der ermöglicht übrigens im Wortlaut, die betroffene Person kann gegenüber dem Landesvorstand einen Widerspruch gegen die ausgesprochene Sanktion einlegen, also das ist auch da. Ja, genau. Danke. Dann machen wir weiter. Die Rednerliste endet beim Christian und bei ich weiß nicht, wie sie heißt, sind weitere 10 Redebeiträge um. Nach ihr da hinten hast du wieder die Möglichkeit, André. Ich übergebe mal an Mike. Bitte. Okay. Dass ich jetzt hier stehe, hat seinen Grund. Ich bin selber Opfer von einer fiesen Diffamierung geworden auf der PPH und ich muss euch sagen, also ich stehe hier ungefähr mit 180 Puls, einfach aus dem Grund, dass es für mich ein immenser Einschnitt in meinem persönlichen Gefühl war. Ich war fassungslos, ich habe mir einen Riesenkopf gemacht. Ich musste einiges anstrengen, um Leute davon abzuhalten, nicht so emotional zu reagieren, wie es andere Personen getan haben, um mich irgendwie zu schützen. Ich kann nur sagen, wir sind eine Partei, wie André es eben schon gesagt hat, die sich sehr stark gegen Diskriminierung einsetzt und die für Bürger, deren Meinung nicht gehört wird, eintritt, die schwach sind. Ich persönlich würde mich selbst nicht als schwach bezeichnen, aber ich kann nur sagen, mich hat das umgehauen und ich möchte einfach den Menschen, die nicht so stark sind wie ich, die wenigstens die Möglichkeit geben, dass sie sich darauf verlassen können, dass wenn so etwas über sie veröffentlicht wird, dass da Taten folgen und eben nicht sich Leute hinstellen und sagen, ja, du musst das ignorieren oder reagier nicht drauf oder blockt denen die Adresse oder was dann immer kommt, also das ist einfach überhaupt keine Möglichkeit, mit der man, wie man damit umgehen soll. Danke. Es wurde auf der PPH manchmal dazu gesagt, ja, man kann ja Leute wegfiltern, nein, also man kann natürlich ganze Leute wegfiltern aus dem, was man liest, aber ich frage mich, was das für ein Bild von der Kommunikation ist, wenn ich ganze Leute pauschal ausschließe. Es wurde auch gesagt, ich muss ja die betreffenden Mails nicht lesen, doch muss ich, ich muss natürlich eine Mail lesen, bevor ich feststelle, das ist scheiße, was da steht und das hat mich angegriffen und dann habe ich sie aber schon gelesen, um danach zu sagen, oh, diese Mail hätte ich nicht lesen wollen. Das geht so nicht. Wir haben, wir sind eine Partei, die sich als sehr, also die dem Recht als einen sehr hohen Stellenwert einräumt. Was ist das Rechtssystem? Das Rechtssystem sind letztlich Selbstregulationsmechanismen, die sich eine Gemeinschaft, in diesem Fall die gesamte Bevölkerung gegeben hat. Eine Gemeinschaft muss sich, die auch, die es erlaubt, einzelne Verhaltensweisen bei einzelnen Personen durchzusetzen. Eine Gemeinschaft braucht leider solche Mechanismen, weil einzelne Personen sehr destruktive Kraft auf die gesamte Gemeinschaft, auf ihre Kommunikation, auf ihren Zusammenhalt entfalten kann. Dabei geht es nicht nur darum, die destruktiven Personen zu bestrafen, in einem Schuldsinn, es geht eben auch darum, den Rest der Gemeinschaft mal davor zu bewahren, dass sie von diesen Personen weiterhin eingeschränkt werden. Insofern ist das, was hier so gerne als Zensur oder sowas betitelt wird, einfach ein Schutz der größeren Gemeinschaft, die sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Deswegen, es geht leider nicht anders. Ich finde diesen Antrag nicht ganz so optimal, muss ich sagen, aber ich finde ihn so wichtig, dass ich ihn auf jeden Fall unterstützen werde. Den ersten meines Punktes hat André bereits genannt, aber ich habe auch noch einen zweiten, und zwar möchte ich darauf Christoph eingehen, der sagte, dass die Regeln doch besser bei einem Landesschiedsgericht durchgesetzt werden sollen. Wir haben aber einen verwaltenden Vorstand und das genau ist Verwaltung. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das vorhin gesagt hat. Ich bin nicht in deinem Thread of Thunderbird. Ich bin nämlich nicht auf der PPH, bin es nicht seit 2010, seitdem ich Mitglied geworden bin, weil 2010 die PPH schon einen vernichtenden Ruf hat und alles, was ich seither jemals gehört habe, das eigentlich nur bestätigt hat. Ich würde gerne an den Diskussionen dort teilnehmen, konstruktiv, aber ich habe keinen Bock, mir 200 Mails mit Beleidigungen anzuhören oder Diskriminierungen. Ich habe von Leuten gehört, die auf der PPH sind, die auch gegenüber dem Vorstand sich beschwert haben, zum Beispiel über Sexismus, und die dann als Antwort bekommen haben, ja, es war ja kein persönlich gegen dich gewandter Sexismus. Das meines Erachtens geht auch nicht. Dafür haben wir gerade die Unvereinbarkeitserklärung beschlossen. Und ich bin sehr dafür, dass Leute, die wiederholt gegen die Regelungen des Miteinanders und eines konstruktiven Umgangs in der Partei und auf unserem Parteimedium der Mailing-Liste verstoßen, dass gegen die Sanktionen geleistet werden, erst mal in leichter Form, bei Wiederholungen in schwererer Form und meines Erachtens auch, wie andere Landesverbände wie zum Beispiel Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen das machen, mit Ordnungsmaßnahmen nach unserer Satzung, dass also Leute, die schwer verstoßen gegen diese Regelungen und andere Anfeindungen anfangen, dass die auch zum Beispiel eine Sperre kriegen, für ein Jahr für ein Amt zu kandidieren. Da bin ich sehr dafür. Wir müssen endlich diese Leute loswerden, aufräumen, wir müssen ein Klima schaffen, dass wir wieder arbeiten können. Ja, also ich bin ganz klar für die Annahme dieses Antrags aus diversen Gründen, die da drinstehen in dem Antrag und in den Passagen 1 bis 6. Ich möchte aber auch noch mal ganz klar betonen und an die Kritiker dieses Antrags auch noch mal klar verdeutlichen, Menschen, die von Zensur sprechen oder von einer möglichen Unterdrückung von Minderheitenmeinungen etc. Dann lest euch doch noch mal den Absatz 3 noch mal ganz genau durch, bitte. Wir akzeptieren gegenteilige Meinungen und konstruktive Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Danke. Es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Ich habe ab und zu manchmal das Gefühl, die PPH hat so wie so eine Welle in die Diät-Jojo-Effekt. Manchmal kommen richtig coole Diskussionen zustande, zum Beispiel so was zu einem Parteitag. Manchmal gibt es all wieder, wo Leute einfach, die was machen, unterwegs sind, sich aufopfern und die Zeit nutzen andere wieder, die Mainliste mit Informationsmüll und Datenleichen zu überfluten. Dadurch kommt es durcheinander. Und wenn wir jetzt irgendwie schaffen können, diese Wellen auf eine Linie zu bringen und auf eine Linie, die uns voranbringt, dann finde ich so eine Regelung. Ich meine, wir hatten so viel Angst bis zum nächsten Parteitag. Sorry. Das ist, ich meine, warum vertrauen wir uns nicht einfach mal, dass wir uns alles selber mal regeln können. Es ist nichts mit Zensur. Ich danke euch. Nehmt den Antrag an. Ja, was mich sehr gefreut hat, ist, was du gesagt hast, für was diese Mailingliste sein soll. Vielleicht sollte das auch noch mal mehr verbreitet werden, damit wirklich klar ist, welche Informationen darüber laufen sollen. Ich finde nämlich, viele wichtige Informationen laufen dort nicht, die durchaus ganz Hessen betreffen. Bleiben in den AKs, bleiben auf lokalen Mailinglisten, bleiben vielleicht sogar auf Twitter. Ich finde es wirklich schade, dass diese Liste so wenig genutzt wird. Nehmt das an, nutzt PPH mehr. Und selbst wenn es abgelehnt wird, würde ich mir wünschen, viel mehr Kommunikation auf der PPH über wichtige Dinge. Danke. Es wurde ja einiges zum Schiedsgericht gesagt. Unter anderem wurde gesagt von wegen, das Schiedsgericht solle sich darum kümmern. Das Schiedsgericht ist nicht zuständig dafür. Das Schiedsgericht ist nicht zuständig für Mediation. Das ist explizit in der Schiedsgerichtsordnung so festgelegt. Es ist dort sogar festgelegt, dass das Schiedsgericht im Zweifelsfall einen Mediator benennt, aber auf keinen Fall selber der Mediator ist. Das zum einen. Das andere sind die Ordnungsmaßnahmen, die auch schon angesprochen werden. Ordnungsmaßnahmen können wir nur gegen Mitglieder verhängen. Aber wenn Mitglieder mehrfach, wiederholt, extrem diskriminierend und ausfällig werden, dann muss auch irgendwann mal eine Ordnungsmaßnahme verhängt werden. Und da ist im Zweifelsfall erstmal der Vorstand in der Pflicht. Und ansonsten möchte ich einfach gerade noch erwähnen, in Baden-Württemberg wurde Anfang 2012 genauso ein Konzept beschlossen. Seitdem läuft die Mailingliste dort wesentlich besser, würde ich mal behaupten. Und das bestätigen auch viele, die die Mailingliste von davor kennen, wie sie davor war und wie sie jetzt ist. Insofern plädiere ich dafür, nehmt den Antrag an. Ich möchte mich dazu äußern, die pauschale Unterstellung, dass auf der PPH nichts Vernünftiges läuft, das kann man so nicht stehen lassen. Ja, es läuft sehr viel Mist darüber. Aber für Infos, die einfach nur an alle verschickt werden sollten, gibt es die hessische Ankündigungsliste. Und bei allen anderen Dingen, denke ich mir, ist jeder der Nächste, wie er sich verhält. Ganz klar. Und ich persönlich sage, Moderation ist ein Mega-Euphemismus für die Unterdrückung von Meinungen. Ganz einfach. In dem Moment, wo Meinungen unterdrückt werden, läuft das Ganze natürlich viel harmonischer. Es sieht einheitlicher aus. Es sind Einheitsmeinungen. Man beklatscht sich gegenseitig. Die Frage ist, wollen wir das? Ich bin für den Antrag. Ich denke, wir brauchen die Sanktionen so gut wie gar nicht, wenn wir selbst in der Lage sind, uns untereinander so zu verständigen, dass wir unserem Gegenüber, der uns jetzt vielleicht mal beleidigt hat, schon gleich mitteilen, ich fühle mich jetzt durch deine Nachricht beleidigt. Und dann hat er die Chance, sich zu entschuldigen. Die Möglichkeit sollte es ja für jeden im Vorfeld geben. Und das nur, wenn diese Sachen eben auf der bestimmten Ebene nicht abgestellt werden, dann eben solche Sanktionen oder solche Gespräche stattfinden. Im Übrigen finde ich, es gibt destruktive und konstruktive Kritik. Und darum geht es ja. Konstruktive Kritik ist ja was ganz anderes. Dadurch fühlt sich ja auch niemand auf den Schlips getreten oder beleidigt oder abgewertet. Und das sollte bei uns möglich sein. Aber destruktive Kritik, an Schienbein treten und so weiter, wo kein Respekt und keine Achtung vor dem anderen ist, das finde ich eben hier überhaupt nicht gut, weil jeder Einzelne von uns Piraten seine eigene Zeit, seine Kreativität und Geld und sonst so was hier investiert in die Parteiarbeit und das sollte respektiert werden. Und nicht nur, weil man jetzt irgendwas anderes denkt, etwas anderes, andere Meinung hat, eben so destruktive Sachen in den Raum wirft oder auf so eine Mailingliste schreibt. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und deswegen denke ich, sollten wir das ausprobieren. Und jedem Einzelnen würde ich einfach sagen, ja, versucht es untereinander schon mal abzuklären, wenn was schlecht rüberkommt, dass ihr eben euch auch mal entschuldigt. Und damit ist die Sache gegessen und muss erst gar nicht an Vorstand oder an sonst jemand. Gut, Rainer, bevor du dran bist, habe ich wieder meine zehn Leute sind durch. Ich darf Stellung nehmen. Beleidigung von anderen Leuten ist keine Minderheitsmeinung, Minderheitsmeinung, Knut. Nirgendwo in diesem Antrag steht, dass Meinungen von Minderheiten oder von anderen, wenn sie in einer sinnvollen Art und Weise geäußert werden, sanktioniert werden sollen. Wenn ihr es aber nicht schafft, Minderheitenmeinungen konstruktiv zu äußern und sondern nur destruktiv und Beleidigungen zu spicken, dann habt ihr Pech gehabt. Dann habt ihr einfach keinen Anstand. Und dann wird es eben sanktioniert. So. Und es ist auch relativ einfach, diese Sanktionen müssen überhaupt nie zur Anwendung gebracht werden, wenn sich die Leute hier einfach mal ihren gesunden Menschenerstand erhalten und sich an Formen halten, wie sie in unserer Gesellschaft üblich sind. Dann wird diese Anwendung nie stattfinden. Fertig. Der nächste Redebeitrag. Danke für die Ruhe im Plenum. Punkt eins. Frage Landesschiedsgericht, Vorstand. Das Landesschiedsgericht ist die Berufungsinstanz einer eventuellen Maßnahme, die hier stattfindet. Deswegen kann es selbst nicht moderieren. Der Vorstand kann natürlich Leute beauftragen. Punkt zwei. Es sind einige Erwartungen geäußert worden. Wir können eine ganze Menge Erwartungen an die Leute haben, dass wir eben Zivilcourage zeigen und eben nicht Leute ignorieren, sondern sagen, hey, pass auf, hier hast du was gemacht. Das sind aber Erwartungen an andere Leute. Die können die anderen Leute erfüllen oder nicht. Die Erfahrung zeigt, dass sie sie leider zum großen Teil nicht erfüllen. Das ist ganz normales menschliches Verhalten, aber es ist halt so. Das heißt, entweder muss ich an mir selber arbeiten, das heißt, ich versuche das durchaus an der einen oder anderen Stelle zu sagen, hier, pass auf, ich finde, hier hast du eine Grenze überschritten von sachlicher Argumentation zu persönlicher Beleidigung. Oder persönlicher, sagen wir mal, wo du eine Person ad personam argumentiert hast, für mich ist das erstens ein Zeichen, dass die Argumente ausgehen, die Sachargumente ausgehen und zweitens ist das eine Sache, die einfach diese Eskalation hervorbringt, auch wenn es noch keine Beleidigung ist, aber das führt genau zu diesen Eskalationen in dem Moment, in dem ich sage, nicht das, was du sagst, finde ich schlecht, sondern ich finde schlecht, dass du es sagst. Und das ist auch, Meinungsfreiheit heißt nicht, jede Meinung vertreten, heißt nicht, jede Meinung über andere Menschen öffentlich äußern zu können. Tut mir leid, es fällt nicht unter Meinungsfreiheit zu veröffentlichen, die Meinung, dass sich jemand irgendwo hochgeschlafen hat. Das gehört nicht zu Meinungsfreiheit und das gehört nicht auf die PPH. Das ist natürlich schon ein strafrechtlicher Tatbestand in meinen Augen. Insofern ist die Frage, ob das eben noch Sache des Landesverbandes ist, aber das ist eine andere Frage. Was die Moderation betrifft oder den Umgang auf Twitter, auch Twitter hat einen Meldebutton, können wir auch einführen. An dem Antrag gefallen mir zwei Dinge nicht. Er vereinigt nämlich zwei Dinge, die ich persönlich überhaupt gar nicht mag. Es ist Stoppschildpolitik und es ist Politik, die bevormundet. Stoppschildpolitik deshalb, weil wir hier Dinge fordern, von denen wir wissen, dass sie nicht technisch umsetzbar sind. Wir können bei einer Liste, die von jedermann geschrieben werden kann, nicht garantieren oder überhaupt nur versuchen, dafür zu sorgen, dass irgendwelche Leute nicht auf die Liste schreiben können. Solange nicht jede einzelne Mail von einer Person nachweislich abgeschickt werden muss, kann ich mit der Absenderadresse von jedem hier im Raum E-Mails auf die PPH schicken. Wenn die CDU so einen Vorschlag bringen würde, würden wir sagen, hey, ihr habt doch technisch gar keine Ahnung. Ihr wisst doch nicht, dass E-Mails nicht unterbunden werden können. Und der zweite Teil, der mir an dem Antrag sehr quer geht, ist, dass hier eine Prangerpolitik betrieben wird. Hier steht, der Landesvorstand oder seine Beauftragten werden sich im Falle von Verstößen gegen diese Regelungen an die betreffende Person öffentlich wenden, sie auf diese Regelung hinweisen und verwarnen. Warum muss jemand öffentlich angeprangert werden, wenn er sich falsch benommen hat? Warum kann so etwas nicht einfach irgendwo intern geregelt werden? Weiter unten steht, dass jedes Mitglied, das eine entsprechende Mail liest, gezwungen ist oder sich an die entsprechenden Beauftragten oder den Landesvorstand wenden muss. Wir haben damit quasi auch noch eine Art Spitzelfunktion mit drin. Oder man muss quasi anprangern, weil man ansonsten gegen diese Regelungen verstößt. Ich verstehe echt nicht, warum wir mittlerweile so eine Angst haben vor offener Kommunikation und jemand sagen können, hey, du hast scheiße gemacht, halt den Mund. Jetzt bin ich etwas aus dem Konzept. Ja, also ich finde es wirklich schade, wenn wir diesen Antrag annehmen würden, auch aus dem Punkt heraus, weil hier Ordnungsmaßnahmen definiert werden, die nicht Teil der Satzung sind. Und wir haben ganz klar in der Satzung definiert, wann, warum, welche Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden können. Und hiermit werden Dinge beschlossen, die vermutlich bewusst deshalb nicht in die Satzung gekommen wären. Weil sie keine Zweidrittelmehrheit bekommen haben. Mit der einfachen Mehrheit mag das einfacher sein. Aber ich hoffe sehr, dass wir das so hier heute nicht annehmen und weiterhin eine freie Listenkultur haben können. Danke. Abschlussstatement. Also, wenn ich mir eine Mail-Header anschaue, weiß ich, ob eine Mail von demjenigen kommt oder auch nicht, der sich vorgibt zu sein. Das kann man heutzutage problemlos checken. Es gibt sogenannte Spoofing- und Anti-Spoofing-Maßnahmen, die das sogar technisch von alleine lösen, Christian. Das andere ist kein Pranger, sondern es ist einfach nur, dass man offen zeigt, dass ein Verstoß vorgelegen hat. Um es einfach sagen zu können, nachweisen zu können, es ist hier an der Stelle passiert und die Leute müssen sich bewusst sein, dass sie entsprechend gegen irgendwas verstoßen haben. Die offene Kommunikation wird damit überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn nämlich alle Leute, die auf dieser Mail-Liste kommunizieren, einem sinnvollen Maß kommunizieren, wird überhaupt nichts wegmoderiert. Und das stört mich massiv. Es ist keine offene Kommunikation, wenn ich sage, Christian Hufgarten, was du da schreibst, du bist eine blöde Sau. So, als Beispiel. Das ist keine offene Kommunikation, das ist eine scheiß Beleidigung. Und das war's. Und deswegen, hier Zensurvorwürfe in den Raum zu stellen, dass wir die Meinung zensieren würden von Leuten, ist kompletter einfach nur Schwachsinn. So, ansonsten habe ich jetzt einen GO-Antrag auf Verfahrensfrage und zwar möchte ich dann den GO-Antrag auf geheime Abstimmung stellen. Wir haben allerdings in diesem Antrag jetzt jeweils Alternativen für diese Monats- bzw. Wochenregelungen. Die Frage ist, können wir jetzt abstimmen, die Alternativen offen gegeneinander und am Ende den Komplettantrag in geheime Abstimmung oder wie können wir das Ganze lösen? Wir unterbrechen kurz. Und wirklich nur kurz. Also. Ja, wie gesagt, es würde jetzt hier mit der geheimen Abstimmung ein bisschen kompliziert werden, wenn wir das jetzt mit diesen Alternativen machen. Die Alternativen hatte ich auf Feedback reingebracht, finde ich selber nicht wirklich toll, weil sie wieder Spielräume lassen, die von irgendjemand beurteilt werden müssen. Deswegen ziehe ich die beiden alternativen Sanktionsmöglichkeiten hiermit zurück. Damit haben wir nur noch einen einzigen Antrag, so wie er ist, mit eben diesen festen Zeiträumen von sieben Tagen und drei Monaten. Dann hat sich die Frage erledigt. Der Basti übernimmt die Alternativanträge. Damit werden wir jetzt geheim Approval abstimmen. Da bitte ich ja. Ich habe noch eine kurze Frage. Wir hatten ja vorhin festgestellt, dass in dieser einen Alternative dieses bis zu vor den falschen drei Monaten klebt. Können wir das jetzt einfach noch schnell unkompliziert, weil es ein sonstiger Antrag ist, ändern? Ja, ne? Gut. Das eine bis zu steht vor den falschen drei Monaten. Das würde ich gerade noch korrigieren. Nicht, dass wir ein bis zu irgendwo stehen haben, wo es nicht hinpasst. Nein, das ist ein sonstiger Antrag, deswegen sollte es funktionieren. Sonstige Anträge obliegen, nicht im Fristenkonzept und sind änderbar. Okay, können wir das gerade sichtbar ändern? Ich bin gerade dabei. Okay. Ihr müsst dann übrigens genau zuhören. Ich erkläre es nur drei bis fünf Mal, bis ihr es alle verstanden habt. Es wird ein bisschen kompliziert. Derweil bitte ich doch die Wahlleitung, Vorbereitungen zu treffen, dass wir das hier gleich geheim abstimmen werden. Ihr hattet gestern Wahlhelfer, heute sind hier ganz andere Leute. Sucht euch doch mal irgendwie Wahlhelfer. Wer Wahlhelfer macht, bitte hier kurz bei der Nicole und der Jeanette melden und dem Protokoll bitte mitteilen. So, Markus, du kannst mal F5 drücken, dann sollte es jetzt korrigiert auftauchen. Wir wählen mit Stimmzettel Nummer 4. Bitte reißt so viele Stimmzettel ab, dass der erste Zettel auf dem Block jetzt der Stimmzettel Nummer 4 ist. Ihr dürft zur Kontrolle eure Stimmblöcke auch gerne mit zur Wahlurne bringen. Die Wahlhelfer werden euch noch mal fragen, ob der nächste Stimmzettel auf dem Block dann die 5 sein wird. Und ich hoffe, ihr habt alle noch eure Bändchen von gestern am Handgelenk oder am Fuß oder wo auch immer. So, ich bitte dann mal die beiden Wahlleiter hier hoch. Ihr kriegt es nämlich auch erklärt. Dann werde ich das gleich hier schön mit Schattenspielen plastisch darstellen hier. Ich tanze die Abstimmung quasi. So, also erstmal brauche ich jetzt ein bisschen Ruhe. Ich erkläre euch jetzt genau, was wir abstimmen. Wir haben jetzt 5 verschiedene Möglichkeiten. Auf dem Stimmzettel könnt ihr mit Kästchen 1 Folgendes ankreuzen. Der komplette Antrag ohne die beiden Alternativen. So, Möglichkeit 2, Kästchen 2 ist. Die obere Alternative und hier unten der normale Antrag. Möglichkeit 3 ist. Oben der normale Antrag und hier unten die Alternative. Möglichkeit 4 sind hier die Alternative, hier unten die Alternative. Möglichkeit 5 ist, nichts davon abzustimmen. Wer hat es nicht verstanden? Hebt ruhig die Karten, das sieht noch besser aus. Okay, ich höre gerade, es gibt gleich eine Folie, die auf den BIMA kommt, die das erklärt. Ich habe nochmal eine Verfahrensfrage und zwar, wenn wir offen abstimmen, dann wird zuerst über die Alternativen abgestimmt und danach über den gesamten Antrag. Das ist explizit geregelt, dass es dann anders läuft, ja? Das ist genau die gleiche Regelung, die auch sonst getroffen wird. Normalerweise würden wir offen über die Alternativen abstimmen, das heißt wir würden 5 Mal jetzt die Kärtchen heben lassen, diese Kärtchen zählen und dann über den Antrag, der davon die meiste Zustimmung erhalten hat, die 50% Hürde abstimmen lassen. Dann habe ich Stefanie eben bloß falsch verstanden. Okay, und das ist jetzt genau das Gleiche, machen wir nur geheim. Ich glaube, meine Frage geht in die gleiche Richtung. Und zwar, ich habe ein Problem mit dem fünften Punkt, gar nicht abstimmen, denn bisher war das Verfahren immer so, dass eine Approval gemacht wird und der Antrag mit der höchsten Zustimmung wird dann abgestimmt, grundsätzlich. Nein, das haben wir, die machen die ganze Zeit. Bei konkurrierenden Anträgen stimmen wir als letztes ab, ob wir keinen dieser Anträge abstimmen wollen. Steht das irgendwo drin oder haben wir das mitten im Parteitag? Das steht in der GO, das machen wir seit zwei Tagen und das haben wir auch in Putzbach schon gemacht, das haben wir sogar schon in Gernsheim gemacht und davor auch schon. Gut, das heißt man muss im Prinzip, wenn man den Antrag haben will, alle vier Alternativen ankreuzen, weil man sonst riskiert, dass keiner der Anträge eine große Mehrheit hat. Wie du abstimmen möchtest oder wie jeder andere abstimmen möchte, ist jedem selbst überlassen. Das ist korrekt. Verfahrensfrage. Ich habe jetzt vier Alternativen und die fünfte mit Nein. Und wir machen eine Approve. Das heißt, wenn ich Nein sage und Nein ist die größte Antwort von allen, stimmen wir anschließend nicht mehr über den Antrag ab, richtig? Richtig. Dann können wir es aber so nicht machen, weil wir mit Ja nämlich verschiedene Alternativen haben, wo sich die Stimmen auf verschiedene Optionen verteilen werden. Dadurch wird Nein automatisch einen Punkt haben. Das ist leider Approval Voting. Du brauchst zwei verschiedene Abstimmungen, du kannst das nicht in einer Abstimmung tun. Wir machen das seit zwei Jahren so. Das steht so in der GO, das ist Approval Voting. Das hat die ganze Zeit so funktioniert. Oder verstehe ich gerade irgendetwas falsch? Wenn Sie in Frage, ob es einen zweiten Wahlgang gibt, wer die meiste Zustimmung hat? Wenn einer der ersten vier Punkte die meiste Zustimmung hat, wenn einer der ersten vier Punkte die meiste Zustimmung hat, stimmen wir danach über diesen Antrag, der die meiste Zustimmung bekommen hat, ab. Genau, also es muss zwei Wahlgänge geben. Deswegen kann es im ersten Wahlgang keine Option Nein geben. Also ich lese, sehr geehrte Versammlungsleitung, sehr geehrtes Publikum, Paragraph 12 der Geschäftsordnung. Gibt es zwei oder mehr konkurrierende Anträge, wird der Antrag mit der höchsten Zustimmung ermittelt. An dieser Stelle müssten wir die ersten vier Optionen abstimmen. Anschließend können wir dann über diese Optionen abstimmen. Dabei wird auch die Zustimmung der Option keiner Anträge abgefragt. Wird die Option keiner der Anträge gewählt, endet die Abstimmung in Ablehnung aller Anträge. Also so wie ich das jetzt verstehe, gibt es, gibt es, ich höre gerade nicht zu, ich lasse gerade nichts zu. Okay. Okay, hier, wie auch immer, Markus, ich lese dir die Geschäftsordnung vor. Dieselbe, die du gerade vorgelesen hast. Ruhe, ich rede. Paragraph 12, du hast ihn gerade vorgelesen. Gibt es zwei oder mehr konkurrierende Anträge, wird der Antrag mit der höchsten Zustimmung ermittelt. Das hast du richtig festgestellt. Der Paragraph geht wie folgt weiter, im selben Absatz. Dabei wird auch die Zustimmung zur Option keiner der Anträge abgefragt. Das machen wir seit zwei Jahren. Das steht hier drin. Diese Option ist Option 5, keiner der Anträge. Wenn es konkurrierende Anträge sind, das sind aber Optionen, die du weglassen kannst oder die du jetzt auch nicht kannst? Nein, das sind alles konkurrierende Anträge. Das sind vier verschiedene Anträge, die da gestellt sind. So. Okay. Weitere Fragen. Olaf. Ja, ich habe die Frage, wenn ich jetzt so blöd wäre und drei und fünf gleichzeitig ankreuzen würde, wäre das eine gültige Abgabe einer Stimme? Das wäre eine gültige Abgabe. Natürlich, das hättest du die ganze Zeit, als wir offen abgestimmt haben, auch machen können. Das ist völlig okay, wenn du das so möchtest. Gut. Und einen zweiten Wahlgang gibt es nur dann, wenn 1, 2, 3, 4 mehr Stimmen hatte als fünf. Also eins davon. Richtig. Noch mehr Fragen? Okay. Es gibt nicht mehr Fragen. Hat jeder verstanden, was wir jetzt wählen? Ich bitte ein bisschen um Ruhe, Ruhe, überall Ruhe. Könnte man in irgendeiner Form die Alternativen mit einem Stichwort, mit obere Alternative, untere Alternative nochmal dazuschreiben? Weil sonst so ein bisschen das mir zu abstrakt ist. Okay. Können wir da irgend so was? Gut. Du hast eine Minute. Du kannst oben hinschreiben. Mach es mal mit André zusammen. André, hier kannst du bitte mit Markus kurz pro Ding zwei, drei Stichworte hinschreiben, damit man weiß, was hier abgestimmt wird. Kannst du ihn benutzen? Okay. So. Wir haben jetzt auf Wunsch noch ergänzt, für welcher Punkt steht. Hat noch irgendjemand Fragen? Weiß irgendjemand nicht, was wir gleich abstimmen werden? Es meldet sich niemand. Das heißt, ich übergebe an Nicole. So, wir wählen mit Stimmzettel Nummer vier. Das heißt, der nächste Stimmzettel auf eurem Block muss die fünf sein. Haltet nochmal die Wahlurnen hoch. Bitte verschließen. Äh, Lore, ich glaube andersrum. Den Deckel einmal drehen. So, alle verschlossen. Vergesst bitte nicht eure blaue Stimmkarte zum Abkreuzen. Hiermit eröffne ich den Wahlgang. Kleine Durchsage. Wenn der Wahlgang irgendwann beendet ist, machen wir direkt weiter. Letzter Aufruf zur Wahl. Wer noch nicht gewählt hat, bitte jetzt zu den Urnen rennen. Die Wahl ist geschlossen. Wunderbar, vielen Dank. Es wird wie immer hier im Nebenraum ausgezählt, falls jemand zuschauen will. Und damit machen wir weiter in der Tagesordnung. Der nächste Antrag ist der sonstige Antrag 07, Abschaltung der hessischen Liquid-Feedback-Instanz wird vorgestellt vom André Wolski. Ich bitte wieder ein bisschen um Ruhe. Dankeschön. Ach so, können wir den auf dem... Ah, passiert. Okay, alles klar. Ich stehe hier als Mitglied der Hessen-IT. Eigentlich wollte Kai Möller die beiden Anträge vorstellen, er ist aber aus gesundheitlichen Gründen heute nicht hier. Es geht darum, dass wir in Hessen eine Liquid-Feedback-Instanz haben, die von der Hessen-IT betreut wird. Da Liquid-Feedback in Hessen kaum genutzt wird und wir damit mit der Instanz einen Administrationsaufwand haben, den wir damit nicht gerechtfertigt sehen, stellen wir diesen Antrag. Es geht hierbei nicht darum, eine Diskussion zu führen, ob wir in Hessen Liquid-Feedback nutzen wollen oder nicht. Deshalb gibt es zum Beispiel auch den nächsten Antrag, ob Liquid-Feedback auf einer Bundesinstanz weitergeführt wird. Hierbei geht es darum, dass die Liquid-Feedback-Instanz in Hessen von uns, von der Hessen-IT betreut wird. Wir haben dort einen Administrationsaufwand, der sich auch dadurch ergibt, dass es keinen Automatismus mit der Mitgliederverwaltung gibt. Da ist sehr viel Handarbeit von unserer Seite drin und zum Anlegen von neuen Benutzer-Accounts. Wir arbeiten dabei direkt auf der Datenbank-Ebene und dadurch, dass wir ein relativ kleines Team sind, haben wir im Gegensatz zu der Bundes-Liquid-Feedback-Instanz keine Clearing-Stelle. Die zuletzt genannten Punkte würden sich durch den Betrieb von Liquid-Feedback auf der Bundesinstanz lösen, da diese Punkte auf der Bundesinstanz umgesetzt sind. Gut, dann machen wir ein Meinungsbild darüber. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen bzw. ihn abzulehnen? Das ist doch sehr, sehr eindeutig positiv. Wir kommen zu den Redebeiträgen. Es gibt Fragen. Oh, wenn es Fragen gibt, bitte. Das ist die Frageriste. Ja, ich würde gerne wissen, wie viel Aufwand das so pro Woche für euch darstellt und ob, sag ich mal, ein Beauftragten-Team das auch übernehmen könnte, sofern sie natürlich Datenschutzbeauftragungen usw. haben, ob man es damit retten könnte. Ein Beauftragten-Team könnte es theoretisch übernehmen. Die Sache ist, dass das Beauftragten-Team sich relativ stark noch in die Struktur von dem Liquid-Feedback einarbeiten müsste, in die Datenbank-Struktur einarbeiten müsste, weil wie gesagt, zum Beispiel die Eingabe von den Tokens direkt auf der Datenbank-Ebene passiert und man damit auch Dinge schnell kaputt machen kann. Möchtest du dich bewerben? Beantwortet das die Frage? Den kann ich leider nicht abschätzen. Das macht zurzeit der Kai Möller. Damit habe ich nichts zu tun. Macht erst mal die Fragen, bitte. Das macht es vielleicht dann einfacher. Also, wenn ich das richtig verstehe, meine Frage ist, wäre es nicht schlauer, den SA-008 zuerst abzustimmen, weil dann brauchen wir nicht den SA-007 abstimmen und wir hätten auch nicht so ein, wie sage ich das jetzt mal, in der Außendarstellung verkürzt dargestellt, als schlechtes Signal interpretierbare Scheiße. Könnte man sicherlich machen, ja. Dann haben wir zwischenzeitlich statt keinem Liquid-Feedback zwei Liquid-Feedbacks, aber ich denke, das ist okay. Wahrscheinlich zehn Minuten. Würdest du diesen PO-Antrag stellen wollen? Dann stelle ich den GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, Behandlung des SA-008 vor. Übernehme ich den mal einfach, um die Unterschriften zu sparen. Wir würden einfach den S-008 vorziehen, damit wir schlauer sind und zwar sofort. Gibt es da irgendwie eine Gegenrede zu diesem GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung? Knut, ist das ein weiterer GO-Antrag? Ich würde ganz gerne die Frage stellen. Ich hätte ganz gerne einfach nur die Frageliste erstmal abgearbeitet. Wir haben einen GO-Antrag jetzt und gibt es eine Gegenrede? Es gibt jetzt keine Fragen, es gibt nur Gegenreden jetzt. Ja, ich hätte gerne die Gegenrede. Also ich finde die Reihenfolge, so wie sie ist, schon ganz gut. Wenn wir dann zwei Sachen haben und dann den anderen doch nicht annehmen oder sowas, das wäre ja dann blöd. Also würde ich sagen, entweder wir tun beide zusammen wirklich abstimmen in einem Block. Aber eigentlich das Wichtige bei der ganzen Sache ist ja, dass die Hessen-IT wollte, dass das abgeschaltet wird. Was wir dann danach machen, ist der zweite Schritt. Wenn quasi die Leute, die das zurzeit betreuen, das nicht mehr betreuen möchten, dann ist das eigentlich erstmal wichtiger, als zu sagen, was passiert jetzt mit dem Liquid Feedback. Deswegen würde ich es ganz gerne in dieser Reihenfolge behandelt sehen. Dann stimmen wir über den GO-Antrag ab. Wer ist für bzw. gegen die Vorziehung des sonstigen Antrages 008? Die Beteiligung ist gering, aber ich würde sagen, das ist angenommen. André, stell doch bitte den Antrag vor. Markus? Markus, bitte mal scrollen gerade. So, der 008 geht darum, dass es auf Bundesebene eine Liquid Feedback-Instanz gibt, die es ermöglicht, Unterbereiche zu erstellen. Um das Liquid Feedback gibt es nur ein Team, das sich um die Aktualität, was Mitgliederdaten angeht, kümmert. Mittlerweile ist das auch mit der Mitgliederverwaltung automatisiert. Außerdem existiert auf Bundesebene eine Clearing-Stelle. Das heißt, dass die Administratoren von dem Liquid Feedback keine Zuordnung zwischen dem Liquid Feedback-Account und dem tatsächlichen Mitglied haben. Dann kommen wir zum Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag zuzustimmen bzw. abzulehnen? Das ist ziemlich positiv. Gibt es Fragen? Dann machen wir die zuerst. Ja, wir hatten ja vorhin den Antrag, dass wir eigentlich keine Delegationssysteme möchten. Das beißt sich nicht zwingend damit, aber trotzdem die Frage, wäre es möglich, in der Bundesinstanz die Delegation abschalten zu lassen und wie wäre es in der Landesinstanz? Ich vermute, dass das nicht möglich ist, aber ich kenne mich jetzt so detailliert auch nicht mit aus. In der Landesinstanz? Ich glaube nicht, dass das Liquid Feedback-System das hergibt. Okay, danke. Ja, ich würde mich als großen Befürworter von Liquid Feedback und Liquid Democracy im Allgemeinen bezeichnen, weswegen ich dringend empfehlen würde, den sonstigen Antrag 8 anzunehmen, damit wir weiterhin die Chance haben, das Projekt Liquid Feedback, Liquid Democracy weiter auszuprobieren und weiterhin darauf hinzuarbeiten, durch die Erkenntnisse auch, die wir daraus ziehen, möglichst viel Beteiligung in der Partei und im Landesverband zu erreichen. Und der sonstige Antrag 7 kann man von mir aus auch annehmen, sofern der sonstige Antrag 8 angenommen wird. Ja, ich möchte zu Bedenken geben, wenn wir unsere hessische Liquid Feedback-Instanz dicht machen und sie sozusagen in den Bund transferieren, dass dieser Landesparteitag darüber keinerlei Kontrolle mehr hat. Wir haben zwei Landesparteitagsbeschlüsse zu Liquid Feedback gefasst. Einer ist, dass wir Gäste zulassen können. Und der andere ist, dass wir von Zeit zu Zeit die Delegationsketten resetten, indem wir komplett neu einladen. Dies wäre in der Bundesinstanz nicht mehr möglich. In der Bundesvorstand in letzter Zeit schon öfter sind es gezeigt, dass er dann Entscheidungen über das gesamte Liquid Feedback für alle Piraten entscheidet. Und das ist nicht basisdemokratisch. Danke. Wir haben hier eine Entscheidung zu treffen zwischen Betrieb in der Bundesinstanz oder gar kein Betrieb meiner Meinung nach. Denn wir können uns der Landeseite nicht zumuten, ein komplexes und aufwendiges System zu betreiben, was sie nicht betreiben will, weil die Mindpower dafür fehlt und es unnötig Aufwand macht. Wir hatten vorhin den Antrag, dass wir Systeme mit Delegation ablehnen. Ich würde nicht sagen, dass wir deswegen zwingend komplett auf Liquid Feedback verzichten müssen. Denn Liquid Feedback in Hessen ist ein System ohne Verbindlichkeit, wo auch keiner versucht, die da getroffenen Beschlüsse direkt mit Außenwirkung umzusetzen. Deswegen sehe ich da keine allzu große Kollision. Es ist das einzige, wie hier gesagt wurde, aktuell leider das einzige System, wo Leute selber ihre Anträge reinstellen können. Deswegen sehe ich es nicht als kritisch, dass wir es unbedingt abschalten müssen. Ich persönlich sehe es aber auch nicht als gegeben, dass wir es brauchen, weil es eben wenig genutzt wird. Aber bitte stimmt bei diesem Antrag darüber ab, ob wir überhaupt ein Liquid Feedback haben wollen und nehme den Siebener auf jeden Fall an. Vielen Dank. Kurze Frafranzfrage. Wann kann ich eine Zwischenbemerkung machen? Du kannst die der Zeit machen, dann hast du allerdings ewig lang keine mehr. Pro zehn Leute kannst du eine machen. Okay. Würde ich es gerne jetzt machen, zur Äußerung vom Jan. Das habe ich am ersten Antrag vergessen zu erwähnen. Wenn sich der Landesparteitag dazu entschließt, den 07er nicht anzunehmen, dann werden wir die Liquid Feedback Instanz auch weiter betreiben, werden uns die Arbeit machen, weil ihr das so wollt als Parteitag für den Landesverband. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Freund von Liquid Feedback. Ich würde mir aber vorstellen, dass wenn wir das als Instanz auf dem Bundesliquid betreiben, dass da die Beteiligung höher wäre, einfach weil wir einen Single Sign-On haben, weil ich dann mit einem Login auch die Bundesthemen verabschieden kann und die Landesthemen. Und ich verspreche mir davon, dass bei den Landesthemen oder halt auch den lokalen Themen eine insgesamt höhere Beteiligung sein wird. Der Jan hat ja vorhin den Antrag eingebracht, eben keine Delegation mehr zu haben. Was wir in dem Hessen-Liquid erst hätten einprogrammieren müssen, damit das so geschieht und die Leute, die keine Delegation auf Bundesebene haben möchten, können sich dann ja gerne an der Weiterentwicklung von Liquid Feedback auf Bundesebene und in der Diskussion und im Dialog auf dem Bundesparteitag dann damit befassen. Und ich sehe dort dann keinen Widerspruch, Delegation oder Liquid Feedback. Wir müssen das so oder so ändern oder programmieren, wenn wir das so wollen. Also wir haben im hessischen Liquid nachzu keine User. Wenn vielleicht jeder, der sich in den letzten 30 Tagen eingeloggt hat und eine oder zwei Initiativen unterstützt hat, mal kurz die Hand heben könnte, hätten wir ein schönes Bild davon. Eins, zwei, drei, vier Hände sehe ich gerade. Wir haben also vier User im Liquid, die hier auf dem RPT sind. Und ich würde sagen, wir nehmen den Siebener an und den Achter nicht. Also wir sehen hier im Prinzip, dass Liquid Feedback möglicherweise dezentral betrieben werden kann. Allerdings ist der Administrationsaufwand scheinbar groß. Also würde ich euch bitten darum, dass wir den SEA 08 ablehnen. Und zwar, da hätte ich gerne mal ein Meinungsbild dazu, weil ich mal grundsätzlich das Vertrauen in dieses System infrage stelle. Gehe Ohntrag auf Meinungsbild. Wer weiß, wer die Administratoren des Bundesliquids sind? Das ist keine Ja-Nein-Frage. Doch. Wer ist keine Ja-Nein-Frage? Weißt du, umfälligerweise. So, du weißt doch, wie es geht. Noch mal die Frage, Markus. Dann kennst du die Administratoren der Liquid Feedback Instanz auf Bundesebene. Ja, genau. Ja, ob du weißt, wer das ist halt. Danke. Das ist hauptsächlich negativ. Nächster GU-Antrag. Einholung eines Meinungsbildes. Ich bin, habe mit dem Jan ein bisschen einen Zwiespalt. Ich bin nämlich der Meinung, dass das widersprüchlich ist, also dass dieser Antrag widersprüchlich ist zu dem Antrag vom Jan, den er vorhin gestellt hat. Weil der Antragsteller hat ja, bitte? Stell deine Frage, wenn du ein Meinungsbild haben willst und erkläre es nicht. Also ich darf vorher nicht begründen, wo. Ja. Denkt ihr, dass dieser Antrag SA 008 im Widerspruch steht zu dem, den wir vorhin angenommen haben, nämlich SA 004 über parteiinterne Abstimmungs- und Umfragewerkzeuge vom Jan. Das ist ausgeglichen und geht langsam ins Positive. Ich nehme ab sofort nur noch die Leute, die sich relativ schnell melden und nicht mehr eine halbe Minute danach. Also relativ ausgeglichen Tendenz, leicht positiv. Wenn ihr es als unvereinbar seht, könnt ihr diese Sache natürlich ablehnen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Liquid Feedback bei uns nicht den Status eines Umfrage- oder Meinungsbildungswerkzeugs hat, sondern eher eines Experimentier- und Spielzeugs, weil es dieses Niveau an Akzeptanz hat und auch nicht versucht wird, es zur Begründung von Anträgen hier heranzuziehen. Deswegen sehe ich persönlich da kein allzu großes Problem, aber ich kann verstehen, wenn andere das anders sehen. Deswegen stimmt bitte einfach, wenn ihr es als konkurrierend seht, einfach gegen den Antrag. Damit ist, denke ich mal, das Problem dann erledigt. Vielen Dank. Jan, du hast gerade gesagt, dass Liquid Feedback in Hessen nicht dazu gebraucht wird, Meinungsbilder einzuholen. Ganz unabhängig davon, ob es dazu benutzt wird, taugt oder sonst was, benutze ich Liquid Feedback sehr gerne dazu, an Antragstexten zu arbeiten. In Hessen gibt es meiner Meinung nach eine Antragserstellungskultur, sage ich mal, die derzeit nicht perfekt, nicht optimal ist. Die ist auf Bundesebene besser und das liegt unter anderem an Liquid Feedback. Und ich möchte ein Tool haben, in dem ich gemeinsam mit vielen Leuten gut an Antragstexten arbeiten kann. Und das ist für mich derzeit Liquid Feedback und vor allem auch kein virtuelles Meinungsbild oder sowas. Die Redenliste ist damit geschlossen. Wer noch etwas sagen möchte, der stellt sich hinter dem Fredo an, der stellt sich hinter dem Ralf an. Das macht keiner, dann endet es beim Ralf. Ja, im Prinzip hat der Kevin da genau was gesagt, was mir auch sehr wichtig ist. Wir haben momentan nur eine Mailing-Liste, um sinnvoll an Sachen zu arbeiten und sonst kein anderes Tool. Ich würde mir auch ein anderes wünschen als Liquid Feedback, aber der Teil, der dazu geeignet ist, Sachen zu entwickeln, etc., fände ich toll, wenn wir das mehr nutzen würden. Danke. Ja, ich muss Jan auch noch mal widersprechen. Also Liquid Feedback ist für mich kein Experiment und auch kein Spielzeug. Es ist ein Arbeitsmittel, das für mich sehr wichtig ist und das ich auch unbedingt nutze für die Mandatsarbeit. Ich finde den Antrag insofern bemerkenswert. Ich finde es ja großartig, was du gerade gesagt hast, zum Service-Gedanken. Es wird, obwohl es unsinnig ist und Ressourcen bindet und belastet würde, es trotzdem die IT weitermachen. Umgekehrt fände ich es aber genauso okay, wenn einfach irgendjemand, der einen Job bei den Piraten macht und jetzt noch zusätzlich was aufgebürdet bekommt und er sagt, das kann ich nicht noch zusätzlich, das einfach sagt. Und dann ist das Abstimmung mit den Füßen, weil wenn wir nicht die Leute finden, die das, was wir hier so beschließen, mit umsetzen, dann ist das eben auch ein klares Zeichen dafür, dass es vielleicht doch nicht so intensiv gewollt ist. Das bitte ich mal zu bedenken, weil sonst müssten wir sehr genau immer jetzt in Zukunft alles regeln. Also ich wäre ein großer Freund davon, wenn wir was beschließen, dann müssen die Initiatoren oder die Mehrheit, die das abgestimmt hat, auch persönlich dafür Sorge tragen, dass wir die Sachen auch umsetzen können. Deswegen fand ich das vorhin super vom Ralf, dass er gefragt hat, kann man euch das abnehmen von Leuten, die interessiert sind, wozu ich nicht gehören würde. Ja, als Experimentierkasten, der unter unserer Kontrolle des Landesparteitags steht, bin ich auch eigentlich dafür. Wir brauchen natürlich die Leute, die es dann der IT abnehmen. Wenn wir da irgendwas finden würden, sollten wir es weiter betreiben. Ich würde gerne noch ein paar Zahlen zum hessischen Liquid Feedback beitragen. Wir haben es am 10.05., also vor einem Jahr, genau in Gernsheim beschlossen, die Instanz wieder zu haben. Seitdem sind es 115 Initiativen da drin. Davon ist, glaube ich, keine Veranträge von heute dabei. Aus dem Bereich Landespolitik haben wir, oder wenige, 64 im Bereich Landespolitik, 11 im Bereich Kommunalpolitik, 3 bei den KVs, 20 bei sonstigen LV-Themen und 17 bei dem sonstigen, sonstigen Bereich, den wir da haben. Wir haben auf fast jedem Landesparteitag mit überwältigender Mehrheit oder guter Mehrheit beschlossen, dass wir es weiter betreiben wollen, aber wir nutzen es dann halt nicht. Und deswegen ist halt die Frage, die Akzeptanz in Hessen haben wollen, ja, benutzen, nein. Wenn wir es auf Bundesebene schieben, wo sollen die User herkommen? Kommen die dann alle von außerhalb von Hessen, die dann über die Fraktionspolitik in Frankfurt entscheiden? Klar kann man das dann machen, aber ich denke, die hessischen User, das wird kaum eine Änderung an der Stelle geben. Und dass wir neben Liquid Feedback keine anderen Tools haben, die Hälfte dieses Programms ist mit Telefonkonferenzen und Piratenpads entstanden oder auf Veranstaltungen wie dem Hessen Campus oder Ähnliches. Wir haben sauviele Möglichkeiten. Nutzen. Schlussworte, André? Nee, eigentlich keine. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? 8. Antrag 8. Toll. Wir nehmen mal nur die blauen Karten, bitte. Jetzt mal nur die roten. Toll. Wir sind der Meinung, dieser Antrag ist abgelehnt. Dann ist die Jeannette hier zufällig irgendwo. Ah, da vorne. Die Jeannette verkündet ein Ergebnis. Nein, wir haben erst ein Ergebnis, eine Abstimmung. Das ziehen wir vor. Also, wir haben ein Ergebnis. Der Antrag, das Modul 1 ist angenommen. Das heißt, wir schreiten direkt zur geheimen Abstimmung des Antrags 1. Genau, zur Erklärung. Es gibt einen GO-Antrag auf geheime Abstimmung. Der ist von der Versammlungsleitung. Das heißt, wir werden auch das jetzt geheim abstimmen. Deswegen bitte die Wahlhelfer wieder an die Wahl. Genau, ich übergebe einfach mal an die Jeannette komplett hier weiter. Die Nicole brauche ich gerade mal hier oben. Wir nehmen Zettel 6, da wir auch Zettel 5 irgendwie gefunden haben. Wir haben einen gefunden. Also, Zettel 5 in den Müll und Zettel 6 nehmen. Einmal den Antrag noch mal auf die Leinwand. Ich kann auch gerne noch mal die Stimmen sagen. Es sind abgegebene Stimmen, es sind 84. Eine war ungültig. Für keinen dieser Anträge sind 35. Für den Antrag 3 haben wir 37. Für den Antrag 2 haben wir 38. Für den Antrag 4 haben wir 41. Und für den Antrag 1 haben wir 47 Stimmen gehabt. Die Wahlhelfer einmal zeigen, dass die Wahlurnen leer sind. Dann bitte einmal die Wahlurnen zu. Ach so. Abschließend muss ich hinnehmen. Ja, zum Abschließen komme ich gleich. Dann ist die Wahl eröffnet. Eine Sekunde, die Wahlurnen müssen noch verschlossen werden. Moment. Halt. Robin. Erstmal, die ist noch nicht zu. Alle abgeschlossen? Dann ist die Wahl jetzt eröffnet. André, wie lange brauchst du? Gut, wir machen in einer Minute weiter. So, dann bitte die Musik ausmachen. Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Mietvertrag geht bis 17 Uhr. Wir haben halb sechs. Die gute Nachricht ist, der Hausmeister ist sehr nett. Wir können noch ein bisschen machen, aber wir werden um sechs Uhr aufhören. Und wir müssen bitte um sieben Uhr fertig sein mit Abbau. Das heißt, es geht niemand. Wir helfen hier alle beim Abbauen und so weiter. Und wir ziehen jetzt noch ein bisschen das Trade durch. Der André kommt jetzt wieder zu seinem sonstigen Antrag sieben. Und Achtung, Achtung, es gibt dazu einen Alternativantrag. Ich habe einen konkurrierenden Alternativantrag dazu gestellt, auf Idee vom Ralf. Und zwar, dass wir die Abschaltung der hessischen Liquid Feedback Instanz in zwei Monaten machen. Und dass die Hessen IT eine Ausschreibung erstellt für die Administration der hessischen Liquid Feedback Instanz. Das heißt, wenn sich auf die Ausschreibung binnen zwei Monaten keine geeigneten Bewerber finden, dann wird die hessische Liquid Feedback Instanz abgeschaltet. Finden sich Bewerber, dann wird das von denen weiter administriert, betrieben. Michael, bitte, kannst du woanders damit quietschen? Das nervt gerade wie Sau hier. Warst du fertig mit Vorstellungen? Dann machen wir wie folgt, weil wir jetzt zu diesen Anträgen zurückkommen und wir jetzt neue Erkenntnisse haben, mache ich über beide Anträge nochmal ein Meinungsbild. Und zwar erstmal ein Meinungsbild über den Antrag sieben. Wer kann sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen bzw. abzulehnen? Das ist wie üblich mal ausgeglichen. Der Alternativantrag 7b, gerade eben vorgestellt. Wer kann sich vorstellen, diesen anzunehmen bzw. abzulehnen? Das ist positiv. So, dann kommen wir jetzt zu Redebeiträgen. Können wir den Alternativantrag bitte auf dem BIMA zeigen, zusammen mit der Definition, was ein geeigneter Bewerber sein soll? Gibt es dazu noch eine Definition, was ein geeigneter Bewerber ist, André? In der Begründung steht nichts. Das heißt, alles zu sehen. Geeignet habe ich jetzt noch nicht weiter definiert, weil ich das gerade eben formuliert habe. Also es wird dann auf irgendeinem Privatserver betrieben? Nein, wir wollen es so machen, dass wir die Infrastruktur bei uns in der Hessen IT machen. Das heißt, wir stellen eine virtuelle Maschine zur Verfügung. Jegliche Administration der virtuellen Maschine, das heißt Sicherheitsupdates für das Betriebssystem und die ganze Administration von Datenbank und Liquid Feedback, das wird an die Neuen dann abgegeben. Ich habe keine Fragen. Ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich sagen würde, dass ich ein großer Liquid Feedback-Befürworter bin. Ich würde euch bitten, wenigstens einen dieser beiden Anträge anzunehmen. Wie gesagt, Liquid Feedback kann dafür genutzt werden, Anträge vorzubereiten. Wenn wir den Antrag, beide Anträge ablehnen, nee, Entschuldigung, wenn wir die Abschaltung annehmen und den anderen Antrag ablehnen, haben wir keine Liquid Feedback-Instanz mehr in Hessen und meines Erachtens keine gute Grundlage mehr, online programmatische Arbeit abseits einer Mailing-Liste oder einer Telefonkonferenz zu machen, was ich sehr schade finde. Zudem haben wir Martin Klim gehört, der Liquid Feedback für die Fraktionsarbeit in Frankfurt benutzt. Auch der Frankfurter Fraktion würde damit eine Arbeitsplattform genommen werden, was ich beides sehr, sehr schade fände. Bitte nehmt den Antrag 7b ab und lehnt den Antrag 7 ab, damit wir weiterhin ein hessisches Liquid Feedback haben, mit dem wir Anträge erarbeiten und vorbereiten können für Parteitage. Ja, die Frage der Ereignung ist, glaube ich, relativ einfach festzustellen. A, braucht man eine Datenschutzerklärung, an dieser Datenschutzschulung teilgenommen zu haben und b, werden halt Landesvorstand und Hessen IT zusammen entscheiden, ob die Ereignung vorliegt oder nicht, wie es bisher bei allen IT-lastigen Beauftragungen auch der Fall ist. Ich würde begrüßen, dass, wenn es ausgeschrieben wird, dass man dann das Konzept vom Bund übernimmt, dass man Trend zwischen den Admins, zwischen dem Support, der Clearingstelle und der Mitgliederverwaltung, um dort auch die entsprechenden Datenschutzbestimmungen einhalten zu können. Schlussworte? Bitte jetzt, André. Nehmt bitte einen der beiden Anträge an. Okay, dann braucht ihr jetzt nur die blauen Stimmkarten. Wer möchte denn den Antrag 7 abstimmen? Okay, wer möchte denn über den Antrag 7b abstimmen? Und wer möchte über keinen der Anträge abstimmen? Damit stimmen wir über den Antrag 7b ab. Wer ist denn für bzw. gegen die Annahme des Antrags 7b? Der Antrag ist angenommen. Dann hat die Janett verkündet jetzt ein Ergebnis. Der Kevin kommt gleich mal hier vor, bitte. Wir haben ein Ergebnis. Mit Nein gestimmt haben 30, mit Ja gestimmt haben 46. Prima, damit ist der Antrag vom André angenommen. Und die Wahlleitung hat jetzt hoffentlich Feierabend. Vielen Dank, Janett. Wir gehen weiter in der Tagesordnung. Der nächste Antrag ist sonstiger Antrag 009. Unterstützung der Blockupy-Proteste. Von Kevin und von der Janett. Ja, wir beide, also die Janett hat eine Anfrage bekommen, ob die Frankfurter Piratenpartei oder die hessische Piratenpartei die Blockupy-Proteste unterstützen würde. Da es dazu noch nichts Offizielles gab, haben wir uns gedacht, beantragen wir das jetzt mal hier spontan auf dem Landesparteitag, statt irgendwie an den Vorstand diesen Antrag zu stellen. Bereits im vergangenen Jahr haben sehr viele Piratinnen und Piraten an den Blockupy-Protesten teilgenommen. Sowohl bei den Blockaden des Römers, als auch bei den Großdemonstrationen und mehreren kleinen Aktionen über die Aktionstage hinweg. Dieses Jahr, die Blockupy-Proteste stehen nächstes Wochenende an, wird es eine symbolische Blockade der Europäischen Zentralbank geben. An einem anderen Tag wird es eine Blockade am Terminal 1 geben, um auf die schlechten Zustände, nicht hinnehmbaren Zustände für Asylsuchende und Flüchtlinge in Europa und weltweit aufmerksam zu machen. Ich denke, programmatisch passt es sehr gut zu uns. Des Weiteren kommt dazu, dass im Zuge der Blockupy-Proteste im letzten Jahr, als auch in diesem Jahr, durch Verbote und an den Haaren herbeigezogene Auflagen versucht wird, soziale Proteste zu unterdrücken. Wir haben uns immer hinter Demonstrationskultur und Demonstrationsfreiheit gestellt, hinter Grundgesetze. Das sollten wir hier unbedingt auch tun und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in diesem Jahr offiziell zu den Blockupy-Protesten in Frankfurt aufrufen würden. Ein Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, das anzunehmen bzw. abzulehnen? Das ist ganz, ganz, ganz eindeutig, naja, nur noch eindeutig positiv. Redebeiträge? Könnt ihr nochmal die Ziele der Blockupy-Aktionstage darlegen? Zum einen geht es darum, ich bin da jetzt leider auch nicht 100%ig in diesem Aufruf drin, im Zuge der Wirtschaftskrise zu kritisieren, dass Banken durch Rettungsschirme und Rettungspakete unterstützt werden, statt möglichst große Teilhabemöglichkeiten auch in diesem politischen Prozess zu geben und die Menschen zu unterstützen. Stattdessen wird eine Sparpolitik gefahren, die eben auf Kosten der Menschen in vielen europäischen Ländern geht. Ein zweiter Punkt, deswegen hat man sich eben Frankfurt ausgesucht, als Standort vieler internationaler Banken. Des Weiteren ist ein großer Teil aufgrund der Jährung des Asylkompromisses in Deutschland, in diesem Jahr, wie gesagt, auf die prekäre Lage von Flüchtlingen und Asylsuchenden aufmerksam zu machen, die immer wieder an den Grenzen davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen. Und das ist nicht hinnehmbar. Wir haben ein Flüchtlings- und asylpolitisches Programm, das sich ganz klar hinter die Belange von Asylsuchenden stellt. Das heißt, wir vertreten genau die Ziele, die im Aufruf festgeschrieben sind. Das sollten wir auch zeigen, indem wir auf den Demos präsent sind. Ich werde da sein, ich würde mich freuen, wenn wir das hier beschließen und ganz viele weitere Leute vorbeikommen. Ich weiß nicht genau, ob es Verfahrensfrage ist oder was es genau ist. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie, gibt es ja wahrscheinlich alles schriftlich auf der Homepage, die Ziele, das irgendwie auf den Beamer zu holen? Weil letztendlich stimmen wir ja darüber ab, diese Ziele zu unterstützen als Piratenpartei Hessen. Und ich würde das einfach gerne sehen. Wir können eine Webseite anzeigen. Lockupy-Frankfurt.de im Zweifelsfall. Ihr habt ja hier so ein paar Laptops stehen, glaube ich. Können wir trotzdem mal kurz den Antragstext zurück, bitte? Ja, lass erst mal den Antragstext bitte da auf den Beamer. Brauchst du den Text für deinen Redebeitrag, Fredo? Braucht irgendjemand gerade keinen Text? Dann würde ich mich bitte vorziehen. Danke. Ja, bei mir geht es in dieselbe Richtung wie der Michael halt auch. Wir haben, wenn wir bei virtuellen Meinungsbildern zur Unterstützung von Aktionen, haben wir immer die Aktionen einzeln abgefragt und eben auch die entsprechenden inhaltlichen Punkte. Und ich würde es auch begrüßen, wenn wir es hier auch so differenziert machen könnten, dass wir halt wirklich sagen, wir unterstützen die Blockupy-Proteste in dem, 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 dem Punkt. Und wenn da vielleicht irgendeiner drin ist, der uns nicht gefällt, dass wir den halt dann eben nicht quasi huckepack mitnehmen. Danke. Soll ich da? Mach weiter. Ja, was der Kevin schon vergessen hat zu erwähnen, neben dem Flughafen und der Europäischen Zentralbank wird auch ein Protestteil auf der Zeil sein, der sich gegen die unmenschlichen Produktionsbedingungen in den Textilfabriken in Bangladesch wendet. Denn auf der Zeil haben wir diese ganzen Betriebe wie Benetton, H&M und alle, die dort Ausbeutungen in Bangladesch betreiben. Ich glaube, also bei Blockupy-Proteste gibt es einen generellen Aufruf. Was so konkret gemacht werden wird in diesen Tagen, beschließen die demokratischen Assembleas erst am Donnerstag. Also wir können hier eine Philosophie abstimmen, aber wir können nicht konkret die ein oder andere Aktion abstimmen, denn die wird erst am Donnerstag beschlossen. Ich möchte aber betonen, Blockupy, trotz aller Hysterie im Vorfeld, letztes Jahr war insgesamt total friedlich gewesen. Die Stadt hat da voll die Gefahrenprognosen und Schwarzmalerei betrieben, aber die gesamten Proteste waren friedlich. Nicht die einzelnen Verletzten, die es gab, war durch die Polizei. Ja, jetzt ist es inzwischen ein Statement, aber da stehe ich jetzt richtig. Jetzt ist auch der Text wieder da. Ja, was Martin gerade sagte, es gab große Hysterie. Die Stadt hat es gnadenlos überbewertet und auch ausgenutzt. Es gab aber auch Anlass zur Sorge und ich war auch sehr froh, dass diese Proteste nicht irgendwie in Gewalt ausgeartet sind. Ausschließen können wir das aber nicht. Deswegen würde ich vielleicht auf das zurückgreifen, was wir gestern ja beschlossen haben, als Möglichkeit. Das Erste ist eine sprachliche Sache, die mich stört. Diesmal ist sie schon fast sinnentstellend an diesem Auf. Also wenn man nur dieses Diesen streichen würde, also Ruf zur Teilnahme auf, wäre das, glaube ich, etwas netter, unabhängig davon, wie Diesen geschrieben ist. Und das Zweite, für mich, was auch immer es heißen sollte, so steht es ja jetzt da, aber das kann man, glaube ich, relativ einfach lösen, indem man die zwei Worte streicht. Was mir viel wichtiger wäre, wäre ein anderes Wort in dem Zusammenhang, falls doch was schief läuft und ruft öffentlich zur friedlichen Teilnahme auf. Wenn ihr das so ändern könntet, könnte ich sehr gut damit leben und hätte keine schlaflosen Minuten. Nächte wären es nicht. Darf ich dazu was sagen? Nur für den Fall, dass sich im... Also grundsätzlich stimmen wir mit den Zielen von Blockupy zu 95 Prozent mindestens über 1. Es könnten auch 100 sein für den Fall, dass sich im letzten Dreh noch ausstellen sollte, dass da irgendetwas mitformuliert wird von Blockupy, was nicht unseren Intentionen entspricht, würde ich einfach mal unserer Presseabteilung soweit vertrauen, dass sie irgendwie einen Satz in eine passende Pressemitteilung reinsetzt, mit Verweis auf unser Programm oder sowas. Ja, ich finde ja, wir brauchen das friedlich da nicht reinschreiben, denn weil wie denn sonst? Darf ich? Schlussworte? Ja, zu diesem Einwand von Fredo, ich könnte mich auch damit anfreunden, werden wir das explizit reinschreiben. Andererseits würden wir in dem Moment, wo wir jetzt hier schreiben, wir rufen zu einer friedlichen Demonstrationsteilnahme auf, diese Panikmache letztlich, die seitens der Stadt und des Innenministeriums gemacht wurde, irgendwie reproduzieren oder uns daran beteiligen oder die zumindest aufnehmen. Ich denke, es sollte klar sein, das steht auch bei uns im Programm, dass wir uns friedlich unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen wollen. Das ist hier auch der Fall des Weiteren. Ja, also ich denke, wir sollten den Antrag einfach so annehmen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist der sonstige Antrag 10, Basisdemokratischer Landesverband vom Thumay. Ich übergebe mal an Julia. Ja, hallo. Vorhin bei dem Satzungsänderungsantrag gab es ja einige Stimmen, die gesagt hatten, wenn der Text als solcher in die Präambel käme, könnte man sich das durchaus vorstellen, dem zuzustimmen. An der Stelle habe ich das, also eigentlich sollte der Text jetzt, sollte das irgendwie drinstehen, dass der jetzt in die Präambel kommen sollte, sofern man dem zustimmen kann. Also steht jetzt hier nochmal für euch mit dem Ziel, in die Präambel das reinzunehmen. Und ja, müsst ihr entscheiden. Dann hätte ich gerne ein Meinungsbild für diesen Antrag. Seid ihr für oder gegen diesen Antrag? Das fällt positiv aus. Redebeiträge bitte. Ich, willst du was fragen? Welche Präambel meinst du jetzt konkret? In unserem Programm. Sonstige Anträge können das Programm nicht ändern. Ah, gut. Gibt es einen alternativen Punkt, Ralf? Das ist einfach eine Aussage jetzt quasi. So. Dann ziehe ich diesen Antrag zurück, weil es bringt überhaupt nichts sonst. Ja, formal halber möchte den jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei Satzung sonstiger Antrag 11, Präfix für Antragsnummern. Markus. Hallo. Ich würde ganz gern, dass wir, weil das haben wir bei den Parteitagen in der Vergangenheit oft gesehen, die Präfixe für Anträge, die wir zurzeit benutzen, sind höchst irritierend. Man hat es eben gut gesehen. Sie hat Satzungsänderungsantrag angefangen, aber gesehen, oh, es ist ein sonstiger Antrag. Genau dieses Problem haben wir immer wieder. Und das liegt an den Präfixen. Wir haben SEA und SA und das BIMA-Tool, das wir benutzen, das kommt zum Beispiel nicht mit Sonderzeichen in Antragsnummern zurück. Das heißt, es steht da SAA und SA. Höchst verwirrend. Wir haben hier eine Regelung, wo das ganz klar abgegrenzt ist, wo man auf Anhieb zieht. Das ist ein Antrag von dieser Sorte und damit würden wir dann einfach in Zukunft arbeiten. Um mehr geht es nicht. Dann hätte ich zu diesem Antrag ein Meinungsbild. Das fällt positiv aus. Gibt es Redebeiträge? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich zur Abstimmung bitten. Wer ist für oder gegen diesen Antrag? Ach so, Abschlussstatement. Ich verzichte auf mein Abschlussstatement. Danke. Sehr gut, dann könnt ihr Kärtchen oben lang. Der Antrag ist angenommen. So, wir sind in der Tagesordnung durch. Oder gibt es... So, hatte irgendjemand einen Antrag, der nicht rankam? Nein? Alles klar. So, eigentlich wollte das Wahlsieg-Team noch etwas präsentieren. Die Zeit haben wir leider nicht. Der Micha Mo wird das demnächst als Video machen. Du hast jetzt nicht einen GO-Antrag, oder? Doch, GO-Antrag auf Dank an die Versammlungsleitung. Die Nicole erklärt euch gleich, wie ihr aufzuräumen habt. Solange kann ich ja noch sagen, dass ich jetzt das letzte Grillfleisch, was von gestern noch übrig war und die ganze Zeit gekühlt war, raus stelle. Nochmal zur Erinnerung, nehmt es bitte einfach mit, dass es nicht verkommt, wäre schade. Okay, die Nicole sagt nichts, die Nicole räumt schon auf. Wir müssen die Halle so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Das heißt, Tische und Stühle bleiben stehen. Die Mehrfachsteckdosen rollt ihr ein bisschen zusammen, wie man halt Mehrfachsteckdosen zusammenräumt. Hier vorne ist die Kiste, da kommen sie rein. Das Gaffer-Tape, hier bitte gucken, so sieht eine Mehrfachsteckdose aus, ordentlich. Das Gaffer-Tape bitte ordentlich abziehen, damit keine Rückstände... Das Gaffer-Tape, hier vorne bin Glück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dutzung, wir müssen uns eine Mehrfachsteckdose aus, auch an ihn langen, bis zum nächsten Mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wieder چontcharge null. 再來 쉬uchen. marierke, neunFT langsam. yeter jetzt mal. Wiranidoso, wiederевой br clips zu位置. Vielen Dank.